Ähm, so, Squad Stream. Hallo, ihr wunderbaren Menschen und herzlich willkommen zur heutigen Folge des besten Strategiespielformats der Welt, des Ränkespiels. Wir spielen jeden letzten Samstag des Monats um 16 Uhr hier auf Max ein richtig cooles Strategiespiel mit richtig coolen Gästen. Das Strategiespiel ist heute ein Klassiker, Crusader Kings. Die Gäste sind zum Teil alter Veteranen, zum Teil neues, frisches Blut, das sich, ihr seht es hier schon, richtig in Schale geworfen hat mit Krone und Wams. Das ist sehr ehrwürdig. Edo P. bringt hier den richtigen Esprit mit für das Format. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin hier auf jeden Fall der Anfänger der Runde und versuche das zu kaschieren mit dem Gewand. Ja, also, ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, das ist halt, diese Masche ist im Ränkespiel inzwischen halt so durchgenudelt, diese, ah, ich bin ja derjenige, der sich hier nicht so gut auskennt. Und dann reden wir ein bisschen weiter und so, ja, also ich habe ja auch schon mal einen 12-Stunden-Stream gemacht mit dem Spiel, ne, aber, aber, aber seid alle nett zu mir, ich kann quasi gar nichts, ne, das kennen wir zur Genüge hier. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, dann haben wir Mr. Mörb, den zweiten neuen Gast. Äh, du bist hier mehr so der, der Feldsoldat, der, der auf dem Feld bisschen abmassakriert wird vom Outfit her, als der edle König. Kann das sein? Ist da eine Absicht dahinter? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte gerade eben nur zeigen, dass ich es auch habe, aber es klappt nicht so gut rein technisch mit den Kopfhörern. Verstehe. Ja, ja, das kenne ich. Ich hatte, ich habe hier eine Pickelhaube, die wir für einen Stream mit Iron Harvest mal hatten, die war auch sehr unpraktisch leider. Ähm, du bist, finde ich, so ein bisschen der, der, der furchteinflößendste heute. Du spielst ziemlich viel Paradox-Spiele, ne? Ja, wobei, also, ich habe ja vorhin schon geschrieben, ich bin lieb. Das werden wir, das ist die zweite billige Masche beim Ränkespiel. Wir haben hier zwei Gäste vorgestellt und schon die zwei Standardmaschen hier wieder. Ich bin der Anfänger und ich bin der nette Typ, der niemandem was tut, ne? Denzel, du bist der, der altgedienteste Veteran dieses Formats. Was sagst du zu diesen billigen Tricks hier? Ich hasse das auch. Ja, dieses Anstackment und dann von hinten kommen mit dem Dolch in der Hand. Und wahrscheinlich auch noch zusammen haben sie sich gerade schon verbündet, während ich mir einen Kaffee gemacht habe, weil wir haben acht Stunden heute auf dem Plan. Mir ist ein Tennis-Stück, großes Stück Zucker in den Kaffee gefallen. Kennt ihr das, wenn ihr das direkt aus der Verpackung habt? Dann habe ich mir noch einen Kaffee gemacht. Da ist mir das wieder passiert. Also ich habe jetzt zwei kompletten, überzuckerte Kaffees, die ich auch brauche, um euch die Stirn zu bieten für die nächsten acht Stunden. Ja, also was heißt da brauchst? Ich meine, du bist erfahrungsgemäß, passt du es auf jeden Fall in dir, alle in den Staub zu treten hier. Du bist allerdings auch jemand, der manchmal, sage ich mal, mit überdurchschnittlich viel Pech gestraft ist. Ist das in deinem Leben allgemein so oder nur hier im Ränkespiel? Ähm, ich würde sagen, lass mal abwarten. Ich bin der Meinung, das gleicht sich bestimmt aus. Ich hatte tatsächlich beim letzten Ränkespiel und auch davor mal richtig dolle Pech und denke, das dürfte jetzt vielleicht dazu führen, dass ich mal ein bisschen mehr Glück habe. Das würde ich auch sehr, sehr hoffen. Ähm, denn es wird im Chat gesagt, dass du immer noch sehr leise bist. Komisch, weil ich habe dich bei mir eigentlich so laut gedreht, dass ich dich ganz gut verstehe. Ähm, das wird bei mir auch gesagt, ja. Ich kann mal versuchen, ein anderes Mikrofon kurz zu benutzen gleich, aber stell gerne sonst noch die anderen Leute vor und dann machen wir es. Das mache ich. Ähm, es gibt hier nur noch einen, aber nur ist das falsche Wort, denn wir haben hier die GameStar-Paradox-Koryphäe Michael Graf noch am Start. Hallo, Micha. Jetzt hör halt auf. Ja. Paradox-Koryphäe. Das macht gleich den Druck jetzt wieder am Anfang, hier irgendwas reißen zu müssen. Dabei spiele ich das gar nicht so oft. Ich kann das eigentlich gar nicht so gut. Jetzt kommst du auch wieder damit an. Was, was? Crusader Kings II. Komisch, kenn ich nicht. Äh, ja, schön mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich. Ja, super gut. Es freut mich, dass du dabei bist. Du warst ja damals im ersten Spiel schon dabei, im ersten Reingespiel, das wir gemacht haben und warst ein ziemlicher Schurke, der irgendwie anderen Leuten die Hochzeitsoptionen ein bisschen geklaut hat und so und allgemein eigentlich überall so ein Zahnrad, also im Getriebe, was sagt man? Mir geht die Redewendung gerade. Aber du hast das Getriebe kaputt gemacht für andere Leute. Was ja aber auch gut ist. Dafür ist das Format ja da. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wo diese üble Nachrede herkommt, weil der Herzog war gerade frei, meine Tochter hatte gerade Zeit. Es war ein Match made in Heaven. Also, ne? Alles ganz normale biologische Vorgänge, die da passiert sind. Alles cool. Das stimmt, das stimmt. Äh, Sand im Getriebe wird hier jemand, äh, wird gesagt. Und auf jeden Fall, ähm, ihr könnt heute zwei andere Perspektiven auch mitverfolgen, denn Edo, P und Merp streamen beide auch bei sich auf Twitch und wir haben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Squad-Stream am Start, den der gute Nicola organisiert hat. Hat das inzwischen alles geklappt? Sind wir da am Start? Ja, da läuft. Perfekt. Danke. Ausgezeichnet. Ja, perfekt. Dann, ähm... Hört ihr mich denn jetzt besser mit meinem Headset? Oh, jetzt muss ich mich jetzt mal wieder runterschrauben. Holla, genau, jetzt, äh... So, lieber Chat, hört ihr jetzt... Hört ihr überhaupt noch was jetzt? Hört ihr jetzt den guten Denzel besser? Und nur noch mal zur Sicherheit, ihr hört, habt ihr Edo, P und Merp gut verstanden? Weil gerade irgendjemand gesagt hat, dass bei mir der Ton allgemein kaputt sei. Glaub ich aber nicht, oder? Michael ist noch ein bisschen leise. Ich bin zu leise, das ist, kommt, das ist völlig oft. Das hörst du in der Tat nicht oft, jetzt wart mal, ähm, ich mach, ich kann dich hier auch noch mal in der Benutzerlautstärke lauter machen. Ja, das ist auch noch mal was, weil ich wahrscheinlich jetzt viel zu laut bin. Ich mach denzel mal wieder etwas leiser, aber das ist jetzt... Ich spreche sogar auch ganz leise, gerade damit ich euch nicht die Boxen kaputt mach. Das ist ein Gentleman. So, jetzt müsste aber eigentlich hier alles passen. Ähm... So, jawohl, jetzt müsste doch eigentlich alle... Viel besser bei Denzel, sehr gut. Dann schalten wir doch mal ins Spiel. Denn heute, worum geht es heute, meine lieben Freunde? Heute sind wir im schönen Frankreich. Und, äh, wie immer in Crusader Kings, also im Ränkespiel, haben wir gedacht, wir starten alle in einem Königreich. Ihr seht schon, hier daneben ist das Heilige Römische Reich. Da hab ich... Da müssen wir nicht mehr spielen. Das hab ich ja quasi schon durchgespielt. Da bin ich ja schon Kaiser geworden. Heute will ich König von Frankreich werden. Und dann, so arbeite ich mich quasi, äh, durch, sagte er und ignorierte geflissentlich, dass in Norwegen das überhaupt nicht geklappt hat. Und da Denzel der größte Herrscher geworden ist. Ähm... Aber, aber Frankreich, ich hab ja einen französischen Namen, deswegen ist, ähm, eindeutig Frankreich heute bestimmt mir gesonnen und geneigt. Weber ist französisch. Weber ist französisch, hast du's nicht gewusst? Weber. Le Weber, ja, genau. Monsieur Weber wird heute, ähm... Und ich seh auch schon gerade den schönen Titel Graf Imperateur Denzelö, den Denzel seinem Namen, seinem Typen hier gegeben hat. Wir werden uns wie immer eigene Herrscher erstellen und das machen wir jetzt auch mal, ähm, wir haben gedacht, diesmal machen wir zur Abwechslung mal, dass wir das tatsächlich live machen, dass ihr das auch seht, wie wir hier basteln. Ähm, ich bin hier, ich werde der Graf von Anjou sein, aber guckt euch diesen Typen an, der ist langweilig. Graf Joffrey von Anjou, das ist, ähm, Fahrt, ich mach was eigenes. Ähm. Ich bin auch schon gerade dabei, ich klicke mich da mal durch. Jawohl. So. Ich schaue Maurice einfach zu, was er jetzt macht. Was? Jean Jacques. Ja, ich, 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 nee, was ist, ich brauche einen richtig albernen französischen Namen, ähm, sag jetzt nicht Maurice, ihr seid alle schlimm, ihr seid, ihr seid alle schlimm, äh, aber gut, dann heißt er jetzt wirklich einfach mal Maurice, äh. Nenn ihn Weber, wie der Chat vorschlägt, mit Nachnamen. Oder ich hab ihn jetzt der alberne Franzose genannt, mit Nachnamen, ähm. Das ist ein guter, schönes Haus, das Haus der alberne Franzose. Wir nehmen uns echt nicht so ernst hier in Frankreich. Es klingt wie ein schönes, äh, wie so ein, wie so eine Taverne zum albernen Franzosen. Ja. Das stimmt, ähm, es, es wird De La Baguette vorgeschlagen, äh, wusstet ihr, dass, dass Baguette in, in Frankreich auch einfach nur Stab heißt und dass ein Zauberstab ernsthaft Baguette Magique ist? Was? Nee, aber das ist ja super. Hast du das dir ausgedacht oder ist das wirklich so? Nein, das ist wirklich so. Und seitdem will ich Harry Potter mal auf Französisch lesen, wo sie, wo sie alle, ähm, oh nee, äh, im Chat, im Chat sagen sie, dass ich ihn Maurice De La Maurice nennen soll. Und das mach ich jetzt auch. Sind Franzosen nicht eh total cool? Heißt er nicht auf Französisch Orgasmus der kleine Tod? Ja. Das stimmt, ja. Ah. So. Dann hätten wir noch was Neues hier in diesen Streams. Also ich bin fertig mit meinem Charakter. Und, äh, wie immer gilt, wir haben hier 400 Punkte Schwelle. Das ist, äh, der, der Start. Und, äh, genau, ich werde heute mal einen Spielstil machen, den ich bislang, äh, noch gar nie groß benutzt hab, nämlich den Wissensspielstil. Also ich bin hier ein scharfsinniger Intellektueller, wie es jeder Maurice natürlich ist. Und der ist ja ein Maurice De La Maurice, das heißt, er ist ein Doppler, ein doppelter Maurice. Ähm, er kann nur scharfsinnig und intellektuell sein. Dürft man eigentlich Kinder haben? Ihr dürft alles haben, was ihr wollt, solange ihr die 400 Punkte nicht überschreitet. Also ich bin tatsächlich nur ein bemühter Schreiber. Ein bemühter Schreiber, sowas. Das bin ich auch. Ach so, im Spiel. Nee, mein Typ ist so ein ganz, so ein ganz, weißt du, so ein ruhiger, geduldiger Typ, der zurücksitzt und, äh, ach, bescheiden ist er, glaube ich, auch noch. Nee, meiner ist stur, paranoid, aber maßvoll. Und er hat Gründe dazu. Er hat eine lange Geschichte. Sie ist so lang wie die Menschheitsgeschichte. Dann, ja, schüchtern könnte er auch noch sein. Befrieden. Der ist ja richtig, weißt du, ich, ich, ich hab ja, ich hab ja meine Lektion gelernt. Ich hab einmal hier einen Schurken gespielt und bin so auf die Schnauze gefallen. Und dann hab ich so einen richtig lächerlich, ehrlichen, liebenswürdigen Typen gespielt und bin Kaiser geworden. Seitdem ist jetzt einfach, ich bin halt einfach jetzt hier ein ganz, ganz völlig normaler, liebenswürdiger Typ, der, der niemandem was zu leide tut und, und einfach nur hier bisschen sich entspannen will und sein Buch schreiben will im, äh, im Hintergrund. Während, während, während die Welt um ihn rum sich bewegt, quasi. Ich hab einen ganz komischen Charakter. Der macht mir Angst. Vielleicht könnte ich nochmal, was war, Denzel hat letztes Mal entdeckt, dass Pervers eine Overpower der Eigenschaft ist, ne? Ich hatte mich das eben gefragt, was das war. Ja, da wirst du gleich, da wirst du gleich eingeknastet hier. Bei den Katholiken wirst du gleich eingeknastet. Ach, tatsächlich, oh, das wollen wir dann natürlich nicht. Das hab ich getestet, also nehmt nicht, äh, sowas wie Pervers oder sowas. Das ist echt nicht gut. Ja, wir hatten, wir hatten, äh, wir hatten's bei den, bei den Wikingern, ähm, und da, äh, haben die weniger Probleme damit, mit sowas. Ja, die sehen das locker. Oh, die haben dafür andere Gründe. Wie, du bist mitfühlend. Bumm. Ja, ich, ich hab da, ich hab da, bei mir war das Problem, ich hab da, ich hab halt einen genommen, der so, so ein, so ein Intrigant war. Und der war dann natürlich auch irgendwie feige und hinterlistig und so, das war, also, das waren alles ketzerische Eigenschaften bei diesen Barbaren. Und dann hab ich null Frömmigkeit bekommen und sogar welche verloren. Und du brauchst ja da Frömmigkeit, um Kriege zu erklären. Ich konnte halt nix machen, äh, weil, weil mein Typ so, so ketzerisch war. Das ist düster, ja. Ich bin auf eure Charaktere sehr gespannt. Wir werden sie uns gleich alle anschauen. Du bist 120 Jahre alt. Ja. Ich bin ja auch Opa. Das sieht man ja nicht an. 120 Jahre? Ja. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Das ist die höchste Stufe, die du einstellen kannst. Und damit startest du? Damit starte ich, ja. Ich bin Graf Opa der Menschheit. Hast du Kinder? Nein. Ich glaub, du kannst nämlich keiner mehr machen mit 120. Doch, kann ich. Echt? Ja. Du musst nur wissen, wie. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich sage euch, der Kollege, der ist fitter als eure. Okay. Gut, zugegebenermaßen, er wird nicht so alt werden wie ihr, aber die Zeit, die nutzt er. Da bin ich jetzt sehr gespannt. So, ich brauch jetzt nur noch ein bisschen, ein bisschen an Aussehen. Ich glaub, ich mach meinen, der ist, sag ich mal, sehr früh gealtert optisch. Der ist 18, aber er ist halt eine alte Seele. Deswegen wird er alt aussehen. Wie machen wir das eigentlich gleich am Anfang, wenn wir reingehen? Dürfen wir so die ersten grundlegenden Einstellungen vornehmen oder? Wir kommen erst mal auf Pause und dann könnt ihr alle sagen, wenn ihr soweit seid. Wie lange du mit der Frisur verbringst. Was? Guck die alle bei mir hier gerade zu, oder was? Ich klicke da meist auf random und go. Ich suche halt gerade, was der längste, die längsten Haare und der längste Bart ist. Das habe ich schon. Weil ich halt so hier, ach, das ist doch nicht verkehrt. Das ist ein Zaubererbart und lang und wild und genauso sieht meiner aus als alter Hutzelmann. Echsenmeisterbart, stimmt. Dann nehme ich einen anderen. Meiner soll ein bisschen eleganter, aber trotzdem noch alt aussehen. Obwohl er 18 ist. Meiner hat es ein Leben lang nie die Haare oder den Bart geschnitten. Nie. Oh Gott. Warum? Hat das einen Grund? Zu beschäftigt. Das habe ich mir noch nicht ausgedacht. Ich habe mir für alles mögliche was ausgedacht. Das hat sich noch nichts. Einfach nur so reine Optik. So. Wo mache ich nochmal die Haarfarbe hier? Weiß das nochmal jemand? Hier Haarfarbe. Schön, schön grau. Komm, du bist 18, aber du bist halt ergraut. Gut, so. Aussehen abschließen. Der Weihnachtsmann. Gut. Maurice de la Maurice. Da ist er. So. Denkt dran, der ist 18. So. Dann gucken wir nochmal. Was habt ihr so alle... Beziehungsweise wir können dann beginnen, ne? Und dann sieht man ja, wo jeder ist. Beziehungsweise halt, ich wollte noch eine Sache... Alter, hab ich... Ich wollte mir eigentlich noch eine Tochter geben, aber habe ich jetzt vergessen. Egal. Dann hat er halt noch keine Bündnisse am Anfang. So, wie ihr seht, wir starten auf Pause und können direkt mal schauen, wo die anderen Spieler sind. Also Mr. Mörb... Oh Gott, was ist das denn? Ja, das ist Graf Opa. Soll ich was dazu sagen? Oh Gott. Er ist ein bemühter Schreiber, er ist besessen. Ja, das hat alles seine Gründe. Aber immerhin ein schlauer, fruchtbarer Herkules. Also ein alter Mann, der, sag ich mal, doch noch am Start ist. Richtig, ganz genau. Okay, dann erzähl doch mal, was ist denn das für ein komischer Typ hier? Ja, Graf Opa ist... Also ich habe eine Geschichte zu ihm geschrieben. Also der ist eigentlich entstanden in einer ziemlich lustigen Runde, wo wir festgestellt haben im Multiplayer, dass man so alt seinen Charakter einstellen kann und wir wollten testen, ob man überhaupt so lange lebt. Und ja, also mit den richtigen Einstellungen, die ich jetzt vorgenommen habe, hat man eine realistische Chance tatsächlich so 150 Jahre plus minus vier Jahre alt zu werden. Und aufgrund der Tatsache, dass man schon ziemlich alt ist, startet man schon mit 27 Skill-Punkten. Und beginnt allerdings erst ab Spielstart zu altern. Also das ist so quasi so, sag ich mal, so eine Lücke im System, die aber nicht schlimm ist, weil es bringt eigentlich, also du kannst damit nicht wirklich Kriegerisches machen. Aber was du machen kannst, ist den Papst abzocken. Du kannst also die ganze Zeit die Hand aufhalten und ja, weil ich de facto einen theologischen Lebensweg einschlagen muss, um das Ganze überhaupt lange genug zu überleben, muss ich zum Beispiel gesunde Körper... Weil der einen Gesundheitsboni gibt, ne? Der Wissenswert lässt dich länger leben, ist trotzdem ein Risiko. Also das Spiel hat ja doch auch Zufallsfaktoren. Es kann dir jetzt auch passieren, dass dein Charakter in drei Jahren schon weg vom Fenster ist. Das passiert in der Regel nicht, aber das kann jedem passieren. Also wie gesagt, der startet jetzt mit Gesundheit gut und durch all diese ganzen Boni... Nein, aber deine Besessenheit gibt ihm aber auch einen moderaten Malus. Ja, aber glaub mir, das passiert nicht viel normalerweise. Gut, interessant und du bist stur, paranoid und maßvoll, eine interessante Kombination von Eigenschaften. Ja, das hat alles seine Gründe, wie gesagt. Also er wurde, also die lustige Idee ist also quasi so eine kleine ketzerische Geschichte. Er wurde auch von Gott erschaffen als Opa von Adam und Eva und seitdem ist er auf der Welt. So ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Und er hat die gesamte Bibelgeschichte mitgemacht und weiß, was wirklich passiert ist. Und deswegen zahlt ihm der Papst regelmäßig sozusagen Schweigegeld. Und deswegen hält er quasi ständig die Hand auf und erholt sich dann quasi die Steuerrückzahlung vom Papst. Ich bin sehr gespannt. Der Chat kann ja schon mal Wetten abschließen, wie lange du leben wirst. Dann gehen wir doch mal weiter. Gräulich ist Graf François von Retel. Du bist hier oben. François de Pain, bitte. Vom Brote, natürlich. Ah, ah. Und du bist ein fleißiger, ehrgeiziger Zyniker. Ja, ich bin zynisch geworden, weil ich gemerkt habe, dass Fleiß und Ehrgeiz einfach nichts bringen. Deswegen habe ich nur eine Grafschaft. Und du bist wahnsinnig und eine eifrige Frohnatur und ein dilettantischer Verschwitz. Was ist das für ein Typ, ey? Ja, das ist halt so ein bisschen so ein Hans-Dampf-Typ, ein bisschen. Ich habe viel vor, aber es klappt alles nicht. Bin darüber dann irgendwie ein bisschen verbittert und wahnsinnig geworden, aber das soll mich nicht vom Feiern abhalten und vom Leute umbringen. So, das ist ein bisschen die Idee. Das Wappen meines Hauses ist ein schüchterner Löwe, der beim Umziehen hinter einem Vorhang hervorwinkt. Ich fand das sehr passend. Und unser Wappen als Grafschaft ist einfach ein goldenes Herz, weil wir das haben auf schwarzem Grund. Und der schwarze Grund ist der Rest von Frankreich. Also ihr, dieser Pfuhl, dieser Ränkespielende, da machen wir nicht mit. Ich finde es aber schön, dass Depin ja natürlich vom Brote heißt, aber natürlich auch recht nah an dem Wort Schmerz ist im Englischen. Also sehr gut, sehr gut ausgewählt. Und ja, da erkenne ich dich schon wieder. Ein fleißiger, ehrgeiziger, zynischer, zynischer Wahnsinniger. Da hat sich jemand einigermaßen selbst nachgebaut. Sehr gut. Dann haben wir Mac Denzel. Du bist ganz am anderen Ende von Frankreich. Du hast dich sehr bescheiden Imperateur-Dansel genannt. Oder wie spricht man das aus? Denzöxel. Das X ist stumm. Das X ist stumm. Denzö. Denzö. Ah, okay. Den Namen haben wir meine Eltern gegeben. Ich bin ganz bescheiden eigentlich. Und ihr seht nur Rotes Guilds. Bin ziemlich kriegerisch ausgelegt. Und hab tatsächlich auch 20 Minuten damit zusammen verbracht, den zu bauen vorhin. Weil ich mich da wirklich reingehängt. Das ist quasi mein Magnum Opus. Okay. Nach allen Charakteren, die ich erstellt hab. Und nach meiner Erfahrung beim Renkelspiel, denke ich, das ist ein guter Charakter. Ich hab den auch fotografiert, um mir den zu merken. Weil der ist ehrgeizig, fleißig. Das sind mega krasse Skills. Und das hab ich irgendwie so zusammengebaut gekriegt, dass ich mit dem jetzt zufrieden bin. Und hoffe, dass ich damit ein bisschen was rocken kann. Ich hab auch ein paar von diesen bösen Skills drin, die Minus geben. Ich seh auch schon, dass dein Typ hier mit 900 Mann für den Anfang ziemlich gut am Start ist. Oh, das siehst du schon. Soweit bin ich noch geil. Und ja, aber tatsächlich, man merkt, Denzel, dass du willst offensichtlich einem Pechfall wie letztes Mal entgegenwirken. Durch hier knallharte Skillung. Ja, ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Genau. Sehr gut. Dann haben wir zuletzt noch Edope. Du bist direkt neben Denzel. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst. Du hast jetzt gerade gehört, dass Denzel voll auf Kriegsführung und aggressive Expansion skillt. Wie geht's dir jetzt gerade? Also mein Charakter ist ja ehrlich. Es geht mir beschissen. Wohin soll ich meine Steuergelder hinkarren für dich, dass du mich beschützt? Sag mir nur die Adresse. Vor allem dein Typ scheint so ein bisschen aufs Geldscheffeln ausgelegt zu sein. Das heißt, er ist auch noch ein attraktives Opfer für einen kriegsführenden Plünderer. Ja. Du hast ja ganz toll arrangiert. Wird bestimmt super für dich ausgehen. Ja, ich habe ihn intelligent gemacht, aber anscheinend intelligent genug. Deswegen, ich sehe schon, ja, ich werde abdrücken. Okay? Sehr gut. Und dann haben wir hier eben noch meinen Charakter hier, Graf Maurice. Ihr seht, er ist auch eine alte Seele, aber ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz so abgewrackt wie der Opa da hinten. Und er will eigentlich nur hier sich zurücklehnen und mit 26 Bildungswert sein Buch schreiben und sich entspannen und so ein bisschen so. Also im Haus Maurice de la Maurice sind wir auf jeden Fall eher so dem intellektuellen Leben zugeneigt, sage ich mal. So, und ich glaube, dann haben wir jetzt, wie gesagt, noch kurz Zeit, dass jeder mal so seine grundlegenden Affären in Ordnung bringt. Und dann sagt einfach Bescheid, wenn ihr damit durch seid und dann können wir loslegen. Alter, ich habe einen Ratsmarschall, der hat null Militärtalent. Null. Der weiß nicht, wie herum man ein Schwert hält. Wie wird so jemand Ratsmarschall? Und er ist faul noch dazu. Wer ist denn sein Boss? Na, Tina ist schon rausgekickt hier. Hey Denzel, möchtest du zufällig heiraten? Ich habe mich taktisch klug sexuell orientiert. Ich bin tatsächlich bi. Aber ich habe gerade schon eine Einladung rausgeschickt. Oder ging das nicht persönlich? Wolltest du mich gar nicht heiraten? Doch, doch. Okay, war das ein Antrag gerade? Das war so ein indirekter Antrag. Ich wollte mal ein bisschen fühlen. Ach so, stimmt. Das wollte ich auch noch machen. Warum will denn niemand meine Töchter? Weil das Spiel noch nicht gestartet ist. Ach so, natürlich. Wir müssen jetzt warten, ob die Anfragen klappen. Nee, 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 ich meine, aber es will sie ja niemand. Ich habe niemanden. Ich kann niemanden für sie fast niemanden. Ach so. Also so ein paar komische Schattnasen. Unter anderem mein absolut fähiger Ratsmarschall. Hätte gerne eine meiner Töchter geheiratet. Ha, Kumpel. Ich merke schon, das wird gut. Das wird gut. So, ich muss erst mal selber heiraten. Das ist hier eigentlich viel wichtiger. Oh Gott, bei mir sind es ja auch alle so Pappkameraden, ey. Wie schrecklich. So, wer hasst mich denn? Hier haben wir eine Amazone. Perfekt. Ratskanzler mit drei Diplomatie ist nicht so gut, oder? Nee. Also alles, was nicht zweistellig ist, würde ich irgendwann mal austauschen. Ja, ja. Bei mir taugen sie sogar was. Ich habe hier einen mit zwölf Militär für Marschall. Mein Spitzel hat auch zwölf. Mein Verwalt, also alle haben sie zwölf. Irgendwie ist in meinem Land die Nummer zwölf sehr beliebt. Mein Ratsmarschall, mein Marschall ist tatsächlich, obwohl ich eigentlich recht friedlich sein will, naja, friedlich, äh, mit 18 gesegnet. Der höchste Wert. 18. Das ist schon ziemlich hoch. Ey, ich hab, ich bin so fromm und, und so mein Ratsbischof mag mich trotzdem nicht. Was soll denn das? Ich hab jetzt schon den besten Marschall genommen und er ist trotzdem immer noch feige. Das ist der beste Mann am Hofe. Das kann ja nur gut gehen. Der ist immer noch trotzdem feige. Also, falls jemand von euch einen fähigen Marschall hat, der mal einen Prakti sucht oder sowas, ich wüsste da ein paar. Was, der König von Frankreich ist nicht verheiratet? Das ist normal am Anfang, ja. Der ist noch ein junger Mann. Der Philipp. Gut, dann wäre ich soweit. Ich wäre auch, der Heiratsantrag auch geprüft, wir können gar nicht heiraten. Nee, du hast leider deine sexuelle Orientierung sehr eng gewählt. Bei dir mach ich eine Ausnahme. Ja, ich glaub, das kann man nachträglich leider nicht mehr ändern. Aber ich hab noch eine Tochter, wobei die hab ich jetzt auch schon weggegeben. Aber ich besorge einfach eine zweite, okay? Ja, okay, okay. Wird gewünscht, dass du deine Tochter an den König verschacherst. Ja, solange ich am Ende damit gut bei rumkomme, ist egal, wo sie hingeht. Ich glaub, du musst noch auf die Zweidung runterstellen, Maurice. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr alle soweit? Jo, jo. Dann? Jo. Auf geht's! Oh Gott, let's go. Wahrscheinlich buhlen gerade alle um die gleiche Frau. Okay, das hat geklappt. Ey, die alle das Genie genommen? Ja, ich hab sie nie gekriegt. Ah, du Sack, die wollte ich auch. Keiner weiß ihren Namen, aber nur, dass sie sehr schlau ist. Ach, ich hab mich für was anderes entschieden. Ich hab mich für die Gräfin Sibylle entschieden. Also für die Sibylle von, äh, Besancon oder wo auch immer die herkommt. Du bist schlimm, Denzel. Aber warum, warum will sie jemanden wie dich, wenn sie doch... Oh, hier ist, hier ist noch ein Genie. Aber auch eine Keucherin. Das ist nicht so schlimm, meiner ist auch ein Keucher. Ja, nee, sowas will ich doch hier gar nicht in mein Haus haben. Ein alter Asthmatiker, der wahnsinnig ist. Ja. Aber das ist nicht oft so, dass man hier immer um die gleiche Frau am Anfang sich, äh... Ich hab schon eine. Und sie ist Plünderin. Die Plünder hat gern. Wird nicht annehmen? Warum will sie denn nicht? Hä? Das müsstest du an... Ach, die hat gerade geheiratet. Die heiraten wir hier alle gerade weg, aber nicht mal nur mit euch, sondern auch einfach random. Ja, ja. Das ist ja schlimm. Weißt du, das... Es sind nur noch welche, die schlau sind. Das ist ja... Maurice, das Problem ist, glaube ich, einfach, du siehst den einfach zu alt und ehrwürdig aus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Das, äh... Bei mir wissen sie, der ist halt auch alt. So, mal Frage an Denzel. Hast du irgendwelche Expansionspläne, die du jetzt schon verlauten lassen willst? Ja, bitte nicht. Wir sind ja quasi Nachbarn. Ähm... Also, ich gebe zu, dass ich natürlich meine... Die angrenzenden Reiche direkt mal checke und für mich direkt dieses Bigorre attraktiv aussieht. Das, äh... Durchkreuzt das deine Pläne? Ne, überhaupt nicht. Also, ich hab sowieso vor, erstmal in dem eigenen Herzogtum zu bleiben. Also, ich gehe Richtung Vor, also Volkes. Dann sind wir Nachbarn. Aber da gehe ich auch erstmal nicht drüber, weil ich glaube nicht, dass du dich mit meinem Herzog anlegen willst. Okay, okay, okay. Der nimmt das einem, glaube ich, übel. Ah, okay. Okay, und Graf Edo, was geht? Ich will ja nicht direkt gleich Stress machen da, aber wir sind direkt nebeneinander. Also, ich gucke gerade da im Süden dieses kleine Gebiet an, aber ich würde dann erstmal davon absehen, weiter nach Westen zu expandieren. Du kannst dich überall bedienen, so viel du möchtest, so lange du mich da sitzen lässt, wo ich sitze. Okay. Ich gehe Richtung Osten erstmal, du hast da deine Ruhe dann. Okay, das hört sich gut an. Also, aber am Anfang gehe ich erstmal nach Westen. Aber nur die kleine Ecke da. Die kannst du haben, die kannst du haben. Und dann kannst du Richtung Osten gehen und Norden. Und dann kannst du alles haben, was du möchtest, außer dieses kleine Stückchen. Schönes Land, was ich bewirtschafte. Ich würde dem nicht trauen, dass... Hallo? Ich weiß nicht mal, was ich hier tue. Also, ich bin mir wirklich keine Gefahr. Ja, ja. Wenn ich Denzel wäre, würde ich einfach Herzog werden und dann Edo P. Vasalisieren. Vollkommen in Ordnung, da bin ich, glaube ich, sicher. Dann kannst du sogar in seinen Rat gerufen werden. Stimmt, ja. Oh, sehr gut. Oh, versehentlich pausiert. Verzeihung. Kein Problem. Boah. Wie, ich bin nicht im Rat meines Herzogs. Der muss abgesetzt werden. Ah, er hat's gehört. Okay. Ja, aber Maurice, du hattest recht, ich bin direkt mit Kriegsvolkregimenten gestartet. Das hatte ich noch nie. Das normale... Ja, das fiel mir auch auf. Dein Typ hat eine ganz gute Startposition irgendwie. Dass du hier... Das ist aber neu. Das ist doch jetzt seit dem letzten Patch, glaube ich, dass jeder auch mit Regiment an startet, dass man den Nachbarn nicht mehr so direkt überrennen kann. Mhm. Ah. Das habe ich leider jetzt auch erfahren musste. Ah, deswegen. Ich habe nämlich auch welche. So, bekommen wir ja alle anderen, was man hat. Aber, aber ich meine, das hat offenbar nur so halb... Gut, mein Nachbar hat auch welche, aber weniger als ich. Das, äh... Das ist komplett random, wie gesagt, auch die Häuser, die man... Also man hat jetzt auch schon Bauten drin, habe ich festgestellt, aber das ist auch random. Ja, was mir auch schon mal in dem vorherigen Ränkespiel aufgefallen ist, ist, dass die Burgstufen auch random sind, sodass manchmal du das Pech hast, dass dein Nachbar einfach richtig schwer befestigt ist. Mhm. Ah, jetzt mein, mein Bischof billigt mich endlich. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier hoffentlich, äh... Wie erbilligt dich? Mich feiert meiner. Weil ich... Meiner mochte mich irgendwie nicht. Das fand ich ein bisschen dreist. Meiner mochte mich auch nicht, ja. Manchmal sind die so. Und ich bin doch so, so ein sympathischer Typ. Also mein Bischof ist, äh, ja, der 121 Jahre alte Opa. Das wird hier auch schon. Ich meine, wir müssen aber ein bisschen so immer gucken, was so im... Weil Frankreich ist ja oft ein Land, gerade auch am Anfang, wo es recht bald zur Sache geht, ne? Also wo Könige aufsteigen und fallen und so. Da bin ich mal gespannt, wie das in dieser Runde laufen wird. Sag mal, Maurice, ich frage nur so, äh, wo ist dein Land nochmal? Hier ganz im Westen, ne? Ich bin quasi, äh, gegenüber von dir, genau. Ach, hier auch so richtig. Auf der anderen Seite von Frankreich. Okay. Wo bist du, Micha, nochmal? Äh, nordöstliche Ecke. Weise übrigens drauf hin, Micha, dass es die Regel gibt, keine Spielercharaktere zu ermorden, ne? Das weißt du. Ich hab noch nie einen Spielercharakter ermordet. Das stimmt, aber, aber, äh, ich natürlich auch nicht. Ich hab's versucht, aber es hat ja nicht geklappt. Ich hab ja letztes Mal versucht, dich noch zu ermorden zum Abschluss. Aber nein, nein, irgendjemand stolpert ja dann und lässt die Schlange fallen oder so. Ja. Im Chat wird auch schon gesagt, Edo hat gegen Leon gewonnen und erschätzt ihn nicht. Also deine, deine, deine komische Nummer kauft dir hier wirklich niemand ab. Also, so ein bisschen Age of Empires mit Crusader Kings zu vergleichen, das ist ja auch Äpfel und Birnen. Das stimmt, das stimmt. Und dann ist Mittelalter, also. Und Leon ist auch gar nicht so gut, aber bitte nicht weiter erzählen. Ich hab grad verkackt, verdammt. Bist du tot? Nein, ich, ich hab, äh, ich hab grad eben eine Intrige, die ich mit meiner Frau vorhatte, also, sie zu verführen, hab ich abgebrochen. Verdammt. Jetzt heißt das hier das Erste, was du hier als 120-Jähriger machst, deine, deine Frau verführen? Ja, natürlich, ich hab ja nicht mehr viel Zeit. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Man muss aus dem Leben, äh, noch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den letzten bisschen Saft aus der Zitrone pressen, weißt du, oder, das bisschen, was von Leben noch übrig ist. Ich bin so doof. Ich hab das Heiratsmenü nicht kapiert, ich hab's zu lange nicht gespielt. Jetzt bin ich auf meinen ganzen Töchtern sitzen geblieben, viel zu lang. Oh. Ja, die wär'n nicht besser, ne? Die ist jetzt schon 10 und immer noch nicht verheiratet, also verloopt, natürlich. Oh Gott. Du meinst die Welten, oder? Ja. Maurice, kannst du dich doch ein bisschen lauter machen im Stream, bist du da ein bisschen leiser. Ich selber? Ja. Ah ja, Moment. Aber du im Stream, hier im Discord passt. Ah. Was sind das da unten für böse Einheiten? Ob ich die wegdrehst, bist du ein bisschen leiser dann. Sind nicht meine. Äh, die laufen so rum, also, sodass sie nicht rot sind und du keinen, unten rechts, keinen so'n, äh, ich hab' Krieg-Zeichen hast, ist alles gut. Okay, okay. Ha, wen könntest du heiraten, Kleine? Wie heißt die? Belli-A-S-I. Oh. So, ich hab' übrigens zum allerersten Mal, äh, schon vom Papst Geld abgegriffen. Ach, verdammt. Falsch rum. Während Maurice sich noch bei seinem Bischof einschleimen muss. Ja, ja, es ist echt schlimm, dass ich find' das... Du bist schon beim Papst zugange. Ich find' das ziemlich daneben, ja. Ich hab' euch ja die Geschichte erzählt, ne, äh, ähm, Opa wird beim Papst einfach vorgelassen. Das ist einfach so. Du, Maurice? Ja? Ich hab's nicht interessiert, aber deine Frau ist top. Ich hab' null Prozent Chance, sie zu verführen, obwohl sie lüstern ist. Ja, die kommt halt bei mir auf meine Kosten, deswegen, äh... Null Prozent! So, ich führ' den ersten Krieg. Mit Erfolg. Äh, ich führ' schon den Krieg. Ah, okay. Verdammt, doch, ich hab' den Zweiter. Der Zweiter Krieg. Jetzt will ich schon nicht mehr, bin ich nur der Zweite. YouTube-Kommentare. Erster Krieg, haha. Ich werde derweil einfach mal ein Buch übersetzen. Ich springe jetzt vom Dach eines Gebäudes. Was? Okay, ich glaub' es hat geklappt. Äh, ist das dein Wahnsinn? Ja, nach der siegreichen Schlacht von Marl bin ich vom Dach eines Gebäudes gesprungen, um zu zeigen, dass ich unverwundbar bin. Und es stimmt. Was? Ich bin ich's. Ja. Das ist ja mega. Läuft gut für dich. Ja. So, alles so nach Plan hier. Den Moment hat einfach mal die Gravitation kurz mal weggeguckt, oder? Ja. Kann man dich mieten für Partys? Ich kann gerne ein Fest machen und ich mich dazu einladen, ist über lustig, aber die, ne? Nee, ich will nur, dass du kommst und von der springst, für meine Gäste. Als Show-Eck, ne? Ja, als Show-Eck. Und dann kommt dieser Vorführeffekt, ne? Platsch. So. Ach nein, das ist so ein Bischofssitz. Oh. Gut, bei mir. Ich hoffe mal, dass der Typ hier... Ah, der hat Verbündete. Ach, wie doof. Dem da oben. Gut, aber die kann ich irgendwie vielleicht trennen voneinander. Oder kann ich den umbringen? Ah, nee, leider, leider nicht. Warum willst du eigentlich meine Frau verführen, Denzel, nochmal hier? Warum hast du da überhaupt auf diese Option geklickt? Für einen Freund. Das sagt ja was aus, dass du das, dass du das... Ja, so Wingman-mäßig, oder? Ja, genau. Ich glaube, der will Kuckuckseier legen. Bin so Dating-Coach nebenbei. Das kannst du ja tatsächlich machen, ne? Du kannst ja quasi andere Frauen verführen und dann, wenn die Kinder da sind, Pause haben und es ist mein Kind! Und dann die ganze Welt. Oh nein! Ähm, ja, geht das endlich? Weil da muss ich zugeben, das hat mir ja im Spiel so ein bisschen gefehlt. Was passiert, wenn Bastarde gezeugt werden? Weil da irgendwie, die sind ja einfach nur Bastard und können dann legitimiert werden, aber mehr nicht. Und irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass man ja vielleicht auch dann sagt, okay, ich gehöre jetzt zu dem anderen Haus oder so. Also das geht, glaube ich, immer noch nicht. Ich schätze mal, dass das Paradox vielleicht irgendwann mal mit einem DLC nachliefert. Ich weiß es nicht. Aber ich stimme dir zu, das geht mir genauso. Da gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, da könnten auch ein bisschen... Ja, ich meine, das Ding wird ja noch, das wird ja noch haufenweise Zeugs bekommen. Das ist ja typisch bei Paradox. Mein Sohn. Warum habe ich noch keine Kinder, wenn meine Frau so auf mich steht hier? Ich habe schon einen jungen Sohn ziemlich schnell bekommen. Also meine Frau ist jetzt endlich meine Affäre. Also ich... Also ich... Okay. Ich glaube, meine Frau ist einfach irgendwie, weil ich selber, wenn ich selber sie liebesdinge, habe ich auch nur 10% Erfolgschance. Ich glaube, die ist einfach allgemein irgendwie nicht so wirklich empfänglich für Liebeskomplotte. Hashtag kein Fan von Fortpflanzung, oder? Ja, ich werde es trotzdem mal versuchen, sie zu verführen. Weil wir... Es muss halt ein Erbe gezeugt werden, Frau. So, und so... Da wird gerade gefragt, ob sie vielleicht Keusch ist. Keusch kann es natürlich ganz schön versauen. Nee, im Gegenteil, sie ist ja lüstern. Okay. Sie ist, äh... Lüstern gere... Gut, sie ist auch maßvoll. Dann red doch mal mit deinem Medicus, vielleicht liegt es an dir. Möglich, möglich. Aber sie ist auch rein, ich meine, sie ist ein kaufmännisches Genie, ne? Also alles andere, mehr brauche ich ja nicht. Ähm... Ich meine, es werden andere Erklärungen im Chat. Es kann schließlich auch sehr wollüstig und lüstern sein, nur halt nicht auf Männer stehen. Da habe ich gar nicht darauf geachtet, als ich den Antrag rausschickte. Stimmt, ja. Als sie geheiratet hast. Nee, sie ist heterosexuell. Also eigentlich müsste da alles passen. Ich meine... Sie guckt halt auch schon sehr unzufrieden rein. Ich weiß es nicht. Willst du noch weiter Richtung Westendenzel? Oder... Ich bin grad verwundet. Ich müsste Pause machen, weil ich war in der Prügelei und hab mitgemacht und das ging da hinten los. Ein Stück wieder gedauert. Ich würde ein Schauprogramm. Hier. Ich spring jetzt noch vor dem Dach und dann... Okay, ähm... Der Wahnsinn bricht durch. Was? Bei dir auch? Ja, äh... Ich frage mich grad, ob meine Frau wirklich ein Mensch ist. Okay. Und? Nachdem du sie gerade verführen wolltest, meinst du? Ja. Ich muss das grad eben überlegen. Shit. Ähm... Haben die hier alle Bündnisse um mich rum. Das ist ja schlimm. Was? Wie unerlich ist denn dieser Bischof, ey? 60% Chance, es hat geklappt. Frau ist schwanger. Yes. Mein Typ ist dagegen irgendwie emotionslos. Hat er gerade gemerkt. Er fühlt nichts. Das kann auch ein Grund sein tatsächlich dafür, dass es nicht so gut läuft. Ja, das stimmt. Aber ich hab dafür jetzt mein Buch übersetzt. Also... Und mich hat sie auch nicht angelassen. Aber das passt schon alles. Ich, 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 äh... Ah, ich bin melancholisch. Graue Tage. Maurice tut sich schwer, das Schöne im Leben zu sehen. Das, ähm... Das hast du aber random gekriegt, oder? Ja. Das ist ein bisschen was gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Dieser Bürgermeister, ey. Jetzt gehst du mir auf den Zeiger. Also das liegt, das liegt an manchen Perks, die man hat. Also ich, ich hab mal nachgelesen in der Wiki. Da kann man rauskriegen, halt einfach, dass bestimmte negative Traits, wie melancholisch, die können halt zum Beispiel, ich glaube, an deinem Schüchtern liegen oder sowas in der Art und Weise. Also das ist... Gibt so gewisse Chancen, dass so Sachen getriggert werden. Hm. Ich mein, das, das reduziert tatsächlich jetzt nochmal, äh... Die, die, äh, die Fruchtbarkeit. Und jetzt hab ich auch noch... Ich hab meiner, meiner Wollestern und Frau, ich dachte, ein Gedicht über körperliche Freuden kommt gut bei ihr an. Ähm... Aber nee. Du hast auch einen moderaten Gesundheitsmalus, ne? Also dir geht's nur noch in Ordnung, nicht mehr gut. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Mir geht's übrigens gut. Das freut mich. Ja, wir... Ja, schön zuhören. Ich bin auch in Ordnung. Ja, ich könnte dir helfen. Ach, wenn ich dir angreife. Wie könntest du mir helfen? Also ich hab ja ziemlich viele Truppen, aber zu wenig Ansprüche. Die können Krieg machen, aber ich weiß nicht wo. Wenn du irgendwas, Ansprüche hast, kann ich da einsteigen. Ja, ich bin, glaub ich, grad dabei, einen Anspruch hier zu bekommen. Und zwar hier in Bordeaux müsste da sein, genau. Da bist du quasi anspruchslos bei der Frage, gegen wen du Krieg führst. Sag Bescheid, wenn du Anspruch hast, sondern... Da können wir uns verbünden und da angreifen, ja? Also dadurch, dass ich melancholisch bin, kann ich jetzt auch einen Selbstmordversuch unternehmen. Ach. Das wird ja dann freigeschaltet als eine Entscheidung, die man machen kann. Was ja tatsächlich so dumm es ist, äh, spielerische Vorteile haben kann. Mhm. Weil manchmal willst du ja, dass dein aktueller Charakter, äh, abtritt. Aber du hast doch gar keinen Sohn, oder? Ich hab noch... Jetzt wär's dumm, aber, äh, es, äh, zum Beispiel in einem, ein, 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 ein Ränkespiel hat mich schon mal jemand dafür bezahlt, sich um, also ihn umzubringen, weil er sich nicht selber umbringen konnte. Und, äh, ich weiß nicht, war es Steinwallen? Ich glaube, weil, weil er halt seinen Erben an die Macht wollte und sich nicht selbst umbringen konnte. Das heißt, diese Melancholie, die ich jetzt habe, manchmal hat sie sogar Vorteile. Heißt das also, wenn ich der Meinung bin, dass ich zu viele Söhne habe, dann kann ich euch fragen, hey, nehmt meine Söhne, die ich nicht will, als Mündel, packt sie in den Kalk und tötet sie, dass ich nicht als Familienmörder gelte? Ja, zum Beispiel. Cool. Aber in dem Fall war es ja noch viel direkter, dass man einfach halt, äh, in dem Fall, da hab ich ja einen sehr starken Intrigen-Spieler gehabt als Charakter und hab halt einfach, äh... Ich hab einen Sohn. Oh! Oh! Captain Jackpot. Ich weiß, dass ich letztens hatte ich einen... Captain Jackpot. Ich hatte einen Sohn, der war Bluter. Und mir wurde gesagt im Chat, der stirbt bald, macht dir keine Sorgen. Oder er ist dann irgendwie 60 oder so geworden und ich bin ihm einfach niemals losgeworden. Also, manchmal werden sie auch alt. Wir haben übrigens Natascha im Chat, hallo, und sie fragt, für echtes Geld oder Ingame-Geld? Äh, ja, ich hätte auch echtes Geld nehmen sollen damals, das stimmt eigentlich. So. Ich kann jetzt auch mal den Papst um Geld bitten. Zeit, Zölibatär zu werden. Du brauchst eine positive Meinung, also der Papst braucht eine positive Meinung über dich und du brauchst mindestens 250 Frömmigkeit. Das heißt also, umso mehr Frömmigkeit du ansammelst, desto häufiger passiert ist. Ähm, okay. Aber der Papst muss ich halt mögen. Er mag mich, ich bin nur nicht fromm genug. Okay. Also, weil mein Charakter halt ein Theologe ist, ich mach halt 5,6 Frömmigkeit pro Monat, geht das recht schnell. Das ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, meine Skillung ist schon erprobt. Die taugt. Ja, ich bin ja auch, äh, eben, weil ich ja auch sehr, sehr gebildet bin, bin ich auch relativ fromm und das, äh, bringt einem da was. Also, gerade im Katholizismus, äh, ist das echt ein guter Weg, also sich auf Bildung zu konzentrieren, ne? Das ist am Anfang sogar besser, als ob man selber quasi geht, ich mach jetzt hier den großen Geld-Schäffler, weil am Anfang hast du ja nix. Mhm. Ist ja meistens besser, wenn man den ersten Sohn dann, also die zweite Generation dann erstmal, dann überhaupt nicht kriegt. Übrigens, nur damit's, damit's alle auch mitgekriegt haben, es ist jetzt, äh, die, die große, ähm, Eroberung von England passiert. Das heißt, wir haben jetzt in Frankreich hier ein Stück Land englisch, weil William aus der Normandie historisch korrekt, äh, rüber gesegelt ist und sich ganz England einverleibt hat. Das heißt, äh, das heißt, äh, das Leben wird, wird noch spannend, sag ich mal. Mhm. Ich hab auch ein bisschen einen Fehler gemacht, ich hab einen Anspruch fingiert hier auf meinen Nachbarn und nicht gecheckt, dass der, ne, dass der dem, äh, nicht dem William oder dem Herzog von Aquitanien untergeordnet ist, der nochmal halt ein eigenes Ding ist gegen den König von Frankreich, das heißt, ich kann da nicht hier einfach nur diesen kleinen Herzog angreifen, sondern tatsächlich ist es dann, werde ich dann direkt den, den ganzen, mit ganz Aquitanien es zu tun bekommen und muss jetzt einen anderen Anspruch irgendwo finden. Das ist ein bisschen traurig, aber ich bau dabei einfach weiter meine Ländereien aus und entspann mich hier so ein bisschen. Wie läuft's denn bei euch so? Auch ganz gut. Ja. Ich versuch grad den Krieg zu erklären. Ich auch und du versuchst es. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wenn du dich verbinden willst, musst du das vorher machen. Genau. Ich glaube, es ist 124, ich bin immer noch fasziniert, äh. Wie gesagt, also ich hab das absichtlich für dieses Format gewählt, einfach, dass es alle mal sehen, dass das geht. Das ehrt dich sehr und MacDenzel ist hier halt aber wirklich, der hat schon 1200 Krieger und ist hier, ist hier ganz gut am Start. Das, äh, aber es ist ja auch gut, dass hier in Frankreich ein bisschen eine militärische Macht auf, äh, aufgebaut wird, um der Bedrohung von England, die sich da heranschleicht, entgegen zu wirken. Das finde ich gut. Und unterschätzt mal das Heilige Römische Reich nicht, ne? Das ist der wahre Moloch hier. Ja, das stimmt. Das sieht auch immer auf der Karte so albern aus, finde ich. Irgendwie dadurch, dass auch die Farbe weiß hat, wirkt es so besonders irgendwie wie so ein monolithisches Monsterding, das da immer sitzt auf dieser Map und einen ganzen Bildschirm einnimmt. Aber ich tröste mich nicht immer damit, dass ich schon mal Kaiser dieses Molochs war, ähm. Ich habe jetzt Krieg erklärt, wenn sie mich nicht erwundert. Wem denn? Äh, ja, Bordeaux, nördlich von mir. Ah. Es kann sein, dass ich gleich weine, also. Ich habe ein Goldstück Schulden und deshalb kann ich keinen Krieg erklären. Ein Goldstück zu wenig in der Karte. Also du hast ernsthaft Bordeaux den Krieg erklärt? Ja, wieso? Das ist dein Herzog, ne? Oh. Interessant, dass das hier, äh, der ist viel, der, hast du da irgendwie einen Plan? Weil der ist viel mächtiger. Der hat ja nur 2600 Mann. Oh Gott. Äh, wie kann ich denn meine Truppen holen? Oh Gott. Äh, unten rechts. Mal kurz Pause machen? Ich mach mal Pause, mach mal Pause ganz kurz, ja. Unten rechts der rote Button, aber das Problem ist, äh, ich sehe den Kampf jetzt schon, das kannst du nicht gewinnen. Ja, oh Gott. Hä, mir wurde ja immer so, mir wurde gesagt, dass ich ohne Probleme gewinne. Okay, okay. Ja, warte mal, du musst halt deine Verbündeten. Keinen guten anscheinend. Du musst halt deine Verbündeten rufen, also das kannst du tatsächlich machen, dann ist das gar kein Problem. Ja, das solltest du schnell tun, genau. Aber du bist ja, du bist mit der Britannien verbündet. Ach, deswegen. Ich hab ganz viele, genau. Ja, die musst du rufen, also da müsste, müsste oben in derzeitige Lage, müsste ein Fenster sein, wo du, du kannst deine Verbündeten rufen. Ah, da, okay, okay, hier können Verbündete rufen. Da eben am besten alle. In deiner Lage alle. Ich hab jetzt alle gerufen. Das ist auch für mich gerade interessant, weil wenn jetzt hier gerade der Herzog von Aquitanien, wenn der hier gerade hier in dem Krieg sich beschäftigt, dann ist das ja vielleicht für mich eine gar nicht so schlechte Situation, um hier den Graf von Montaigur, der auch ein Lehnsmann von ihm ist, dass ich da angreife. Und, äh, ich warte mal noch ein bisschen ab, wie sich dieser Krieg entwickelt. Und, äh, du hast schon so gut verloren. Und, äh, deinen Verbündeten, äh, du verlierst ja nicht sofort, äh, wenn deine 1900 Verbündete oder sowas kommen. Sehr gut, da kann ich vielleicht profitieren von, von, von diesen, ähm, diesen Wirren des Krieges hier. Und ich glaub, selbst wenn du den Krieg verlierst, verlierst du nur Prestige. Okay, ich hab auf jeden Fall meine Verbündeten mal geholt und guck mal, was jetzt passiert. Es kann gut sein, dass er eingeknastet wird. Also ich glaube, der Kriegsgrund ist wahrscheinlich Unabhängigkeit, oder? Ich hab gesagt, dass er das Land mir gehört und hab da mal einen Bischof da losgeschickt und der hat da so ein paar Papiere besagt. Dann wirst du da nichts verlieren außer Prestige und Gold, was trotzdem natürlich doof ist. Und was nicht knast? Nee, nee, für einen Anspruchskrieg wird man doch in der Regel nicht eingeknastet. Es sei denn, du wirst gefangen genommen, das kann natürlich passieren. Aber dann musst du dich halt freikaufen, kostet halt Geld. Okay, okay. Also du solltest im Idealfall jetzt nicht selber die, also nicht die Truppen führen, weil wenn du als Ritter auf dem Schlachtfeld stehst, kannst du halt getötet werden, ne? Ja. Mhm. Okay. Gucken wir mal, was passiert. Wollen wir weitermachen? Jo. Ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt natürlich für mich hochrelevant, wie das hier alles läuft. Weil ich ja auch hier eigentlich angreifen wollte. Also ich kämpfe gerade auch schon das zweite Mal jetzt. Ja, ich hab halt, wie gesagt, ich hab genau den Fehler gemacht, den Edo gemacht hat, aber ich hab zum Glück es rechtzeitig gesehen, dass ich damit diesen Typen hier provozieren würde. Äh, und ich hab den Fehler gemacht, dass ich mir, ich hab mir keine Töchter am Anfang gegeben, das heißt, ich hab null Bündnisse. Äh, bin damit gerade... Oh scheiße. Mir fällt auch auf, das ist ja mein Lehnspferd, den du da angegriffen hast. Äh, eigentlich sind wir jetzt bei uns verfeindet. Oh Gott. Oh Gott. Da kann doch nicht... Scheiße ist die Gelegenheit, da ein Lehnsherrn loszuwerden. Ne, er kann ja das nicht, das ist hartcode, das kann doch nicht. Geht das nicht? Ne. Oh. Naja, oder ihn zu ersetzen. Also dein Verbündeter ist halt jetzt da oben, oben links am Start, äh, und lagert hier Montaigu, das hilft ja natürlich gerade sehr wenig, ähm, es hilft mir, weil, weil er damit jetzt, wenn er, wenn er den, den Graf von Montaigu hier platt macht, kann ich ja meinen Anspruch durchsetzen. Also ich finde diesen Krieg gut, den du da gerade führst. Ähm. Ich finde den nicht so gut, weil ich weiß nicht, wie der ausgeht, doch ich weiß ziemlich genau, wie der ausgeht. Ach, der ist schnell rum, so wie der gerade aussieht. Mhm. Na, warte mal ab hier, die Verbündeten werden doch bestimmt hier jetzt noch, äh, ich meine, sie helfen dir halt gerade wirklich nicht sehr viel. Ne, die sind irgendwie da oben unterwegs. Ja, das ist suboptimal. Ich meine, du kannst da auch hingehen und mal probieren, ob sie dann dir folgen. Manchmal folgt die KI dich ja. Ja. Folgt dich, folgt dir. Hier kommt auch noch jemand, Armee von Leiden, ist das ein Verbündeter von dir? Leiden ist schön. Leiden und Paar und so die französischen Namen hier sind, äh. Ja, Leiden ist so in Holland, oder? Ich weiß, es gibt, äh, es gibt ein, äh, ein Anime, äh, Violet Evergarden und die, äh, Japan spielt ja gerne mal mit deutschen Namen. Und, äh, die haben irgendwie nicht ganz die Wortstämme hier kapiert und da gibt es ein Land, das heißt Leiden und die Hauptstadt ist Leidenschaft. Äh, in einem japanischen, äh, äh, Serien-Ding, wohlgemerkt. Aber jetzt, jetzt kommen deine Verbündeten, guck, die kommen jetzt auch noch mit dazu und dann hast du eine 3000er Armee, das Problem ist, er hat jetzt hier gleich deine Hauptstadt. Ich weiß nicht, ob das dann schon reicht, dass der Krieg direkt als verloren gilt, wenn du rechtzeitig ankommst mit den anderen. Ja, guck mal. Das wird ganz eng. Wenn er halt jetzt Gefangene macht, also wenn es dich halt direkt gefangen nimmt, ist es halt sofort aus. Aber ich glaube, ich glaube, ich werde, ähm, jetzt das direkt nutzen hier und, äh, Geht ab hier. Ah, ist ja ärgerlich. Und da jetzt hier in den, in den Rücken fallen diesen, diesen Leuten und mir mein Land holen. Los Männer! Diese Grafschaft ist meine von Rechtens wegen immer gewesen. Weil jetzt kann der sich hier, jetzt kann der sich hier nicht verteidigen, äh, weil er in diesem anderen Krieg involviert ist. Das ist ja großartig. Achso, wer stimmt? Wer steckt da eigentlich alles mit drin? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Halb Frankreich inzwischen. Ja. Hier passieren Dinge. Also ich habe plötzlich nochmal einen Krieg. Wo kommt denn der her? Ah, der... Oh oh, Niederlage. Oh, das ging schnell. Ah, schade. Verdammt, jetzt habe ich hier aber doch gerade... Ah, das ist etwas ungünstig. Jetzt können sie sich ja mir zuwenden. Gut, möglicherweise werde ich jetzt auch auf die Fresse bekommen. Ziemlich sicher sogar. Ja, das ist suboptimal. Ich habe gedacht, ihr haltet noch ein bisschen länger durch. Ja, gut. Ich muss mich, glaube ich, wieder aufs Bücher schreiben konzentrieren. So. Aber ich lebe noch. Gut, da können wir direkt wieder kapitulieren. Oh mein Gott. Läuft boy. Es hat ja auch noch eine neue Allianz hier gebildet. Und der König von was? Spanien oder sowas? Könnte sich auch noch anschließen. Ne, komm, da kapitulieren wir direkt. Läuft ja richtig, ja. Ich habe mich auf euch verlassen. Ich dachte, ihr haltet jetzt diesen Krieg noch ein bisschen länger am Laufen. Ich bin ganz schön schnell. Ja. Ach. Was ist denn das? Ihr seid eine Enttäuschung, das muss ich hier schon mal sagen. Ich bin ja auch noch verschuldet. Ja, komm. Ich muss bald wieder einen Papst anbaggern, glaube ich. Anbaggern? Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut findet. Hm. Ich muss halt als nächstes hier. Oh Gott, ich brauche dringend einen besseren Diplomaten hier. Mein Ratskanzler ist halt eine komplette Null. Der beleidigt anscheinend alle. Und jetzt mögen sie mich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das nur an deinem Ratskanzler liegt. Du hast doch gerade einen Krieg erklärt, deinen Nachbarn. Oh, ja. Was mein Diener zieht in den Krieg? Dieser verrückte. Also hier sind viele Truppen unterwegs gerade eben. Ja, das meinte ich ja eben. Frankreich ist durchaus immer eine recht dynamische Startposition, weil da ziemlich viel passiert. Ich wollte sagen, eine Reise wert. Da kommen die ganzen Soldaten der ganzen Welt her. Ja. Du lange gewartet, werter Graf Bücherwurm. Äh. Vor fünf Minuten noch gefeikst. Die wunderbar, wenn man jetzt dem Nachbarn in den Rücken fallen könnte. Jetzt winselnd kapituliert, kommentieren sie bei mir. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich ein Mann von Ehre bin. Ich bin ein Bücherübersetzer. Mehr bin ich nicht. Und wie wir wissen, sind alle Bücherübersetzer unehrenhaft. Was durfte man noch mal nicht töten? Nur die Spielercharaktere und auch die Erden. Und die Erden. Und die Erden. Wie viele Erden, den Haupterben oder den Haupterben? Den Haupterben, okay. Also den Sparerben, ne. Warum? Was hast du vor? Warum fragst du so einen Freund? Es ist gar nicht beunruhigend. Ich check ja nur die Option. Immer wieder witzig, wie wenig beunruhigend eine Frage sein kann. Ja. So, Bischof, Freund, Nachbar. Wie wär's denn mit aufs Maul kriegen? Ja, bei mir prügeln sich auch jetzt die Nachbarn hier ganz gut. Nach der Frage von Denzel sehe ich jetzt schon mein Leben an meinem inneren Auge vorbeiziehen. Ja, du hast aber auch da sehr exzessiv expansioniert, oder? Kann das sein? Du bist ja schon immer schon gemeinsame Grenzen jetzt. Naja, ich hab jetzt schon vier Gebiete. Du sagst nicht mal hallo, da stellst du dich vor, neuer Nachbar kommt. Ja, ich wollte dich stören bei dem Chaos, was im Westen gerade eben abläuft. Okay, naja gut, ruhige Nachbarn habe ich gern. Aber du bist ganz schön, was hast du, fünf Herzogtümer? Äh, vier Grafschaften habe ich jetzt. Vier Grafschaften, okay. Aber wie gesagt, ich habe an euch kein Interesse. Ich schiele gerade eben auf die Krone von Spanien. Oh, von Spanien. Weil die haben so viele. Die haben Leon, die haben Kastilien, die haben Aragon, die haben Galicien. Die haben so viele Königtümer, da muss doch eins für mich übrig sein. Nein. Ich habe gerade jemanden in meinem Schlafzimmer überrascht, der Liebe mit einem meiner Gegenstände macht. Was für ein Gegenstand? Ein unschuldiger Gegenstand. Es steht nur ein unschuldiger Gegenstand aus meinem Besitz. Ja. Stellen Sie die erste Frage, die Ihnen in den Kopf kommt. Was für ein Gegenstand? Das ist die wichtigste Frage. Das hast du auch dann dem gesagt, der dir diese Nachricht überbracht hat. Was für ein Gegenstand, ja. Euer Hoheit, jemand macht Liebe mit einem Gegenstand in ihrem Schlafzimmer. Welcher Gegenstand? Du musst ein bisschen, was du rausschmeißen musst, wenn du nach Hause kommst. Ja, das stimmt, das stimmt. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, das ist richtig. Wie läuft es eigentlich in der Bretagne da drüben? Die könnte ich ja auch noch erobern, wenn ich mal ein bisschen mehr Truppen hätte. Ich muss noch etwas wachsen dafür. Ja, ungefähr ums Dreifache. Was? Inselchristen. Inselchristen? Was wollen die denn? Was wollen die denn da? Also ich bin dem Papst treu, weil der gibt mir Geld. Genau. Stehen wir auf der Gehaltsliste, ne? Ja, also Inselchristentum sieht mir wie eine ganz schlimme Ketzerei aus. Kann man das essen? Aber die haben auch ein paar gute Argumente vorzuweisen. So, ich pilgere dann meiner Jerusalem. Machs gut. Diese Entscheidung könnte mich zu einem Zyniker werden lassen. Ja. Das hast du dir schon mal im Leben begegnet, oder? Ja. Dieser Moment. Ne, da musst du nur sagen, ich bin in diesem Moment weit voraus. Ja, aber ich glaube, ich will lieber mehr Erfahrung. Ja, sehr gut. Aber jetzt könnte ich echt mal einen Erben allmählich gebrauchen hier, Frau. Du bist doch so lüstern. Was ist denn los? Ja, aber die ist wahrscheinlich bei allen anderen, nur nicht bei dir im Bett. Ne, aber eben nicht. Die hat ja... Denzel hat es ja auch nicht geschafft. Also die ist ja schon treu. Aber... Ich bin endlich auf die Minus raus. Yay. Ich habe zwei Gold. Zwei Gold. Verschuldet. Oh, es geben sich hier auch schon Herrscher dem Inselchristentum hin. Das ist ja hochbedenklich. Was, die kämpfen um die Norde? Also, Edope, Tipp von mir, guck mal Labor an. Also dieses Küstengebiet links unter dir. Das dürfte eigentlich schlecht sein für dich. Ja, das ist glaube ich ein bisschen klüger gewesen, als nach Bordeaux zu gehen. Ich hätte vielleicht doch nicht nach dem Großen greifen sollen. Es wird ja auch ganz gut gekämpft. Hier die... England gegen... gegen Mercier. Kämpfen sie irgendwie um die Normandie. Aber Mercier ist relativ unterlegen. Da geht es gut ab. Vielleicht gibt es da wieder einen Krieg, den ich irgendwann mal erfolgreich ausnutzen kann. Ich muss jetzt auch erstmal hier aus dem Minus wieder rauskommen. Aber Opa, wenn du das hier alles so analysierst und im Westen da auch Labor schon abgecheckt hast, dann bist du dir ja bewusst, dass deine Expansion hier und dann Richtung Spanien mich in eine Zwickmühle bringt, oder? Nö, eigentlich gar nicht. Ich habe gar nicht vor, nach Labor zu gehen. Also ich sehe dich als meine natürliche Grenze an. Ne, mit Labor meine ich nur, dass du schon Bescheid weißt über die regionalen Umstände hier. Ja, natürlich. Ich habe euch voll im Blick. Ich weiß auch, wie groß du bist. Du bist ganz nicht voll eingekeilt, das willst du wohl sagen. Nein, ich habe lediglich Edo P. gesagt, dass das für ihn eine Expansionsmöglichkeit wäre. Ich meine, für dich ist das auch. Aber du kommst ja klar. Das merke ich ja. Wie hört es denn für dich an, Denzel? Hast du Interesse da an dem kleinen Küstenstaat? Das kannst du ruhig haben. Ich meine, das gehört ja auch nicht zu deinem Herzogtum, falls du da mal Gascogne... Sehr gut, sehr gut. Da werde ich mir das über kurz oder lang mal verschaffen, wenn ich mal das Geld habe für das Aufgebot meiner Armeen. Lass ich gehen. Es wird im Chat gesagt, dass meine Frau potenziell zu alt ist. Sie ist inzwischen jetzt, sie war natürlich jünger, aber jetzt ist sie 40 inzwischen. Das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Also ich habe neulich noch ein Kind mit einer 48-jährigen Frau gekriegt. Ja, also ich dachte eigentlich auch, dass das jetzt noch nicht so weit sein sollte, dass gar nichts geht. Ich werde mal weiter an sie hinbaggern. Ähm. Vielleicht, es hat sie jetzt bestimmt auch nicht beeindruckt, dass ein Krieg so in die Hose gegangen ist. Muss man natürlich zugeben. Aber du bist immerhin, wie alt bist du jetzt? Mitte 20, du hast noch viele Jahre Zeit. Ja eben, eben. Weißt du, mir rennt die Zeit davon. Ich muss demnächst wieder meinen Tod vortäuschen und woanders hingehen. Also mein Charakter stirbt nicht. Er täuscht seinen Tod vor und verschwindet woanders hin. Hahaha. Das macht er seit an Beginn der Zeit so. Ey, wir können nicht nachweisen, dass es nicht so ist. Das ist richtig. Viel zu alt, hol ne neue, wird im Chat geschrieben. Nein, ich bin meiner Frau treu. Du machst also den Stark und bleibst seiner Ehre treu bis in den Tod? Richtig. So, jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen hier warten, bis der Papst mal wieder am Start ist und dann kann ich mir eine Grafschaft holen, immerhin. Sag mal, das stimmt mit dieser KI nicht. Ich hab dem jetzt viermal aufs Maul gegeben mit seiner Armee und er kommt immer wieder und greift mich an, es werden immer weniger Leute. Hey, wir sind nur noch 15, aber diesmal, diesmal, oh shit, wieder aufs Maul bekommen. Ich glaube, er kann aber auch nicht anders, weil er hat glaube ich keine Verbündeten und kann nirgendwo anders hin und ich glaube dann... So, aufgeben der Depp. Das macht die KI ja leider nicht, das regt mich auch an. Ja. Der könnte auch einfach bedingungslos kapitulieren in dem Moment. Jetzt sind sie alle tot und wahrscheinlich schon trotzdem noch einer irgendwo angelaufen. Okay, du hast 6000 Mann von uns umgebracht, aber jetzt, jetzt glaube ich, oh mein Arm. Derweil ist übrigens hier eine 9000er Armee unterwegs hier, also bei mir geht es hier gut zur Sache, England gegen Frankreich. Michael, ich glaube, sie versuchen dich einfach mit der Sepp Rennigan Taktik einfach mürbe zu machen, weil sie Welle um Welle schicken. Ja, Welle. Ja. Oh, hier ist ja auch interessant. Hier ist ein Nachbar, der gerade nur 59 Mann hat, aber der ist hier Vasall von der Champagne. Ningssucht. Finger weg von der Champagne. Ey, mein Typ ist offenbar, weißt du, jetzt habe ich hier die Schwindsucht. Was ist denn los mit meinem Typen? Das ist schlecht. Ich hoffe, du hast einen guten Arzt. Ja, wir werden jetzt hier, äh, ich rufe jetzt hier mal ein. So viel, weißt du, ich nehme extra den Lebenswandel mit Gesundheit und... Also, ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber dein Charakter, dem geht es schlecht, ne, der könnte echt sterben. Ja, ich weiß, ich habe keinen Erben. Meine Frau hat keinen Docker. Kannst du nicht eine neue Frau holen? Also, ich würde jetzt schnell eine neue Frau holen, ja. Ja. Kann er vielleicht jemandem helfen und die alte Frau beseitigen? Die kann einfach, ne, warte mal, kannst du überhaupt eine Ehescheidung machen? Geht das grad? Äh, ne. Du dumm. Ah, wenn sie stirbt? Ja, wenn sie stirbt, dann schon, aber ich kann keine, keine Scheidung. Kann ich sie ermorden lassen? Du kannst sie einkarkern und hinrichten. Das geht am schnellsten, aber das ist echt ne uncoole Weg. Gott sei Dank. Gut, also ich habe, ich habe wohl, äh, erstmal eine einigermaßen erfolgreiche Behandlung, äh. Ah, gut. Okay, jetzt, äh, jetzt habe ich hier jetzt meine Frau offenbart, warum sie keinen Bock auf mich hat. Warum? Gott geht nach draußen. Es ist spät und ich widme mich gerade einer packenden Abhandlung über die antike Grammatik. Gerade als ich anfange, über die herrlich schnippische Randbemerkung eines vorherigen Lesers zu kichern, tritt meine Gemahlin ins Zimmer. Rückgratloses Ding. Ihr vernachlässigt alles über eurem Studien. Von morgens bis abends lest ihr allein im Haus. Nehmt die Nase aus diesen staubigen Schriftrollen. Sonst braucht ihr heute Nacht nicht zu mir ins Bett kommen. Das, ähm. Okay. Ich kann jetzt entweder, wie ihr wünscht, dann kriege ich ein Jahr lang verführerisches Selbstbewusstsein. Du brauchst auch ein Kind. Ich kann sie einladen, ab jetzt ein paar Auszüge gemeinsam zu lesen. Dann kriege ich mehr Bildung, aber meine Frau mag mich noch weniger. Äh. Oder ich brauche dir nicht beizuwohnen. Ich habe die warme Umarmung des Wissens. Dann, äh, hasst sie mich komplett, aber ich krieg 100 Erfahrung und konzentrierter Leser. Oh Gott. Keine der Optionen klingt so, als ob du ein Erben da rauskriegst. Ich mach wie ihr wünscht. Da mag sie mich mehr und ich bin ein verführerisches Selbstbewusstsein. Komm, ich hab 31 Bildung. Ich brauch nicht noch mehr. Ich brauch ein Erben. Ja, das sagte die 31 Bildung, dass es Zeit wird von Erben. Was ist denn jetzt los? Der König schreibt mir, mein Bürgermeister, Ratskanzler Bürgermeister Orson von euch, hat es gewagt, jemanden zu einer fleischlichen Sünde zu verleiten. Das Opfer? Meine Großmutter. Das ist der König von England. Mein dummer Ratskanzler hat die Großmutter des Königs von England zu fleischlicher Sünde verleitet. Oh mein Gott. Ich kann es auch sagen, ha, ein guter Scherz. Ach, was ist denn los? Was passiert hier? Ich will doch nur endlich mal eine Grafschaft erobern und vielleicht Werben zeugen. Schön für dich, Wünschbeine wärs auch. Oh mein Gott. Oh nein, ich bin gestresst. Wie heißt denn deine Großmutter? Ich fürchte die auch noch. Das ist die Großmutter, das ist ja nicht meine, das ist die vom König von England. Okay, sehr schön. Seine Großmutter ist hier Prinzessin Adele von Frankreich, die ist 64 und wurde wohl irgendwie, hat hier eine Affäre mit meinem 24-jährigen Ratskanzler. Ist das großartig. Dabei ist sie paranoid, maßvoll und geduldig eigentlich. Es ist garantiert wahre Liebe, er hat es garantiert nicht auf den Thron abgesehen. Bestimmt. Kann es sein, dass England noch weiter expandiert? Ja, England versucht zu expandieren, aber es wird auch attackiert dabei. Also es wird spannend, wie sich das weiterentwickelt. Das ist so typisch, jetzt sitzen wir alle da als Bürger Frankreichs und sagen so, ja mal gucken, ob die unser Land erobern oder nicht. Was für treue Basallen der französischen Krone wir doch sind. Vielleicht gewinnen ja die Engländer, naja. Mir doch egal, wer unter mir König in diesem Land ist. Mir ist egal, wem ich mein Geld bezahle. Ich für meinen Teil heiße unsere neuen Herrscher willkommen. Neue Religion, ich mag Neues. Jetzt weiß ich, wie das mit dieser Straße des Triumphs gedacht war. Die wurde angelegt für die ganzen Erobrer, sodass man sie einen nach dem anderen so durchwinken kann wahrscheinlich. Also ich verzeihe meinem Bürgermeister auch, sondern übrigens, dass er die englische Königsgroßmutter verführt hat, aber er hat mir gerade Geld gebracht. Sehr guter Tausch, oder? Geld heilt ja eigentlich bekanntlich alle Wunden. Ich will jetzt hier mal was erobern, ey. Ich will diesen Sack hier, dieser achtjährige Junge da, der hier in meiner Nachbarschaft ist, der ist schwach. Den kann ich mir einverleiben. Ich habe echt ein bisschen das Problem, dass alles um mich rum Teil eines größeren Lehens ist. Also nach links kann ich nicht gehen, weil da halt die Bretagne ist. Oben ist jetzt direkt England. England ist nämlich wirklich genau an meiner Grenze. Also wenn sie Frankreich erobern wollen, bin ich der Nächste. Kannst du mit Thurin? Ach, das ist der achtjährige Junge. Aber Thurin gehört halt dem Herzog von Champagne, der 2600 Mann hat. Das ist ein bisschen das Problem. Diese ganzen kleinen Reiche hier gehören alle noch einem größeren Unterherzog, der halt Frankreich angehört. Das heißt, wenn ich aber auch zum Beispiel hier unten Montague angreife, dann muss ich halt, das ist das gleiche, was bei Edo passiert ist, dann greift der Herzog von Aquitanien direkt mit ein. Ich kann dir sagen, das ist nicht empfehlenswert. Richtig. Hab ich auch schon gemerkt. Deswegen warte ich jetzt einfach gerade drauf, dass ich, ich kann gleich den Papst am Geld anbetteln und dann werde ich mit diesem religiösen Geld den achtjährigen Jungen den Krieg aufbären. Äh, warte mal kurz, irgendjemand möchte mich einkerkern. Komm mal kurz Pause machen? Jawohl. Einkerkern, seid gegrüßt mein vorlauter Vasall. Ihr werdet hiermit wegen Verbrechen gegen die Krone festgenommen. Das ist das, was ich gesagt habe, weil du ihn angegriffen hast. Was, was sind denn deine Verbrechen? Sagt er das da? Hm, nö, nicht wirklich. Ähm, ich kann jetzt nur annehmen, oder wie? Ja, sonst erklärt er dir den Krieg und das willst du jetzt echt nicht, weil den gewinnst du nicht. Also nehme ich jetzt einfach an. Und das heißt, ich bin dann zehn Jahre im Kerker, oder was? Nein, also du musst dich halt freikaufen. Also du gehst dann halt direkt auf ihn, machst dann Rechtsblick, machst dann Freilassung vor Handeln und dann guckst du mal bei was er ja sagt, Geld, gefallen. Wenn du das Geld hast, nimm das Geld. Du sollst ganz schön nachtragen, oder? Dass er da fünf Jahre später kommt und mich dann erst einkejagert? Äh, Moment. Ja, der wollte mich jetzt fünf Jahre lang zappeln lassen. Der wollte, dass ich ein bisschen Geld ansammle dafür. Na gut, na gut. Micha ist kurz gerade im raus. Hm? Ja, stand da hinten dran, gräulich hat das Spiel verlassen. Was? Oh nein. Steht bei mir auch. Steht bei mir nicht. Bei mir steht auch, gräulich hat das Spiel verlassen. Nein, was? Okay, dann behaltet die Pause bei. Aber warum? Reconnecten. Und tschüss. Hm. Na gut, ich werd's mal annehmen und dann versuche ich mir wieder freizukaufen. Im Chat sagen sie bei mir, ich glaub der Achtjährige macht dich schwindsüchtigen Melancholiker immer noch fertig. Ja, ist gut. Was meine ich? Vor allem, er stimmt, der sagt wahrscheinlich einfach irgendetwas, dein letztes Buch war scheiße und dann bist du gleich depressiv, weißt du, und gibst auch. Vermutlich, ja. Nein, oh nein. Vielleicht sollte ich mich wirklich einfach umbringen. Wartet auf mich. Ja, aber was machst du dann? Dann fängst du einen neuen Charakter an und wie. Nein, nein, ich werde hier durchhalten mit diesem heldenhaften Mann. Wie alt bist du jetzt? Äh... 25. 25 erst. Eigentlich sollte ich gesünder sein, als ich bin. Du musst doch hoffen, dass du deine Frau überlebst, um dir deine neue zu holen. Ja, gut, die ist 41. Das müsste ich doch schaffen. Also du kannst sie immer noch einfach ganz stumpf umbringen. Ab in den Kerker und die Rübe runter. Das ist eine Option. Und wenn das jetzt bald nicht klappt, dann, ich meine, muss halt auch pragmatisch sein. Mach einen auf Henrich den Sechsten. Der Achtjährige hat früher einen Erben, wird hier auch noch gesagt. Äh... Es sieht übrigens aus, als würde Frankreich den Krieg durchaus gewinnen gegen England. Die haben ganz schön viele Leute. Ja. Also es ist eher so, als würde unser nobles Frankreich, unsere Nation, der wir ja auch patriotisch treu sind, ähm... sich gegen den englischen Invasor, der ja eigentlich ursprünglicher Franzose war, ähm, ist alles bisschen komisch hier, äh, durchsetzen. Ist doch schön. Nein. Äh... Wisst ihr noch, als ich vorne ein neues Passwort anlegen musste für den Multiplayer-Dienst von Paradox? Ja. Das habe ich vergessen. Ähm... Kannst du, äh, ja, dann, äh, kannst du mich wieder Passwort resetten? Einmal mit Prüf. Doch, ja, mach ich gerade einmal mit Prüf. Äh... Das ist ja auch schon eine Stunde her. Das stimmt, das stimmt. Wenn wir im Chat sagen, sie übrigens jetzt schon quasi, dass mein Charakter wohl noch am längsten leben wird, wenn das so weitergeht. Ja, das... Das kann sehr gut sein, das kann sehr gut sein. 150 Jahre alt, guckt sich um, warum sind alle tot? Ich hab mich für 50 Gold wieder freigekauft. Sehr gut. Bin wieder zurück. Und normalerweise müsste das damit jetzt auch abgegolten sein, deine, äh, Strafe. Ich hoffe, dass er mich nicht nochmal einkerkert. Ich glaube, das geht normalerweise nicht. Na gut, na gut. Ich halte mich jetzt noch fern von dem. Wobei ich mir nicht sicher bin bei Perverse oder sowas. Also das sind so Sachen, die können, glaube ich, oder wenn du, äh, Ehebrecher bist. Ich bin mir nicht sicher, ob die mehrfach triggern können. Ich hab mich nicht mit, nicht mit Gegenständen vergnügt, daher, äh... Es gibt nämlich so ein paar Sachen, die haben nur eine Abklingzeit und sind, also weil die so schlimm sind, dass sie dann später wieder relevant werden. Ja, es ist immer verrückt, wie komplex auch dieses Spiel ist und was da eigentlich alles drin ist und wie das alles miteinander interagiert, das ist wirklich verrückt. Ich finde eine Wissenschaft für sich. Definitiv. Na, so. Und drin. Brau einkerkern und eine schwangere Frau heiraten wird mir in Chat empfohlen. Mein Chat ist moralisch immer nicht so ganz einwandfrei. Eine schwangere Frau heiraten, ist es dann dein Nachkommen? Das ist eine sehr gute Frage. Geht das? Wenn eine schwangere Frau heiraten ist, ist es dann der Thronerbe? Interessant. Ich glaube, das geht... Weil die Blutlinie ist ja durchbrochen. Ja. Ja, aber ist egal. Ich glaube, das geht. Dann gibt's halt höchstens dann den Verdacht... Ja, meine Gene sind ja offensichtlich eh scheiße. Also die Blutlinie zu durchbrechen, diese schwindsüchtige, ist vielleicht auch gar nichts so verkehrt. Schwindsüchtig, melancholisch. Was kommt als nächstes? Dir fällt einfach spontan ein Bein ab. Das ist... Du kannst auch einen Bastard legitimieren, kann man anscheinend. Dann sind wir alle wieder am Start, oder? Dann können wir weiter machen. Jawohl. Ja, da geht's. Ich kann jetzt hier nämlich gleich mal den Papst anbetteln und dann wird das hier hoffentlich auch was. Erkläre ich diesen Krieg, oder nicht? Ich bin echt. Ich beobachte wirklich gespannt, wie das hier oben... Gut, ich muss jetzt, glaube ich, wirklich mal ein bisschen hier auf die Gesundheitsdinger skillen im... Oben ist echt gut was los, oder? Wenn man da so hochskaut, ist es ganz schön viele Einheiten, die da durch die Gegend laufen. Das ist aber auch echt krass viel los. Ja, es geht total ab. Jetzt bin ich sehr froh, im Süden zu wohnen. Ja. Also ich gebe zu, ich habe in jedem Ort von Frankreich geplaytestet, weil vorhin jemand gesagt hat, ich hätte mich vorbereitet. Ja, habe ich. Aber so krass ging das bei meinem Playtest da oben. Da habe ich als... Welches war es, was ich da... Genau das, was gerade im Linksbild belagert wird, von den 4800, den habe ich gespielt. Ja, gut, dass du ihn nicht jetzt genommen hast. Guck so aus dem Fenster, ja, immer noch Belagerung. Und nicht mal meine. Aber ich meine, wir sehen ja unten, das wird ja hier gleich... Frankreich entscheidet das hier gleich jetzt für sich. Und dann, äh, dann ist alles gut. Jetzt sind ich mal Ruhe im Karton. So kann ich jetzt nicht den Papst hier... Jetzt bin ich auch noch unterernährt. Der stirbt bald. Du hast ja zu viele Bücher gelesen und das Essen vergessen. Das ist relativ eindeutig, dass der jetzt gleich weg vom Fenster ist. Das Spiel würde ich tot sehen. Ja, aber wirklich. Warum kann ich den Papst nicht anbacken? Wo ist der Papst nochmal? Ich will doch nur hier ein bisschen Geld. Geld erbitten. Er wird nicht annehmen. Grundzurückhaltung. Komm, dann lass uns doch mal hier ein bisschen... Ich nehme mal an... Unsere Spielgrenzen sind Frankreich, ja. Das heißt, wir haben das Spanier, so sollten wir ja nicht ausbrechen. Doch, darfst du. Doch, doch. Der Staat ist... Wie du möchtest. Ah. Ich hab das vorhin ernst gemeint mit Spanien und Krone und so. Ah, da treffen wir uns in Spanien. Das ist warm. Tatsächlich wäre es ja auch gar nicht anders möglich. Ich alleine durch William den Eroberer ist jetzt halt ein Teil da oben England, ne? Und dann bist du halt automatisch plötzlich nicht mehr Frankreich. Stimmt auch, ja. Ach, sei doch einfach nicht mehr verbündet, Bischof von Chalon. Ja, das ist immer nervig, wenn die KI irgendwelche starken Verbündeten hat. Die sind nicht, das sind niemals starke Verbündete. Aber ich bin leider nur mit Irland verbündet und die sind mir zu weit weg. Ah. Ah. Ja, ich hab das Gefühl, heute bin ich der Depp, den sich das Spiel zum Prübelknaben auserkoren hat. Letztes Mal war es der arme Denzel. Heute werde ich irgendwie mit einer Krankheit nach der anderen gegeißelt. Komm, wir führen diesen Krieg jetzt hier. Ich meine, das ist halt auch so ein bisschen unsinnig. Ich verstehe nicht, warum der Papst mich nicht mag. Wir Zünder. Ah ja, klar, wenn du den Einmal im Geld bittest, dann mag er dich schon mal weniger. Wer hätt's gedacht. Das heißt, das geht auch nicht ständig. Dabei bin ich so fromm, weißt du. Endlich ist meine Frau schwanger. Ja, schön für dich. Ich hab echt Luxusprobleme, ne? Ich hab meinen Sohn Jackpot bekommen und danach, also er heißt auch wirklich so. Und danach hab ich mich für Zölibat entschieden. Ich hab grad fast aus Versehen zwei meiner Kinder miteinander verheiratet. Das ist zumindest, dass sie verwandt sind und sehr insüchtig sein kann. Das ist das Mittelalter, ne? Ich meine, wenn du Glück hast, bekommst du dadurch sogar einen Bonus. Aber nur, wenn du Glück hast. Ist es, okay. Dann kannst du reinglütig werden. Das, was die Habsburger verzweifelt versucht und nicht geschafft haben. Die Habsburger, ja genau. Die muss ich auch gerade denken. Ansonsten wirst du nämlich nur inzüchtig. Das ist der negative Trade. Boah, wie viele Truppen haben die denn? 1400? Und wie viele Verbündeten? Also Verbündeten. Ach so, mit Verbündeten. Die fahren hier mit 1400 Truppen aus Irland rüber und ich so, hm. Didn't know. Ja. Das ist alles suboptimal hier. Oh, out of sync. Out of sync. Wer denn? Ah, den Senzel. Okay, ich verlasse das Spiel und komme gleich wieder. Ja. Sollen wir dann, müssen wir glaube ich jetzt klicken, dass wir jetzt ohne ihn fortfahren und dann... Ja, ich hab auf Pause gemacht, dann kannst du gleich wieder rein. Boah, dass ich diese Schlacht gewinne, ist aber auch pures Glück, ne, dass er eigentlich schon verheizt hat. Da ist Mack Denzel wieder am Start. Ja, warte noch einen Moment, der lädt bei mir immer so lange rein. Ich bin im Ladescreen. Übrigens sind jetzt England und Frankreich verbündet, hab ich gerade gesehen. Mhm. Die haben's eingesehen. Ich mein, wir haben diesen Krieg eigentlich gewonnen, aber anscheinend war es ein reiner Verteidigungskrieg. Das heißt also, da ist jetzt nichts weggegangen hier von den englischen Besitztümern in Frankreich. So, da bist du wieder Denzel, dann machen wir weiter. Ich bin wieder drin, kann weitergehen. Gut, bin noch gespannt, wie sich das hier entwickelt mit Frankreich und England. Ich hab das Gefühl, das wird nicht ewig so halten. Ja, lass mal nur mal das Heilige Römische Reich loslegen. Ja. Oh shit. Ich will doch nur den hier plattwalzen, ey, mehr will ich doch gar nicht. Tötert sie. Kann Maurice nicht adoptieren, weil ich glaube nicht, dass er das überleben will. Das ist eine gute Frage. Kann ich irgendeinen Höfling zu meinem Erben machen? Das habe ich noch nie gemacht. Ich muss schon meine Kirche plündern, damit ich aus dem Pakot rauskomme. Das sieht gar nicht so gut aus. Bei der Höfling sind alle ein bisschen Crap. Die gesamte Bündnisstruktur ist Crap. Meine Güte. Ist mir noch nie aufgefallen, wenn eine Armee unterlegen ist in der Schlacht, dann kniet sie sich so hin, während sie die letzten Schläge kriegt. Ja. Ist ja gemein. Richtig auf die Fresse. So richtig devot, ne. Ah, hier sind meine 1500 Verbündeten aus Irland. Willkommen. Oh, die haben einen Katapult dabei. Das ist ja nett. Meine Frau wurde beleidigt von meiner Hofärztin. Uff. Ist immer gemein. Du hast echt das beste Reich von uns allen. Sie ist morgen früh schon weg. Ich kann sie jetzt aus dem Reich verbannen. Oder ich versuche es zu regeln. Versuche es zu regeln, natürlich. Oh, Korrexia. Sie hat mir die Wahrheit erzählt. Meine Hofärztin hat meine, äh... Ich traue mich halt nicht irgendwas zu machen, was meiner Frau missfällt, weil ich jetzt einfach meinen Erben brauche. Deswegen muss ich sie jetzt... Meine Ärztin brauche ich halt irgendwie auch, ne. Als schwindsüchtiger, unternährter Melancholiker. Äh... Ich, äh... Ja. Gut. Das war alles ein wenig schade. Haupt... Alles für meine Ehefrau, ne. Ähm... Aber jetzt gleich bin ich aus den Schulden raus und dann wird direkt der achtjährige glatt gewalzt. Ich sag's euch, ey. Der kriegt's jetzt so auf die Fresse, ey. Oder der Elfjährige von nebenan, ne? Also der andere. Ja, Stütti gibt's auch noch. Aber der hat halt einen starken Vasallen... Das ist so gut im Gegenteil von Kindern. Ja, der hat halt einen starken Vasallen, der ihn schützt. Also einen starken Lehnsherren, der ihn schützt. Der andere hat niemanden. Hier, Graf Bouchard. Also halt schon, aber das ist der gleiche wie ich. Deswegen kann ich da... Ist da noch gehören zu Champagner? Ah, Tatsache, ja. Hm. Naja. Naja, nicht mehr lang. Ich find's bewundernswert, Maurice, dass du deiner Frau immer noch treu bist. Das... Das ist ja... Richtig lebensgefährlich für deine gesamte Dynastie. Und ich dachte... Ja, der hat halt einen guten Verwaltungswert, was will ich sagen. Verwaltungswert. Was ich besonders an dir mag. Der ist ein kaufmännisches Genie. Ja. Klingt wie ne Traurede. Ich stell mir grad eben quasi so eure private Keminate vor, wenn ihr so zu zweit abends im Bett liegt. Lass uns über Buchhaltung reden. Vielleicht vergiftet sie Maurice auch langsam und heimlich, wird bei mir im Chat gesagt. Das kann natürlich auch sein. Glasstier mit dem Essen mischen. Dass sie schuld an all dem ist. Du hast auch noch nichts erobert, oder Maurice? Nee, aber jetzt. Jetzt ist der 8-Jährige dran. Okay. Okay, viel Erfolg. Malhin fertig. Frankreich. Der hat keine Verbündeten. Nichts. Was? Der ist mit Frankreich verbündet, dieser Mistherzog? Nein. Das ist bitter, ne? Verbündet sich der mit seinem eigenen Lienzherrn, Schleimer? Ach ne, mit dem Prinzen. Jetzt so rum. Schleimer. Prinz Robert der Alte. Los Männer, ihr werdet doch jetzt hier hoffentlich siegen. Von Burgonja. Okay. Rüppelchicken Kind, der Kampf des Jahrhunderts. Nein, Perversion. Umtriebige Perversion. Eine meiner Gäste. Den ich in einem meiner Gemächer halbnackt begegne. Ich habe derweil einen glorreichen Sieg hier errungen. Der 8-Jährige konnte meiner Armee nicht standhalten. Seinsten Soldaten. Mein Reich wächst. Wir erobern jetzt hier diese Burg. Oh, ich kämpfe jetzt auch. Ich hoffe, das geht diesmal ein bisschen besser aus als letztes Mal. Gegen wen denn? Äh, gegen die... Alabo. Wie heißen die da? Genau. Der Typ, der vorher die Großmutter verführt hat, des englischen Königs, wurde aber leider verwundet in der Schlacht gegen den 8-Jährigen. Also, äh... Wie heißt das so? Die Schlacht gegen den 8-Jährigen. So geht sie in die Analen der Geschichte ein bei uns. Ja. Das besingen auch die Barten bei dir, wie du diesen 8-Jährigen verprügelt hast. Höchstpersönlich. Schlacht gegen den 8-Jährigen. 2 Meter groß war der. Ich habe gestern, gestern im Crusader Kings Reddit war einfach der Top-Post, ähm, erklärt mir das. Also, der ist ja auf Englisch. Explain. Ähm, wo eine Schlachtstatistik war, ein glorreicher Sieg. 20.000 Mann haben gewonnen und dabei 37 Mann verloren. Ich dachte, ey, was ist denn das komische? Und dann sehe ich, der Gegner war ein einziger Typ. Wow, ey. Der halt es geschafft hat, 37 Typen aus einer Armee von 20.000 umzubringen, bevor er bezwungen wurde. Ein Mannsager. Wenn die alle nacheinander angreifen, dann? Ja. Wie in Assassin's Creed, ne? Ey, der 8-Jährige kommt nochmal zurück, der will nochmal aufs Maul. Das ist jetzt auch wirklich seine Schuld. Ja, das ist doch das. Das sage ich ja, ne? Die letzten 8 Mal haben wir verloren, aber 9 Mal? Ha! Ja. Ich kann mir die Eigenschaft Kräuterkündler... Ja, die gibt mir einen Gesundheitsbonus. Komm, her damit. Komm, jetzt haben die schon wieder keine Steuern, die Hunde. Ich wollte gerade eben meinen Lehnzahn ermorden, aber doch nicht. Das ist zu riskant, am Ende knastet er mich ein. Ha! Ha! Diesmal sieht es besser aus. 3.000 gegen 300. Das kann ich schaffen. Ha! 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 Ja, der Achtjährige konnte nicht widerstehen und wurde plattgewalzt. die zweite schlacht gegen den achtjährigen wie sie in die analen auch noch eingehen wird war ein noch größerer erfolg ist es die schlacht gegen den neunjährigen gute frage moment ist er inzwischen sogar schon elf jährigen das ist das woran ich mich immer erinnern werde an diesen achtjährigen also jetzt kann sich doch meine frau auch nicht mehr beschweren dass ich nur im zimmer sitze jetzt habe ich doch eine schlacht geschlagen ich habe das nur gemacht um sie zu beeindrucken ich sehe schon dass es diese art von ehe sie kurz mal so hoch und macht und macht dann weiter mit ihrer grammatik alles schlimm was unter der ritter den ich von meinem gegner gefangen haben heißt gar gar mail dass ich bisschen sonderbar warum heißt er wie ein schlumpf wer hat ihn so genannt ich nicht aber ich habe jetzt an meinen hof rekrutiert oder hat immerhin 15 kampfstärke vielleicht ist es dieser gar gar mail weißt du fragt ihn doch aber so kleine blaue pilzdörfer zu schlüpfen kennt kommen die schlimm finde ich auch aus frankreich ich glaube ja ließ schlimm ich werde auf jeden fall nachgucken wo gar mehr herkommt weil wenn der hier auftaucht dann scheint das ja irgendwie schon ein echter name zu sein ja stimmt entschuldigung oder jetzt habe ich ja hoffentlich hier ich bin wo die schon verkommen und nicht frankreich ich finde es immer so schrecklich wenn so mächtige vasallen wo du feststellst ich guck deine werte an ich wundere mich dass du sprechen kannst und du willst im rad sitzt das sind genau die die alle bei mir im rad sitzen eigentlich okay alles andere ist die katastrophe die ehefrau die gesundheit die nachbar immer noch unter gewicht ja aber ich habe jetzt immerhin so ich habe jetzt hier auch noch einen gefangen genommen so ich habe den achtjährigen gefangen genommen und seine schwester als erst noch ein bisschen lösegeld fordern ich bin immer noch der meinung dass man noch viel zu wenig mit gefangenen tun kann ja ja das wäre jetzt erst um ein 17 gedanke gewesen der erste ist so zwangsverheiraten im knast weißt du so die du nimmst die königin von irgendeinem land gefangen die ist noch unverheiratet so du heiratest mich jetzt punkt geht leider nicht mit konkubin glaube ich wenn du konkubin in deinem glauben ich habe es gut gold gemacht in diesem krieg und eine neue provinz gewonnen das leben ist gut ja ich auch ich habe auch mein land erweitern können wundervoll nation danke jetzt hast du glaube ich sogar genügend um theoretisch deinem also dem herzog vor dem du dich in acht nehmen muss den titel also den herzog titel der gascon hier abspinstig zu machen ja mir fehlt ja nur noch bordeaux dafür jetzt musst du einfach nur hoffen dass der stirbt okay das gehe ich hin ich kann warten aber das schlimme ist warte mal okay haupt erbe ist die königin von galizien das heißt kärz die königin wird ihr wert dann keine franzosen mehr ihr wert dann plötzlich galizien also du und densel und ich glaube auch ne moris nicht ja ist ja in ordnung oder das geld zahlen das ist eigentlich richtig geil habe ich mit gehören oder so jetzt kann ich auch den papst wieder um geld bitten dass allmählich wird das hier was leute und ich habe jetzt eine konstitution mir erlangt das heißt ich hoffe dass ich jetzt vielleicht noch ein wenig leben und wir haben ein bisschen die die truppen erhöht und so jetzt kann man weiter schauen wo kann man als nächstes angreifen das gehört mir das hier hätte ich halt gerne aber das gehört leider dem herzog der champagne die britannien ist auch sehr stark ich kann hier nirgendwo gut angreifen das ist echt ein bisschen schwierig den da vielleicht oder 1400 holy shit ich bräuchte halt wirklich kinder um ich wunderte bündnisse schließen zu können das ist gerade echt ein bisschen mein problem alle um mich herum haben natürlich halt haben bündnisse und also die ist jetzt 44 jetzt bin ich auch der meinung dass sie ja packen solltest ja es ist glaube ich wirklich allmählich ich habe schon vier kinder gezeugt möchtest abhaben das ist eine neue strategie europäne so holst du jetzt das land von moris genau ich verstehe immer meine kinder habe ich gemacht irgendwann mal überall da hat mein kind gegen mein kind eine schneeballschlacht verloren jetzt mag es mich nicht mehr allen respekt verloren habe ich denn irgendein irgendeine frau am hofe die gute eigenschaften hat nämlich wirklich er wird sich noch umsehende typ so dass gott mein typ ist halt auch so unattraktiv durch seine schwindsucht dass er niemanden verführen kann wie kann man denn seine frau loswerden also kann ich sie einfach einen herrn und hinrichten ja kann man das kannst du auch mit deinen kindern machen ist halt der uncoole weg ausgezögert aber jetzt denkst du auch drüber nachher ja es geht ja nicht wobei bei deiner frau zählst du glaube ich nicht als sippenmörder bei deinen kindern würdest du als sippenmörder durchgehen und könntest von deinem lebensherrn dann eingeknastet werden können wir 30 sekunden pause machen jawohl super danke ja es muss jetzt tatsächlich leider sein werte gattin ich war ich war dir echt also ich habe ja wirklich finde ich mein bestes gegeben also du kannst auch gerade nicht scheiden das geht immer noch nicht genau da sagt der papst leider minus 62 da will er will er überhaupt nicht das heißt ich glaube ich muss sie einfach ein kärkern dann sind zwar meine untertanen mögen mich weniger aber was will man machen also ich meine ich war jetzt echt am start und habe ein bestes gegeben aber jetzt muss jemand hier her der ein bisschen williger ist weil weil die dynastie es geht es geht um die dynastie dass das ist ja einfach das will ja jeder verstehen sucht am besten jetzt gleich eine die von anfang an fruchtbar ist oder so richtig richtig irgendwie so richtig ich wollte ja die die denzel jetzt hat die hat er mir weggeschnappt und ganz wichtig guck auch eine die dich mag also die auch hohe meinungswerte über dich von anderen hat wobei das mit so vielen krankheiten vielleicht schon schwierig ja das ist tatsächlich ein bisschen ein problem ich bin ja selber auch nicht sehr fruchtbar dadurch ich stelle mir das gerade so vor du stellst dich dann quasi deiner neuen frau vor und fließt wie so eine pfütze ist ganz schlimm es gibt einen krieg um touren interessant das ja jemand vielleicht ist das hier wieder etwas was ich ausnutzen kann vielleicht ist es auch was ich ausnutzen kann warte mal verteidigen gegen herzog von apitanien um den anspruch von graf emmerie auf die grafschaft von touren und graf ist keine ahnung wer ja ich finde das mit oft das schwierigste an diesem spiel tatsächlich dass sie ständig mit irgendwelchen namen ankommen wer war das noch mal der ganze südwesten von frankreich kämpft gerade gegen den nordosten und ich bin ja genau ja gut ja das wird das wird schon das wird schon wenn jetzt hier der herzog ein bisschen schwächelt ja ich fühle es ein unabhängigkeitskrieg gegen mein herzog genzel ist gerade noch auch noch weg da ist er wieder dann machen wir weiter oder gerne vielen dank so ich werde meine frau ich versuche sie jetzt einzukerkern mal schauen was passiert wie ist aus der sie hat sich aufs land geflüchtet und jetzt ist sie schwanger oder was die schwanger geworden wirklich aber in dem moment wo sie abgehauen ist jetzt wahrscheinlich verdient schwanger weil nämlich alle verarscht hat die hat einfach die war schon lange schwanger die hat einfach nur so lange verhoben bist und jetzt ist sie irgendwann ist immer noch plus drei also sie war sie passt mich jetzt auch nicht komplett schauen wir einfach mal was jetzt weiter passiert weil jetzt jetzt kann ich sie ja nicht kann ich ja nichts mit ihr machen also sie ist jetzt weg das heißt ihr habt und längst versucht sie einzusperren ja schau mal was passiert ich weiß gar nicht was passiert wenn sie jetzt dieses kind bekommt also wo das dann wo das dann ist und so ein bisschen und am kämpfen denn sie das bin ich nein das genau so der fall auf meinem gebiet mein feiger lebensherr ist auf dein gebiet geflüchtet aus lauter trotz ist sie schwanger geworden sagen sie im chat ja ich kann keine tempel abreißen oder nee das geht nicht weil die wollen keine steuern zahlen die leute hier um die kirche rum wohnen das ist das denn sie das mal gucken den silber greifst du hier etwa jemanden ich ist ja er möchte sich jetzt als dritte fraktion hier irgendwie ein aber dröselt man bisschen auf was passiert denn bei euch gerade hier also eigentlich kannst du mit meinem lehnsherrn machen was du willst ich bin ein loyaler mensch ich fände es bloß cool wenn ich vorher unabhängig werden durfte ich muss ehrlich zugeben ich wollte eigentlich heimlich toulouse einnehmen wenn du da kämpfst und als meine armee da einfach so denn ausgehoben wurde habe ich gesehen dass ich da einfach mitmachen kann ja was hast du gegen mich gekämpft und nicht gegen meinen lehnsherrn ja das habe ich jetzt auch gemerkt aber das fand ich auch seltsam wieso weil ich habe ja nicht dir den krieg erklärt ja das liegt daran dass ich immer noch der wassal bin das ist nicht unbedingt aber ich bin immer noch der basal also wie gesagt wenn du warten kannst dann mache ich das mit toulouse schnell oder aber ich versuche jetzt tatsächlich im erzieher ja manchmal schauen so oder so ist es schwach also du willst du die toulouse holen oder weil ich habe kein interesse kannst du haben kannst du meinen niederbrennen es ist mir so egal ich wollte dann nämlich zuvorkommen weil ich habe das gesehen wie du da anfängst zu kämpfen und er ist ja komplett zugemacht meine ostflanke und da dachte ich sneaky hole ich mit toulouse vorher dass das jetzt so mein verständnis einhergeht ist auch nicht schlecht also ich wenn du nichts dagegen hast gehen meine truppen deinen aus dem weg okay alles klar dann bleibe ich nur für toulouse ich möchte nur der herzog von landock werden das ist ein ganz anderer herzog als der von toulouse okay na gut wobei du bist mir gerade mega unterlegen ich könnte dich gerade vorhin bin ich nicht bin ich habe ich habe noch 1500 verbündete da oben rechts die da auch schon belagern ja das stimmt wenn du dich auf die verlässt habe ich gute chancen aber ich bleibe bei toulouse alles gut ich meine ich habe ja jetzt schon 21 prozent von der unabhängigkeit und wie gesagt wenn die unabhängigkeit durch ist dann sind auch keine feinde mehr ist dann unabhängig krass dann bin ich unabhängig und kann relativ schnell dann herzog werden weil ich besitze eigentlich alle länder für das mein sohn mein erbe so ich habe jetzt tatsächlich einen sohn nenne ihn morris morris de la morris heißt jetzt wirklich so ja ausgezeichnet ich meine der ist der ist jetzt mit mit meiner frau irgendwo wo ist der wo ist kuhnerei abschaft von kuhnerei das ist irgendwie nicht rechts ging zu adn sie ist mit meinem sohn in die britannien geflohen das kann ja natürlich nur gut sein wenn ich halt eigentlich gern die britannien erobern aber die haben als 2300 mann und sind auch noch mit england verbündet gut das ist ein bisschen schwierig habe ich auch nicht verheiraten mit irgendwas anderem außer meinen eigenen höflingen weil weil er hat irgendwie nicht bei mir ist ist dass du in dem moment weißt du hast ja alles also ich bin ja eigentlich sogar schon dankbar densel weil du hast jetzt tatsächlich dadurch die armee von ihm abgelenkt also die stresst mich jetzt nicht mehr dieses bei dir ja das stimmt ich überlege ob ich sie jetzt einfach platten macht und meinen siegen hast du geführt aber irgendwie das sind alles so große reiche hier das kann ich nicht ausnutzen dass jetzt gewinnen die das auch noch die idioten ärgerlich gegen galizien was ich muss auf deinem gebiet blut vergießen vollkommen in ordnung jeder sagt gerne sehr viel blut es könnte sein dass du mit hochwasser also hochblut zu kämpfen hast du los das ist kein problem solange ich das lange das nicht mein blut ist ich habe die schwindsucht verloren es wird allmählich hier mal wieder jetzt habe ich einen sohn ich muss ihn nur noch irgendwie an meinen hof bekommen ich kann ihn einfach an meinen hof einladen weil ich habe meine frau habe ich halt eingekann aber ihn ja nicht ihn kann ich jetzt zurückholen an den hof dann kommt die frau hat bilderweise wieder aber jetzt jetzt taugt sie mehr auch wieder bisschen was jetzt ist sie ja so und jetzt hier du unterrichtest bitte moris moris de la moris wie stabil ist dieses heilige römische reich da passiert gar nichts willst du dass es irgendwie zerfällt oder wie also manchmal eine option ja das wird schwierig dass das so fällt so schnell weil es ja auch eine wahl monarchie ist es nicht so einfach dass es zerfällt für mich müsste sich nur der westliche teil ein bisschen die stabilisieren also es kann manchmal passieren also dass zum beispiel besser kann oder was ist das hier normalerweise die provence bricht manchmal raus habe ich so den eindruck weil dann kann burgund entstehen aber dafür sind wir glaube ich noch ein bisschen früh im spiel einmal schauen so was geht bei euch da unten krieg zu viel zu verwirrend ein dreiecks krieg aus der hölle kämpfen da alles gegeneinander also densel kämpft gegen meinen lebensherren gegen den ich auch kenne aber da hätte ich ja immer noch teil des lebensherrens bin kämpft densel auch gegen mich in dem gratulis auseinander im grunde genau ich bin raus zack viel spaß mit toulouse jetzt kann ich endlich mal ein bisschen bündnisse schließen jetzt jetzt wird es hier allmählich was sage ich euch aber unabhängig bist du ja noch nicht graf opa jetzt bin ich herzog opa aber er hat aber nicht unabhängig du bist aber nachher richtig reich okay das ändert sich auch nicht so schnell also da sehr unwahrscheinlich aber es ist mir sogar schon im rat des königs er möchte den rat von opa haben und stellt mich ein als ratskanzler mit diplomatie 6 toller könig ja das machen sehr oft du hier bist halt gerade im krieg gegen aquitanien immer noch nicht wirklich irgendwas wo ich jetzt hier sinnvoll angreifen kann das ist bisschen blöd ich habe jetzt zu einem einigermaßen starken verbündeten england im norden von dir ist viel zu holen wenn ich irgendwie wenn dieses bündnis mit mit der bretagne es gibt eine es gäbe eine möglichkeit wie wir uns etwas teilen könnten weil dein lieber nachbar aus tourenn ist verbindet verbindet mit meinem nachbarn aus valois und mein nachbar aus valois wird sich vielleicht bald einer konfliktsituation ausgesetzt sehen das problem ist dass ich eine gelegenheit das problem ist dass mein nachbar halt immer noch den lehnsherren aus der champagne hat der 3700 mann hat wenn ich den angreifen wenn ich weil war den krieg erkläre und du hypothetisch gesprochen mit mir verbündet wärst aber keine ahnung aber dafür braucht maurice kinder um die oder ein anspruch ich glaube ich glaube das funktioniert aber so nicht weil dann hätte ich ja keinen anspruch auf turan dadurch aber hast du den anspruch auf turan nee der müsste ich mir noch holen habe ich mir gesagt noch nicht geholt weil ich weil ich eh noch das ist eigentlich angreifen du hast immer noch keinen anspruch auf sein land wo jetzt irgendwie inzwischen ist er 16 o gott der zeit verfliegt ja der herzog thiebald ist halt das problem ich versuche jetzt gerade mal wissen durch einen mordkomplott der der bretagne ihr bündnis mit england wegzunehmen weil wenn das funktioniert dann ist die bretagne vielleicht mit mir und meinem verbündeten zusammen dann müsste nur der graf edo halt nicht einschreiten wenn ich da die bretagne mehr holen will aber ich würde er nie tun auf gar keinen fall kämpfe hier und meine eigenen kriege dann fange ich schon mal an mir hier ein ein anspruch zu holen ich bin immer so ungeduldig wenn es um das papst geld geht ich muss noch mal noch zwei jahre oder wie ich es meine schweigegeld damit ich nicht erzähle was wirklich passiert ist damals im paradies ach ich dachte gerade mein erbe nuckelt an dem fisch aber hat einfach nur seine seine behandschuhte hand immer so am kinn das wäre auch mal so ein trade daumenlutscher ja naja auch nein ist schon wieder neuer bischof auch bitte und wieder hasst er mich oh nein ich habe immer noch denselben meines erst 40 also der weiß doch nichts zu leben so allmählich allmählich wird das hier was langsam aber sicher sage ich euch jetzt gewinnt die tatsächlich diesen krieg ey nichts glauben nicht zu glauben so leute es ist mal wieder eine volle stunde lasst uns mal kurz vielleicht ein Resümee ziehen ich mache mal kurz auf pause dass jeder mal kurz sagt was so bei ihm gerade Sache ist weil ich glaube dass die zuschauer da ein bisschen einen überblick haben bei mir kann ich es relativ schnell machen ich habe jetzt endlich einen erben das heißt die dynastie ist einigermaßen gesichert und ich habe sogar eine grafische erobern können das heißt allmählich wird es jetzt hier langsam mal geht es voran nach einem sehr von krankheit gepeinigten start aber ich bin sogar die schwindsucht los das heißt es kann jetzt nur noch aufwärts geben und ich habe jetzt so ein bisschen meine augen auf die bretagne geworfen und hoffe dass mein mordkomplott hier gegen diesen typen der für das bündnis der bretagne und england verantwortlich ist dass das aufgeht weil dann kann ich die bretagne vielleicht meinem eigenen verbündeten hier in berry der immerhin auch 1500 mann hat weil ich noch mit einer söldner truppe oder dann kann ich da einfallen und mal ein bisschen was reißen vielleicht werden sehen dann gehen wir mal weiter edo was was geht bei dir du bist hier unten ich bin hier unten genau hast du auch ein bisschen expandiert wenn ich das richtig sehe ein bisschen du wirst ja meine verbündeten angreifen da oben aber ich glaube das ist mir sogar fast egal ich stelle wieder ansprüche ich stelle wieder ansprüche auf bordeaux beim ersten mal hat das ja sehr gut funktioniert ich saß dann im knast reingekauft ich probiere es aber noch mal weil ziel sollte da natürlich irgendwie sein vielleicht so ein herzogtum auch mal dann zu haben ja gucken wir mal was passiert ich meine wir können das richtig hinterlistig timen dass du angreifst und die bretagne mit in den krieg rufs und während die dir noch hilf greife ich an das wäre doch sogar tun das ist natürlich von mir ganz schön ganz schön dirty dass ich meine verbündeten da so ja aber ich meine du gewinnst ja einen einen schwindsüchtigen buchübersetzer als neuen freund dadurch dass das ist doch viel besser als was die bretagne dir bieten könnte der nicht so potent ist noch dazu ja wir können darüber reden wenn der anspruch so weit ist das dauert noch ein bisschen aber dann können wir auch bei mir auch ich muss auch erst mal wieder holen sehr gut bitte nicht angreifen sorry bitte nicht angreifen bevor ich nicht die verbindung zu mir holen okay das ist natürlich okay dann haben wir gräulich du redest immer die ganze zeit von kriegen die andere leute führen bist aber auch schon selber bisschen expandiert wenn ich das richtig hier sehe wie läuft es denn bei dir ja wir haben das geholt was uns zusteht ich versuche ein bisschen auszubreiten richtung osten wo so lauter kleine grafschaften liegen mal gucken wie das funktioniert ich könnte krieg erklären gegen das heilige römische reich aber da warte ich noch ein bisschen wenn ich dann den anspruch bekommen habe durch zufall aber den durchzusetzen das wird eine weile dauern naja und wir wir blocken hier so ein bisschen von ziehen hier oben würde ich sagen ich sehe gerade dass dein lanes herr tatsächlich auch dieser tibald von champagne ist du bist gar nicht direkt dem französischen könig unterstellt sondern ich bin diesen 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 sack der mich auch die ganze zeit so nervt weil er halt lehnsherr von allen leuten um mich rum ist so dass ich die nicht angreifen kann also sobald du mal irgendwie hier den gegen den bisschen stress machen willst da bin ich auch am start ich bin leider noch zu schwach halt gerade aber hab auf jeden fall im hinterkopf ich mag den auch nicht und dann gucken wir mal glaube ich wo es am bisschen am am meisten hin und her geht bei mörb und bei denzel mörb du hast gerade irgendwie bist am krieg führen wenn ich das richtig gesehen habe oder jetzt nicht mehr meine kriege habe ich jetzt hinter mir ich habe fünf grafschaften jetzt unter mir vereint das ist eine grenze bin ein herzog geworden habe mit denzel zusammen so ein bisschen jetzt meinen ehemaligen lehnsherrn verdroschen der hat auch noch gleichzeitig to lose jetzt an denzel verloren und ja also wir haben so eine kleine gemeinsame geschichte haben uns auch gegenseitig zum maul gegeben so freundschaftlich unter nachbarn das war ein liebst doch lustiger kampf der hatte überhaupt keine auswirkung unserer armeen haben sich grundlos geprügelt aber danach hatte keine weiteren konsequenzen wir haben danach was haben wir die ecke hier nochmal wo sind wir vor toulouse kommen komisch wie auch immer ich finde so lustig also ich stelle mir das sofort unsere beiden armee trafen sich auf schlacht weil haben sich verhauen und dann so moment ihr seid ja gar nicht moment ihr seid ja gar nicht kennt ihr diesen asterix comic wo asterix ich glaube und als gladiator als als legionär wo dann die pompeische und die caesarianische armee gegeneinander kämpfen und die beide exakt gleich aussehen und dann so das ist das sind meine leute blaß du mal zum rückzug für deine leute ungefähr so ja aber was ist denn denn was sind deine weiteren pläne so weit die sie uns mitteilen willst die sind eigentlich zurecht überschaubar weil im grunde sieht man ich habe link im westen von mir habe ich graf edo im osten von mir habe ich herzog opa das ich kann nur noch nach norden im grunde also ich mir ist sogar der weg nach spanien abgeschnitten einmal geografisch durch das gebirge und durch herzog opa der sich echter krass breit macht aber wir kommen momentan noch nebeneinander gut aus und und herzog opa will nach spanien wenn ich mich recht entsinne genau also das ist der plan also ich habe jetzt noch vor mir noch uses uses wie auch immer das letzte was halt zu meinem ah ja gehört von meinem ehemaligen lebensherrn abzuknabbern dann wird er noch schwächer dann kann sich denzel da um den rest kümmern von dem und ich habe das der typ gegen oder kämpfen muss eine zufriedene memme ist das heißt der wird wahrscheinlich nicht viel widerstand leisten und wo siehst du das eine zufriedene was der uses typ graf gillem von uses ist eine zufriedene memme ach so ja das heißt er ist wahrscheinlich nicht der stärkste feind und es mit aber er hat auch noch er hat auch noch verständnis für meine situation finde ich gut finde ich gut sehr gut ja dann machen wir weiter würde ich sagen und schauen mal in einer stunde wieder wie es dann um all diese pläne gediehen ist es wird nichts schief gehen weil in diesem spiel ja nie irgendwas schief geht mal schauen wann die schwindsucht mich wieder nimmt bei mir ist vor allem auch interessant das ständig um mich herum mein typ will blei zu gold verwandeln ich habe ein gutes gefühl dabei nachdem ich vorher so verschuldet war will ich jetzt schon mal gucken was da geht blei zu gold bleizucker könnte meinen eigenen bleizucker für das bleizucker klingt nicht gesund würde ich auch nicht unbedingt essen ich habe einen bleizucker hergestellt ohne zwischenfälle und wie schmeckt da ich weil er von mir ist ich habe natürlich perfekten bleizucker gemacht lecker bleizucker bleibt zu gold ich lege jetzt brauche ich algen ich wusste gar nicht dass es im spiel drin ist was du machst ich erlege meinen untertanen eine algensteuer auf dafür dass du inländisch bist ist das ein super plan entweder eine sehr sehr große schnappsidee oder du denkst sehr weit voraus bist du an der küste bist altensteuer die leute müssen halt wahrscheinlich steuern zahlen jedes mal wenn am meer dann algen angeschwemmt werden ja ganz genau genau so ist es du scherz aber genauso endlich habe ich die erforderlichen reagentien für die herstellung von goldregen so wird dies mein magnum opus lasse das experiment beginnen ich kann auch sagen was mache ich da nur das ist doch dämlich dann erhalte ich zehn jahre lang logisches denken aber nein das experiment los ich will gott nachdem ich den bleizucker in die lösung gemischt habe wurde plötzlich alles strahlend gelb für einen moment überkam mich zweifel als die mischung durch das kochen durchsichtig wurde aber nach dem abkühlen sah sich wie sich goldfarbene kristalle in meiner flasche bildeten bei näheren betrachtungen wird mir klar dass ich bei diesen kristallen nicht um gold handeln kann da sie durchsichtig sind allerdings ist es möglich dass diese reaktion einer der legendären zwölf wesentlichen prozesse ist die zur herstellung von gold erforderlich sind ich kriege 50 gold 53 prestige und einen bildungs wandelpunkt bin ich der wahren umwandlung einen schritt näher leute ist nicht wahnsinnig also ich bin gebildet und ich habe ich wurde ich wurde verraten aber ich habe ich habe den typ von der britannien ermordet das heißt der bündnis mit mit england ist jetzt weg das heißt das wird das wird gut das wird gut leute jetzt muss ich noch meinen anspruch her und dann muss mein verbündeter aus berry muss man dann helfen und dann dann kriegen wir das dann kriegen wir die bretagne also zumindest ein teil davon aber übrigens eben auf was die truppen angeht also ja ich kann ja noch söldner anheuern ok wenn du die kohle hast klar ja ja ich habe 120 das müsst ihr wissen wissen was müsste er gehen klar barcelona und so ein scheichtum prügeln sich auf meinem grund und boden spanien ist anscheinend nicht groß genug ja mir von leider war das genau genau leider hat leider verloren wenn schon nicht könig frankreich dann wenigstens könig der nerds sagen sie in meinem chat zu meinem erfolgreichen versuch gold zu produzieren ja darauf ziehe ich jetzt noch ab ich will jetzt ich will jetzt das gold produziert bekommen dieses match noch meine freunde aus touren sind übrigens gerade im krieg mit mir und sterben ist das nicht meine freunde berry sind meine freunde ja ich meine ja auch deine ach so ach so die jahre zeichen also ihre truppenstärke nimmt gerade rapide ab ich sag's nur falls da mal irgendwas geplant ist ja wie gesagt bei bei denen halt eigentlich schon aber es ist immer noch ich komme halt immer noch nicht durch ihren vasallen hindurch weil du kannst dir angreifen ohne weil ihr vom gleichen lehnsherren seid aber ich kann halt also egal wie schwach die sind ich muss halt immer mich mit ihrem herzog also auch deinem herzog prübeln vielleicht stirbt der aber bald der ist schon 68 ach das ist doch noch jung diese kinder hier da habe ich gerade mal gesagt halbzeit so gleich müsste ich auch wieder den papst anbetteln können sehr gut dass allmählich läuft hier was ja gut aber ich meine du hast auch echt am anfang echt das gut also ohne witz die größte arschkarte gehabt also gleich krankheiten reingedrückt bekommen keine kinder aber das ist halt was ich am anfang auch meinte das spiel ist halt halb skill sag ich mal halb auch ich bin auch nicht mehr unterernährt leute leute es ist ja richtig hier läuft richtig bei dir jetzt ich bin wieder gesund der sonnenseite des lebens aber immer noch melancholisch ja gut aber das geht ja nicht mehr weg ich sehe dass die britannien ist noch mal gefährlicher als ich dachte weil das ist sehr viel sehr viel kriegsvolk was die haben da muss ich grad noch mal ein bisschen was kontert denn leistungsvolk und bodenkämpfer im neuen linz herr im südwesten der herzog von akit ist zwei jahre erst zwei jahre ja ja das ist der moment wo man zuschlagen kann der hat gerade mal 700 mann also das ist für densel und für edo dass der moment und eigentlich das heißt dass ich würde sowieso gleich motto angreifen ja ja und theoretisch auch für für moris also wenn du da schon irgendwie in anspruch hast werden jetzt der dann südlicher ja der da der ist sogar nur 2 1 1 1 kind dass wir wieder verprügeln können wie wunderbar er möchte mich in seinem rat haben ja schön für gute ratschläge geben nein mein könig ich möchte nicht dass mein einziger sohn bei euch ausgebildet wird ich mache das selbst ich habe kein gutes gefühl dabei der verbündete ja geil da werde ich jetzt auch tatsächlich mal schauen unabhängigkeits kriege und dann kannst du mich auch dein eigener herzog werden denseln hast du glaubt schon genug länder ja perfekt jetzt fallen sie alle über dieses kind ja von allen wirst du dann den zelt der mein neuer wenn ich da dann bist du mein lebensherr er ist ja nur raus so wie ich raus können das ist eigentlich auch für dich jetzt die gelegenheit edo also jetzt auch mit draufhauen aber am besten sich nicht gegenseitig in die quere kommen ja ich bin immer bordeaux ich mal fang klein an sag bescheid wenn du bordeaux angreifst dann werde ich in der britannien einfallen da kannst du mir kannst du dir rufen endlich geht jetzt mal was voran ja klasse mein fest mal zum entspannen und was ist die leute nehmen sich daneben und ich bin gestresst ich brauche keine liebe nur gehorsam ich habe immer noch ein kind von einem grafen aus der nachbarschaft gefangenschaft und der will die ganze zeit die unter preis auslösen aber ich sag mir die inkubieren wir noch ein bisschen mein kumpel in berry wird auch immer mächtiger ich sag's euch hier kämpft auch irgendwer gerade was ist denn das die erste armee von brest so ich glaube ich würde das bordeaux angreifen und an die britannien holen ja geil da vorne ich finde das super ok ich weiß noch nicht was ich davon halten soll ist immer ein stärkster verbündeter der ich dann verliere aber moris doch noch nicht eben so sobald ich ein weiteres kind habe na gut ich fang gleich an was soll schon passieren naja konstanze von konstanz und derweil ist übrigens der der die engländer kämpfen wieder gegen irgendwie irgendwen anders die werden von norman angegriffen kann das sein genau aber warum ist mein lehnsherr der jetzt mein lehnsherr der warum wird es als mir wird gesagt das achten wahrscheinlich unser unser könig ist ihnen zur hilfe geeilt weil er ja so alt ich habe die britannien geholt ja jetzt stimmt die wollen glaube ich im boot fahren ja ist ja umso besser die brauchen wir ganz schön lange um da los zu fahren ich hab's ich hab's nicht eilig ich hab's nicht eilig gut meine meine ehefrau hat weiterhin keinen bock auf mich da kommen da kommen los geschwommen als mittelalter da stehen die nicht so auf belesenheit und so ja anscheinend da muss einfach du wirst du wirst du wirst irgendwie aus bleigold machen weil ich weiß nicht ob du dich für zu rettungsfähig ich meine ich habe jetzt meinen einen sohn mehr brauche ich von ehe eigentlich nicht also was was will die denn der ist ja immer noch oh gott los mein verbündeter komm her ich nutze es auch gerade doppelt aus weil der typ den ich konkret in der britannien angreife der ist auch noch gerade in einem eigenen krieg also die britannien ist im krieg und er selbst das ist halt natürlich perfekt ich bin ich bin halt der schäbigste kriegsführer von allen komplett ehrlos und widerlich ich lasse erst meinen verbündeten alleine machen ich muss ja erstmal keine truppen schicken moris ich hab mal angenommen dass ich dem helfe aber ich helfe dem einfach nicht okay ja sehr gut ich sehe schon machiavelli guckt aus dem graben und sagt sich quasi alter von dir kann ich was lernen ja mein verbündeter macht ja auch gerade gut der rott mit denen den boden auf das wird ein glorreicher sieg gut aber ich soll ich wollte schon noch mal mitmachen kommen es macht ja auch spaß krieg zu führen seinen eigenen krieg einfach mal nicht führen ich lebe übrigens ziemlich gefährlich weil ich meine armee die ganze zeit persönlich anführe und jederzeit sterben kann ja immer hast du keine schwinds aber du scheinst du zu gewinnen ja solange ich gewinne ist das wahrscheinlich gar nicht so wahrscheinlich dass ich sterbe aber ich glaube mal wahrscheinlichkeit ist schon da ja klar so wenn du halt eine ungünstige schlacht kommt und ein restrisiko ist in jeder schlacht für jeden charakter da los holt euch hier die gut aus bei der oma ist ja mega jedoch einfach nur noch hier bisschen gefangene machen um geld zu verdienen tatsächlich bist du gerade schon in der britannien drin mit den truppen ja das sehe ich gar nicht weil es zu weit weg ist man hört es bloß so auf die auf die britannien hätte ich schon bock muss ich sagen glaube ich das ist ja auch ein königreich ich meine das hat ein leichtester weg ein königreich zu holen nach wie geht es noch mal hier dass ich meine armee ja ich habe gerade eben so eine wartezeit zu bebrücken hier muss ich vorsichtig sein egal das wird schon alles hier ich muss nur aufpassen wenn der hier sich rüber bewegt dann in meinem land müsste er eigentlich aber dann da kommt jetzt die britannien zurück verbündete kommt ihr verdammt meine verbündeten checken nicht ganz dass sie mir helfen sollten sehr gut aber gut die schrift manche in paar monaten und dann können wir hier rüber nach saumur ihr habt die eigenschaft abgierig erhalten sehr schön die ist gar nicht schlecht es gibt kohle das einzige was ich habe ist geld du das sollte man nicht unterschätzen in diesem spiel das ist ja das hier oben rebellen doch ja bei mir auch gleich ist etwas nervig es sind nicht meine rebellen sind die vom nachbarn das nervt trotzdem wenn du da erobern willst dann stehen sie halt auch im weg ja genau stehen herum ist jetzt eigentlich die komplette britannia einnehmens also ich habe erst mal nur den anspruch auf hier eine grafschaft ok meine verbündeten checken nur gerade nicht ganz dass die andere armee gerade bei mir im land steht ich habe schon wieder das schneeballschlag gegen mein kind verloren was stimmt denn nicht mit mir machst du das mit absicht die ist acht jahre alt und ich verliere ja siehst du musst du jetzt mal bei mir gucken wie man mit achtjährigen umzugehen hat es sind einfach zwei pädagogische schulen zwei völlig unterschiedliche so leute kriegen wir das jetzt hier ja kommen wir machen erst mal diese belagerung zu ende und dann kriegt er jetzt halt da saumur da hinten dann passt das schon dann dann stellen wir ihn und krieg angefangen vergessen anzugreifen alter fehler ich bin jetzt radspitze von frankreich ohne schlecht respekt und sitzen wir jetzt im selben rad sehr gut nur dass ich halt der völlig unfähige diplomat des kreis des königs so verbündete jetzt folgt mir aber bitte wir müssen die hauptstadt verteidigen gut aber kriegen wir hin glaube ich das war ziemlich krass der könig hat nie kinder gekriegt übrigens besser wie moris fast ja unser könig oh tatsache moris du hast ja in game einen fan und das ist der krass frankreich er macht ja alles nach seine frau ist tot ja die ist tot und prinz hugo ist sein wer ist das das ist ein guter ein höfling sein bruder mhm aber der ist als 25 ok der kann aber nix wenn ich mir seine werte so angucke das wird jetzt wissen hier so ein ein eier tanz gegen die bretagne oh jetzt wird eng aber es wird es ist einfach nichts auf dem heiratsmarkt gerade eben ist echt schlimm aber du bist noch kein kein hat so gewohnt geworden dennsel oder ich bin noch kein herz ne da müsste ich ja erst den titel schaffen das ziemlich teuer und ich sehe auch den vorteil gar nicht so da ich gerne die grafschaften noch persönlich halte da kriege ich da habe ich ja mehr von tatsächlich ist das für dich überhaupt kein nachteil weil du behältst die ja die die du hast du hast dadurch dann nur die ansprüche auf alle die de jour zur zu dem herzogtum gehören und dein haupt erbe erbt dann auf jeden fall den haupttitel also du hast jetzt zwei söhne ansonsten würdest du jetzt 50 50 nachher alles von aufteilen und die hälfte verlieren an einen sohn ja das stimme ich bin ja erst 37 und darüber mache ich mir gedanken wenn wir westeuropa gehört okay dass das nicht so fällt dann in 20 jahren so jetzt haben wir hier eine recht knappe schlacht aber ich glaube wir gewinnen das wird uns viel kosten vor allem unsere verbündeten aber das leben ist hart das gewonnen ja und zwar richtig auf die nase gegeben habe ich ihnen das ist der moment wo ich versuche der britannien zu helfen ja mit all meinen einheiten perfekt du hast tränkespiel verstanden der britannien ist nichts mehr übrig bist du hier oben bist das ist die wahrheit oh gott ich bin wieder krank das gibt es doch nicht der papst ach ich kann jetzt endlich den papst zum geld bitten aber ich brauche keins ich würde es trotzdem nehmen ja aber ich brauche es ja nicht ich behalte lieber meinen glauben weil ich werde mich noch ein paar mal sündig machen glaube ich der moment wenn du zum papst sagst behalte das mal als anzahlung genau behalte du dein geld und dann erinnerst du dich noch als wir mal drüber gesprochen haben bischofssitzel wieder zu brennen was was oh nein haben die da oben alle bündnis gebildet jetzt gegen mich schwachmaten diese ganzen grafschaften da oben jetzt habe ich auch noch einen bauern aufstand am hals das gibt es doch nicht dagegen die wirst du dich ja wohl noch durchsetzen können solange sie keinen achtjähriger junge anführt dieser krieg dauert hier gerade bisschen zu lange sagt man wo sie ich denn noch mal wie mein herrschaftslimit ist wie viele grafschaften ich selbst halten können rechts das ganz ganz kleine ja danke okay stimmt danke ja 6 von 8 8 ja ganz schön ich bin ich bin verwalter okay wir haben mit 27 verwaltung da geht was das steuergeld plätschert geradezu herein ich bin nicht mehr krank diesmal ist es ist das auf meiner seite der das schicksal ich komme mir gar kein events ist ganz komisch grad ja wird passiert auch nicht so viel aber wenn er mal eins losgeht dann kommt zack 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 so dass du gar nicht mehr hinterher kommst dieses herzogtum müssen die denn verbündet sein die beiden burgund sehr gut dieser krieg er zieht sich auf allem dieser dieser bauernpöbel ich werde so viele bauern zur strafe hinrichten wenn das jahre ist das sage ich aber dass dass ihr euch ausgerechnet jetzt diesen moment aussucht wo ich endlich mal erfolg im krieg habe um mir hier in der ist das ist wirklich so weißt du so richtige das eigene volk fällt einem in den rücken und gönnt einem halt nix ja nicht mal irgendwie die bretagne gönnen sie mir ich will doch nicht viel will doch nur ein eigenes königreich ja nett von dir ja dass du so wenige kleine ansprüche hast aber ein bisschen angst vor dem moris muss ich sagen warum ich glaube dass britannien hört sich unbedingt auf aber ich hoffe dass du eher den norden für dich dann auf jeden fall jetzt nur mein buch weißt du schon du sag gesicht hier du bretonisches ok jetzt machen wir erstmal die bauern weg ganz ehrlich weißt du euch kann ich wirklich hier nicht erlauben ja da hilft mein verbündeter mir gar nicht gegen weil er mit den bauern nicht im krieg ist der steht ist daneben und guckt zu werden nicht das bauernvolk ab massakriere noch tragischer wäre es wenn das bauernvolk dich massakrieren würde und sie sind ja ganz ganz so schlecht bin ich zum glück auch wieder nicht so aber das kann passieren werden halt einfach zu viele gleich wenn es ein starker bauern aufstand ist aber es waren zum glück ein sehr schwacher kann ich denn vielleicht irgendwie jetzt den hat der was taugt der was dieser bauer oder 19 den rekrutiere ich vielleicht sogar oh mein gott katastrophale fehlbehandlung je nachdem wie schlecht es dir geht kann dich das umbringen aber das ist nur ein kind von mir eine tochter muss ich sterfe weg verheiraten da ist das problem gelöst doch jetzt aber jetzt ist die die bretagne hier langsam am ende sage ich euch noch wieder das kriegsziel hier derweil kann mein ratskanzler vielleicht schon ein bisschen die die ordnung wieder herstellen dann müssten wir diesen krieg auch gleich gewonnen haben ja ja dass das läuft doch alles hier und damit ist die bretagne jetzt erstmal geschwächt aber sie lebt noch sie lebt noch aber aber da werde ich schon dafür sorgen dass das nicht mehr ewig gehen wird aber ich kann so eine hohe derweil ist weiterhin hier hier daneben ja ja derweil ist daneben weiter hier der herzog gilbert von aquitanien mit seinen 400 mann das ist schon immer noch interessant wie schwach das jetzt hier in der nachbarschaft ist das kann man auch noch mal ausnutzen irgendwann der weise ist das gold bei mir ist wissen ein problem ja kein wohnung du hast auch schon sehr viel kriegsvolk tatsächlich das ist natürlich teuer wie schnell belagern die denn krass wollen sie es noch mal wissen die bretagne hier ein letztes mal in die bresche danach gehört das hier uns weil übrigens gerade jemand im chat fragt warum ich die bretagne noch nicht zugesprochen habe man muss genug siegen und genug gebiete einnehmen dass hier unten der krieg stand auf plus 100 prozent für mich ist ich bin zwar die ganze zeit in führung was den kriegsstand angeht aber ich muss halt auf 100 kommen um meine forderungen durchsetzen zu können und das habe ich jetzt aber dürfte ich gleich haben weil ich jetzt hier das ziel erobert habe ne noch nicht ganz okay jetzt doch jetzt habe ich habe ich noch welche gefangenen dichter vor nee da gibt es glaube ich irgendwo was bei der diplomatie oder was bei der kriegsführung in park wo man das auf 90 prozent glaube ich sehen können ein bischof erwartet einen ratsposten sowas aber du hast keine guten werte junge denzel bist du bist du befreundet hier mit diesem achtjährigen lehnsherrn welchen denn welchen genau dieser herzog gilbert der sechs ist der achvon akitanien dass man dienstherr aber da steht dass du ja hier der ist mit dir genau genau heißt ich kann den ruhig mal angehen ja dann was wir uns in die haare bekommen ich bin so doof ich mache ja kannst du machen ok 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 wenn ich jetzt gerade kurzen bischof der einen ratssitz wollte und dann war direkt wieder weg und dann war der ratsitz wieder leer nachdem ich meinen anderen gerade gefeuert hatte frauen eine affäre mit mir mit den worten eure augen sind wie eine haarige katze ich würde mich freuen wenn meine frauen affäre mit mir wollte ich gehe sie mal ein du kriegst keinen ratsposten deine werte sind mir zu schlecht so jetzt müssen wir erst mal ein bisschen damit beschäftigen hier so ich habe jetzt meine gesamte die heißt mein gesamtes hart zu tun und kontrolle also alles was dazu gehört nicht schlecht sehr gut ab jetzt ist es nur noch gier ich habe viel zu viele söhne das ist ein problem das ich nicht habe meine frau so wenig bock auf mich hatte dass ich nur einen habe habe irgendwie habe glaube ich jetzt schon irgendwie fünf söhne oder so das kann doch zum problem wir ja ich weiß irgendwann das land aufzuteilen die blöden pärer ich habe ein bisschen angst Vielleicht werde ich den ein oder anderen von euch beauftragen sich um das problem zu kümmern also richtig weil dieses heilige römische reich glaube ich noch nie das stimmt das relativ überraschend dass da so wenig passiert dass wir haben wir sehr viel action mit england und so aber unglaublich die führen auch gar keine kriege tatsächlich also außer mit leiden also mit le y genau da kämpft niemand spiel denkt sich fünf spieler sind drin lassen wir die mal machen ja kaiser heinrich ist halt auch maßvoll ne also vielleicht will er einfach nicht aber er hat ja stimmt er hat meines vierter ständigen sofern keine kriege dass niemand sich traut es anzugreifen wenn er dann selber nicht angreift dann ach hier ist leiden doch nicht in holland mein typ hat 38 bildung alter schwede 38 ja wenn schon deine frau dich verschmäht weil du zugebildet bist dann soll wenigstens deine bildung auch ein bisschen eindrucksvoll sein finde ich finde ich nur fair aber 38 bildungen und immer noch kein gold hergestellt das wird noch micha dass ich sag's dir dass das gold das geheimnis wird mein sein noch noch an diesem tage fehlen wahrscheinlich für viel wahrscheinlich auch die eigen dafür oder die algen habe ich die algensteuer hat vollen effekt gezeigt da ist echt 38 bildung mein gott aus der nie gesehen immer den papst beeinflussen aber kann nicht und auch 29 verwaltung also war so ich habe es meinen besten untertan erpresst glückwunsch was man halt so macht ne ach nein wollte ich jetzt gar nicht leute ich veranstalte ein fest mal und ich würde mir wünschen wenn ihr auch kommt ok dafür müssten wir mit ihr befreundet sein dass wir da eingeladen werden können glaube ich jeder ist eingeladen ich wäre gerne dabei ich bin ja eifriger ne was eifrige frohe natur die stimmung die stimmung ist gut ihr verpasst was ich könnte jederzeit von dem dach springen wenn ihr wollt ich habe ja tatsächlich noch habe ich waffenstillstand das sollte man nicht tun was wie viele verbündete haben die denn wie viele truppen haben die denn warte ah jetzt reicht's hier Na also Das wird witzig wenn du das alles vererben musst Oh, praktisch, wir haben noch einen Waffenstillstand mit denen, aber finde ich gut, blute die ruhig ein bisschen aus Was ist denn, wenn ich einen Waffenstillstand breche, das wäre noch die andere Frage Dann kriegst du einen dauerhaften Modifikator minus 50 Meinung von allen und ich weiß nicht, wann der ausläuft Ich habe kein Enddatum gefunden Okay, das ist mir zu riskant Also ich glaube lebenslang eher los oder sowas in der Art Na, ne, das, ne, ne, ganz so schlimm ist auch, so dringend ist es auch wieder nicht Ich habe eh noch hier genug zu tun, um diese, meine bisherigen Grafschaften In, äh, ich habe leider mich vorher verklickt, ich wollte eigentlich nur sehen, wie viel das kostet Und habe dann direkt einen Anspruch schon gekauft für Frömmigkeit Ich wollte die Frömmigkeit jetzt eigentlich erstmal für Geld einsetzen Aber gut, aber gut, trotzdem kann dieser Anspruch nicht schaden zu haben Ich habe echt so ein Muster Immer zwei Jahre, bevor ich es kann, gucke ich beim Papst Jedes Mal Ja Ich bin so ungeduldig Bei mir ist ansonsten gerade jetzt nicht viel los Ich muss, äh, muss jetzt meine, meine Gebiete erstmal wieder in Schuss bringen, sozusagen Die ich mir auch erobert habe Also, äh, Ordnung wiederherstellen und all diesen Kram Deswegen ist bei mir jetzt gerade, auch falls der Chat sich fragt, warum gerade nicht so viel abgeht Äh, das ist der Grund Aber ich habe jetzt immerhin diesen, diesen Bauerntypen von eben, ähm, habe ich Zu meinem, äh, Ratsmarschall gemacht, weil der 19 Kriegsführung hat Das heißt, der, der Aufstand hat mir sogar ein bisschen was gebracht Und ich verdiene einigermaßen gut Gold und so Ist schon, schon okay alles gerade Manchmal ist die KI auch nervig, oder? Wenn man sie belagern möchte, hauen sie einfach ab und belagern irgendwas von dir Ja, ich weiß Du läufst ja wie so trottel hinterher Das hat die Bretagne ja auch gerade die ganze Zeit gemacht Wenn sie, wenn sie halt zu schwach sind Also, wenn sie dich nicht in der Feldschlacht besiegen können Dann guckt sie halt, was kann sie sonst machen Oh, äh, König Philipp hat König Robert den Krieg erklärt Also, England gegen Frankreich jetzt Wow Oh, okay, okay Und zwar um die Grafschaft von Oi Das ist knallig Das ist immer so geil, wenn diese zwei Reiche, die kämpfen jetzt um diese eine scheiß Grafschaft an der Küste Äh Das ist so ein bisschen schon der hundertjährige Krieg, so, oder? Ja, ja, äh Die Frage, ähm Kann ich mehr, wir können diesem Krieg mich ja sogar anschließen Weiß nicht, was irgendwas Man kann sich dem ja anschließen, so einem Krieg Äh Das bringt halt uns jetzt nicht viel Seitdem wir haben irgendwie ein Interesse, dass wir Weil man kann halt Gold und Prestige erringen Aber dann legst du dich halt auch mit England an Und da hab ich eigentlich grad Als kleiner Gerade mal nicht mehr schwindsüchtiger Graf Ähm Ich seh das von der Seite Paris ist weit weg Ich seh mich eher in Spanien grad eben Ich halt mich auch aus allem raus Da ist auch wärmer Ach, Edo, du machst dich unabhängig gerade? Ja Von, von dem kleinen, äh Von dem sechsjährigen Rübelst jetzt auch mal auf den sechsjährigen ein Das ist sehr nobel von dir Muss auch mal sein, ne? Ja Ausgezeichnet Wow Das ist ja mal genial Mein Sohn hat es geschafft Ein kaufmännisches Genie zu werden Hm, sehr gut Oh, geil Jetzt bin ich meinem Sohn Er ist nur neugierig Er ist noch nichts besonderes Das stimmt, der heißt ja sogar Jackpot Jackpot der Menschheit Wohlgemerkt, weil Der Menschheit ist mein Titel Ernsthaft? Ja Denkst du aber ganz schön groß, oder? Ja, ich bin ja der Opa der Menschheit, weißt du? Deswegen Dass du immer noch lebst, ist ein Wunder, oder? Das stimmt Ich, ja Das ist echt interessant Und mir geht's in Ordnung Also wie gesagt Ich empfehle euch das einfach mal nur Probiert mal diesen Weg Der ist total irre Total bizarr Ja Ich hab immer absichtlich jung gemacht Weil wir schon gemerkt haben im Renke-Spiel Es ist ein großer Vorteil Wenn du der bist, der am Ende am längsten lebt Weil meistens ist es so, dass so In der siebten Stunde Diese acht, die wir hier spielen Dann anfangen die Originalcharaktere zu sterben Und derjenige, der da Ja, das war letztes Mal so Dass Sepp halt länger gelebt hat Als ein paar von uns Und wir alle drauf abgedacht haben Aber wenn er nur sterben würde Würde sein Reich ja auch zerfallen Aber er konnte uns ziemlich gut In Schach halten Weil er am längsten gelebt hat Aber anscheinend Hab ich das immer völlig falsch rum aufgezäumt Und muss einfach schon als Uralter Greis anfangen Das war eigentlich wirklich nur so ein Gag Also wir saßen zusammen Das war nach einem Livestream Mit noch ein paar Leuten aus meinem Discord Und dann haben wir rumgeblödelt Dann hat jemand gesagt Komm mach den mal ganz alt Und dann kam das dabei raus Und wir haben festgestellt Der überlebt und der überlebt Und der überlebt Und am Ende war der dann auch 30 Jahre am Leben Wir werden mal schauen Es gibt einige, die wollen aber nicht sterben Es wäre jetzt echt geil Wenn du uns halt jetzt alle überlebst Wir werden das noch Wir werden sehen, was passiert Das glaube ich tatsächlich nicht Also mein Plan ist es Ihn eigentlich schon demnächst Abtreten zu lassen Aber das ist kein Problem Weil ich nur einen Sohn habe Also das heißt Alles wird von ihm geerbt Naja, was heißt demnächst Hab noch genug Zeit Ich bin unabhängig Ich bin unabhängig Ich habe den kleinen Bug fertig gemacht Wird dieser Herzog Gilbert da Ja, ja Und ich kann jetzt endlich die Eigenschaft Gelehrter für mich freischalten Ich werde immer weiser Nur wer etwas von der Welt versteht Kann auch über sie herrschen Ja, genau so ist es Sehr weiser Du verstehst ganz schön viel, oder? Mit deinem geführt 80 Intellekta Ja, ich Ich werde noch Gold herstellen heute Sag ich euch Und dann wird die Hand Mir das dran am Ende verhungern Weil du alles was du anfasst Dann irgendwie zu Gold wird Ja, ja, das würde ich meinen Komm, muss man Deswegen bist du untergewichtig gewesen Ja, das ist Das stimmt Ja, das stimmt Bin Kultur überhaupt Habs gerade nicht bekommen Die Meldung Was? Von wem? Ja, ja, ja Man kann auch da oben Sogar noch Normanne sein Also wenn man England ist Ey, kommt jetzt hier gerade England Und greift meine Hauptstadt an? Ja Oh Gott Das ist, was ich an diesem Spiel wirklich nicht mag Wenn sowas passiert Das halt Jetzt ist halt mein Lehnsherr im Krieg mit dem Jetzt wird mir halt eine 6000er Armee reingeballert Einfach nur weil Und die setzt halt jetzt natürlich meine Ordnung und Entwicklung mega zurück Und haut mir mega was rein Obwohl ich Und da kann ich halt einfach schlichtweg nichts gegen machen Deswegen habe ich gesagt Dann sitzt du so da Guckst du zum Fenster Ja, ja Immer noch belagert Ja Ich bin jetzt ein mächtiger Herzog Gratulation Danke Ah, das ist blöd Jetzt habe ich hier extra gerade die Ordnung wieder hergestellt gehabt Jetzt kommen die Engländer an Jetzt weißt du, warum ich das hier nicht gelöst Ja, heute bin eindeutig ich derjenige Der die Das Auge des Schicksals auf sich gezogen hat Es ist ja auch nur fair, wenn das mal ein bisschen verteilt wird Dass nicht wieder Denzel derjenige ist, der irgendwie einen Schicksalsschlag nach dem anderen abbekommt Aber warum konnte es nicht irgendwie, ich weiß nicht, Micha sein oder sowas Also jemand anderes als ich Ja, tut mir leid Ich habe gerade, musste gerade in einem Krieg kapitulieren Weil ich nicht gesehen habe, dass ich ein Herzogtum angreife Ich depp Ein recht großes Oh Aber besser so als Was hatte ich das hier vorgesetzt? Besser so als von 6000 Engländern angegriffen zu werden Wo bleibt ihr noch mein Lehnsherr, weißt du, Franzosen hier Was ist denn hier? Eine Armee von Klingenberg Das Heilige Römische Reich Ja, doch, das Heilige Römische Reich Ist im Krieg gegen England Gut, Tatsache, endlich Ja, ihr englischen Säcke Ja, das habt ihr verdient Guckt, hier tun sich an meiner Hauptstadt gütlich Werden sie oben von Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich zerfleischt werden Das gönne ich euch Ihr schäbigen, feigen Säcke Das habt ihr so verdient Es ist aber auch krass, wie die Engländer halt auch einfach mal schon fett ihre Hauptstadt mitten in Frankreich gesetzt haben Stimmt, die Hauptstadt ist direkt neben mir Das ist die englische Hauptstadt Stimmt Du könntest den Krieg de facto instant beenden Wenn du einfach dort belagerst Die königliche Familie als Geisel nimmst und es rum Ey, jetzt warte mal ab Also ich warte mal ein bisschen ab, bis diese Armeen hier weg sind Alter, da oben ist echt was los, oder? Erzähl ich irgendwie 20.000 Soldaten oder so alles zusammen Ja Ich mach das jetzt wirklich Das ist mir jetzt, also ich probier das jetzt einfach mal Also vorausgesetzt, du kannst da angreifen Du musst ja selber aktiv im Krieg mit drin sein Ja, ich mein, wenn ich eh belagert werde Ja gut, du kannst zurück belagern dein Zeug, ne? Das geht, glaub ich sogar Ne, ich mach jetzt mit Also wenn die mich eh hier reinziehen Ach, verdammt, jetzt kommen sie wieder zurück Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier diese 500er Armee so ein bisschen Schau mal, ja, schau mal, was sie jetzt machen, die Engländer Ähm Die haben ja hier oben auch eigentlich genug andere Probleme Ne, das sind gar nicht die Engländer Das ist das Heilige Römische Reich Das hat sie, äh Hol mir jetzt deine Hauptstadt, du Sackgesicht Ganz ehrlich Das ist genau die richtige Idee Ich werde jetzt hier den englischen König gefangen nehmen, sag ich euch Und dann führst du ihn auf einem Esel durchs Dorf Aber schau was, oh ja, aber wirklich Aber wirklich, das ist genau, was ich dann machen werde Während hier oben, weißt du, der hat hier gerade ganz andere Probleme, der Engländer Äh So Ich mein, das ist doch wirklich hier einfach das Ehrloseste, was ich je gesehen habe Hier meine, meine Hauptstadt belagern Ja, du bist halt Grenzland, das ist halt echt unpraktisch Ja, richtig, richtig Ähm Ich muss echt unabhängig werden, irgendwie als König von der Bretagne oder sowas Damit ich da nicht mehr reingezogen werde Aber bitte, also das hat sich der Engländer jetzt selber ausgesucht Jetzt hole ich mir halt hier Die, äh, ah nee, jetzt kommt der hier wieder zurück Nee, er wurde besiegt Der ist gerade hier noch so am rumwinseln Äh So, ich habe ein Enkelkind, Robert der Robuste, weil er robust ist Ach, verdammt, jetzt ist der Engländer wieder hier Gut, dann greife ich ihn halt woanders an Oder kriegt er mich jetzt hier? Ach komm, bitte nicht Weg hier, weg hier Ich gehe zum Heiligen Römischen Reich, da bin ich sicher Einer holt mich noch ein Komm, weg Ah, oh Ja, hier kann ich nirgendwo gehen, ohne dass ich Truppen verliere Komm, aber Engländer, du sollst doch hier bitte mal gegen die Franzosen kämpfen Und wenn du das machst Gehe ich zu deiner Hauptstadt Ach, da werde ich jetzt auch an Was, warum werde ich jetzt hier angegriffen vom Heiligen Römischen Reich? Hm? Sind die auch gegen uns? Hä? Ach, weil die irgendwie sich auch um England prügeln Sind wir irgendwie Konkurrenten oder was? Ich habe keine Ahnung Gut, ich kann, äh, ja, ach Gott Oh, ah, das sind zwei Kriege Ja, aber ich bin ja in dem anderen nicht drin Ich verstehe nicht, warum ich da jetzt als Feind gesehen wurde Ähm Ich bin gerade gebrechlich geworden Nein Jetzt geht's bei mir los Ja, gut, dann kann ich Dann bin ich hier leider handlungsunfähig in diesem dummen Krieg Äh Weil das Heilige Römische Reich mir auch auf die Fresse gibt Wenn ich nur in die Nähe komme Gleiches Kriegsziel Ja, ich vergesse das immer gerne Das, ähm Wir haben das gleiche Kriegsziel Deswegen sind wir Konkurrenten Ähm Ich bin doch erst 141 Warum werde ich gebrechlich? So, aber jetzt, jetzt kommt schon hier Für, für Frankreich Ich, vielleicht kann ich hier noch mithelfen Ja, auch ein bisschen, ein bisschen Krieg machen Gut, also Frankreich haut jetzt hier die England aber ganz gut weg Das ist gut Vielleicht hole ich mir einfach mal in der Hauptstadt zurück Ist doch auch was wert Ja, und wie ist mein Erbe nicht so gut, muss ich sagen Ich habe gleich vergessen auszubilden Das merkt man jetzt Ah, verstehe Ist aber nicht so schlimm Ich habe genug Kinder Ich habe meinen gerade gesagt, dass er arrogant sein soll Okay Ja, stimmt, du hast sechs Kinder Krass Ja, irgendwie, der hört mich auf neu zu produzieren So nach dem Motto Wer warst du noch mal gleich von meinen Söhnen Bitte sag mir, wie du heißt Ja, ja, das ist so Der Die Blutlinie muss erhalten bleiben Gut, die Engländer dürften jetzt diesen Krieg auch relativ, äh Relativ gut verlieren hier Das ist auch schön so Und ich hole meine Hauptstadt zurück Ah, ich hätte gerne die Hauptstadt von England selber geholt Das wäre, das wäre lustig gewesen Ja, vor allem lohnt sich das halt auch voll krass Wenn du dann vielleicht so die Königsfrau oder den König selber gefangen setzt Das ist ja richtig 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 Ah Mein Herzog Edo Edo, sehe ich das richtig, dass du nur Nur Söhne bekommen hast Ich habe ganz schön viele Söhne, das ist echt uncool Ich habe auch, ich habe auch eine Tochter Ich habe eine Tochter Glaube ich, ja Wieso, willst du einen Sohn abhaben? Nee, ich habe auch nur Söhne Oh, tot im Kinnbett Endlich in einer gestorben Warte mal Nein, die Herzogin ist gestorben Okay Und die Tochter war eine totgeburt Das ist aber ganz schön traurig Du klingst auch wirklich sehr traurig Ja, ich wollte, meine Frau wollte die nicht verlieren Ich wollte eine neue Frau Hat jemand noch eine Tochter? Nee, ich habe Meine Frau hat mir nur einen einzigen Sohn geschenkt Hm Na gut Kommen Sie doch mal an, die Engländer hier Ich habe einen Sohn bestellt Und habe ihn geliefert bekommen Hm Ist das eigentlich meine Frau tot? Versuchen wir mal Engländer versuchen es jetzt hier nochmal Mit einer halb so starken Armee Wollen sie ihre Hauptstadt retten Ey, ich gucke das gerne zu Wie ihr vernichtet werdet Ihr habt meine Dynastie ins Unglück gestürzt Da habe ich keinerlei Mitleid Der König von England Ist auf jeden Fall auch schon entstellt worden In diesem Krieg Der sieht nicht mehr so gut aus Warte mal Marie Ah, und unser König hat tatsächlich geheiratet Der hat jetzt plötzlich zwei Kinder Wenn ich von Frankreich Ich habe Marie, ist deine Tochter, oder? Was? Du hast eine Tochter, die heißt Marie Äh, das kann sein Ich habe viele Töchter Was meinst du? Kann ich dir heiraten? Ahhhh Ahhhh Weiß ich nicht Ich glaube Marie ist meine Enkelin Ja Ist auf jeden Fall dein Haus Du hast ganz schön viele Kinder Wir werden, glaube ich Die ersten fünf sind alles deine Kinder Die wir vorgeschlagen werden zum Heiraten Das sind alles Kinder und Kindeskinder Die kriegen Kinder ohne Ende hier Äh, aber mach doch mal einen Vorschlag Ich glaube, da können wir uns einig werden Okay, okay Ich sehe schon die Stadt Die ist fleißig England wird diesen Krieg jetzt hier Das ist interessant England verliert, glaube ich, gerade beide Kriege Äh, was? Achso, der Huder war gegen das Heilige Römische Reich Ja, es ist nur hier Das ganze, ganze Land hier Das ganze, also der ganze französische Teil von England Ist von einem von den beiden besetzt Ähm, das französische Reich will Die Hauptstadt Für Herzlub Guillaume die Normandie erobern Und Sabel, oder wie auch immer man das ausspricht Die Baronie von Sabel wird gerade eben belagert Ja, ist ein bisschen doof Ich habe 99 von 100 Anspannung Ich habe gerade ein Festmahl gemacht Aber keinerlei Anspannung dabei verloren Hatte ich vorhin auch Äh, das kann doch nicht sein Weil du schüchtern bist Du hast überhaupt nichts davon, dass du das machst Du magst ja Menschen nicht Ja, das stimmt, das stimmt Wie kann ich denn sonst noch Anspannung verlieren? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe Warum du Schwierigkeiten hattest, irgendwie Kinder zu kriegen Das steht zwar nicht so richtig dran Aber, äh, ich glaube, dann begegnest du deiner Frau seltener Das kann sein, ja Gut, ich habe jetzt nochmal eine Jagd zur Jagd geblasen Dann, ich meine, schüchtern Man kann ja auch schüchtern sein Und trotzdem Spaß daran haben In den Wald zu reiten Und irgendwie, äh Das ist richtig Und irgendwie, äh, diese Haugen eigentlich hier wieder habe ich denn hier noch diesen waffenstillstand kann doch nicht mehr ewig dauern ist auch gar nicht so einfach sich eine frau auszusuchen wenn so viel auf dem markt ist ja pass auf dass du nicht falsch wählst kommt ja kommt darauf an was du halt haben willst du willst einfach nur gutes genetisches material oder willst den verlässlichen bündnispartner für keine kinder mehr haben die kinder reichen erst mal hatte doch dann willst du bündnispartner nämlich an ja dann guck aber auch dass der derjenige der das bündnis mit ihr aushandelt das ist ja nicht die frau selber sondern ist ja meistens erlebens herr der fahrer oder sonst irgendwie dass der auch nicht schon 70 ist sonst wenn du nicht tot ist ist das nämlich auch schnell vorbei mit dem bündnis jetzt hat der engländer echt noch mal irgendwie den krieg so weit in länge gezogen dass wieder nur bei plus 35 prozent die franzosen sind ja wahrscheinlich hat irgendjemand in der schlacht gefangen genommen aber er kriegt weiter nur auf die fresse also es ist sehr sonderbar alles aber das soll mich nicht aufhalten ich werde jetzt hier die weiter meine eroberung der britannia einfach fortsetzen bringt ja nix wenn man sich von so so ereignissen wie einem krieg zwischen den drei größten reichen der welt irgendwie aus der fassung bringen lässt muss schon auch immer eine kleine geistigen mini ambitionen hier weiter durchsetzen das ist schon wichtig kämpfen jetzt die franzosen hier gegen das heilige römische reich gleich das wäre das wäre spannend ja jetzt geht es hier ab oder oder also das ist das heilige römische reich scheint entschlossen und die franzosen aber die franzosen hauen ab doch doch das heilige römische reich gibt grad den franzosen ist ja auch noch auf die nase deswegen dauert dieser krieg so ewig weil sich diese drei parteien hier ständig alle gegenseitig verprügeln merkst du davon eigentlich irgendwas da oben wo ist jetzt nicht mehr zum glück also ich der ist halt direkt an meiner grenze aber ich habe ja also vorher hat halt england meine hauptstadt eingenommen was ein bisschen unschön war aber jetzt ist es gerade jetzt sind sie haben sie gemerkt dass sie vielleicht sich lieber mit den anderen 5000 armeen befassen sollten die von den anderen nationen darum rennen statt mit meinen winzigen truppen hier holte die englische hauptstadt wie geplant schlägt jemand vorher kann ich nicht weil ihr seht hier ist immer noch eine 2400 armee von england aber wenn die vielleicht mal bezwungen wird oder sowas was gleich passiert okay vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal hier kommen wir probieren das während der engländer jetzt hier auf die nase kriegt aber dann wahrscheinlich wird das heilige römische reich ja auch gleich versuchen sich die hauptstadt zu holen ich habe ich habe extra 43 jahre alte frau geholt die sofort schwanger geworden ich will doch gar keine kinder mehr haben ich habe zu gute gehen glaube ich kann ich jetzt die hauptstadt gar nicht mehr angreifen ach die weil frankreich sie schon kontrolliert oder wie die wurde noch gar nicht zurückerobert auch gut dann ja komm dann gehen wir jetzt gleich mal in die britannien rüber ich muss es mal schmutzeleien aufdecken irgendjemand hat sicherlich ein böses böses geheimnis jawohl eure kultur hat eine entdeckung gemacht chronik führung finde ich sehr gut wie ihr seht leute die hauptstadt gehört schon frankreich die ist schon besetzt das wird klar sieht man ja auch dass das gebiet so blau gestreift ist die flagge bleibt erstmal englisch aber die die ist besetzt die stadt deswegen kann ich da nichts mehr holen muss man verlassen dass die anderen franzosen halt irgendwo hier den krieg jetzt mal zu einem erfolgreichen ende bringen und derweil halt hier dieser waffenstillstand dauert nicht mehr lange und dann ich muss mal gucken was mit meinem verbündeten los ist ja der ist auch sogar noch stärker geworden seitdem der wird der britannien richtig aufs maul geben können sehr gut sehr gut dass england selber hat keine 600 mann mehr es war doch gerade jemand im chat vorgeschlagen das ist gar nicht mal so blöd dass ich einfach nach england übersetze und da belagere und bisschen plünder gut zu das kann man machen warum eigentlich nicht kommen das ist eine gute idee lasst mal gucken wenn englern nur noch so wenig mann hat außerdem ist das nur gerecht nachdem nachdem sie meine hauptstadt so attackiert haben kommen wir holen jetzt jetzt hier jetzt kommen da die wikinger gene durch in nordfrankreich ja ja genau genau dass das finde ich eine sehr gute idee wie du kannst jetzt england an oder was habe ich gehört ja ich bin da jetzt in england okay einfach weil die haben nur noch 600 mann ja einfach nur plündern ach stets habe ich aber geistern kann man kann ja auch plündern nicht idiot römisches heiliges römisches reich plötzlich in frankreich okay und england ist nur noch england ist nur noch hier jetzt jetzt warte mal dann kann ich auch hier noch mal oder jetzt haben wir was machen die denn jetzt ist denn jetzt hier mit england französischer kreis und grafschaft ach jetzt sind wir halt im krieg sind wir gar nicht mehr im krieg mit england sondern mit dem heiligen römischen reich weil sie immer noch schrecklich dort weil wir immer noch diese grafschaft wollen ja so wie im sinne von unser französischer könig und er hat den halt begonnen als die england gehört hat jetzt ist england halt hier mit 182 also ist die frage jetzt irgendwie ich werde irgendwie schon davon profitieren eigentlich ist der einzige verbündete des unseres königs ich will mir jetzt eigentlich schon jetzt dieses diese stadt hier holen also le mans anspruch kaufen ich habe dieses gefühl bei der sache ist ich sag's dir virtum von von sable und von main hier dass da ja dass das wirklich müssen wir eigentlich schon holen ich habe auch gleich genügend genügend freundlichkeit dafür marie ist sag mal kurz wie plünderst du denn als katholik also plündern in dem klassischen sinne geht nicht ich wäre einfach übergegangen hätte als städte belagert okay es ist nicht gar nicht mehr auf das geht gar nicht mehr du kannst wirklich nur einfach ganz stumpf die gebiete in anführungszeichen klündern und ich glaube ich mag mit dem england krieg jetzt ja noch ein bisschen bis da auch mal wieder krieg geführt wird gegen die weil so ein großes königreich der erholt sich ja schnell wieder und schickt man da wieder truppen auf den hals aber die die britannien leute sage ich euch die britannien die wird jetzt mir gehören was hat irgendwie für verbündete ach es ja nur wieder edo peter der zum glück diskreditieren dass wir bereits bewiesen hast dass das die verbündete da eher als nutz als nutzobjekte ich habe gerade einen sohn geboren bekommen von meiner neuen frau er ist eine wohlgestalt und ein genie das ist schlecht sauber ja schon jetzt muss ich nur noch die 20 anderen söhne töten damit das kann klappen muss aber nicht so jetzt wird hier mein verbündeter aus berry kommt gehen wir ein bisschen zurück dass wir hier gemeinsam dann kämpfen was die britannien leben hast du angegriffen über tanja ja das heißt ich kann da annehmen und wieder nichts tun genau machen wir mal so viel erfolg das spiel macht mich gerade nur bis jetzt kann eben einreden dass mein sohn nicht mein sohn sein könnte dabei dabei liegt es liegt am alter der sieht doch auch schon so alt aus ja ich muss mal gucken wie der typ da noch aussieht darum lebt er noch mit 143 endlich weil das spiel das so sieht das ist das problem oh mein gott du siehst aus dem monster wer ich ja ich hatte aus wie das ding aus dem sumpf muss gleich mal schauen so jetzt werden wir hier der britannien wieder mal aufs maul geben wie lange kann man denn in einer stadt rum belagern machen die damit stand mit zahnstocher an den mauern rum ich habe ein geheimnis des königs erfahren dass er eine fähre hat was mit wem dass ich kann jetzt erpressen das ist genial macht das ja ist der könig überhaupt philippe ja das ist sicher nicht verkehrt das was haufen der was macht das mache ich kann sonst auch reich jetzt eigentlich da das expandiert irgendwie also in dieser hat er aber das heilige römische reich hat super stark in italien verloren im südosten die waren vorhin fast bist du die haben da ganz viel verloren dafür expandieren jetzt in westen kommt so uns ganz interessant wie war das vorhin nochmal wir heißen unsere neuen herrscher willkommen jetzt kann ich jetzt könnte ich wenn ich wollte einen ratsposten verlangen das blöde ist ja dass ich halt auf bildung gespielt habe und das ist ja der ratsposten für den für den bischof da habe ich nicht mal was von doch du hast du was davon die bringen ja boni mit also wenn du es zum beispiel schaffst du ein gemacht denn den rats verwalter zu machen gemacht zwei gold pro monat mehr schon mal einfach mal so du greifst da gerade an die city oder was aber ich habe nicht vor dieses city zu nehmen also ich muss sie bloß einnehmen weil es die hauptstadt ist und ich bin ich meine ich habe ja auch 29 verwaltung durch meine unglaublich clevere ehefrau da ist sie tatsächlich sinnvoll ich bin eigentlich auch hin geil jetzt habe ich echt viel geld also ich bin da weg sobald es geht wir haben schon wieder so ein ungünstiges timing so wie es aussieht kann ich einen bischof loswerden weil er ist an altersschwäche gestorben ist ein anderer gekommen der hat nur vier bildung nicht machen im katholizismus bist du da auf gedeih und verdorben ausgeliefert katastrophe weil man moris du hast gerade mein posten im rad geklaut was da warst du drauf ich sage im rad am könig und du bist einfach hin und hast mir weggenommen ich habe ich habe einfach einen genommen der ausgeschmissen konkurrieren gegen 80 intellekt hat gesagt da kriege ich zwei steuern gut wurde beim enkel gefangen genommen von wem da oben warte mal wo ich das renke gefangen genommen ich habe ihn sofort wieder ich wusste nicht dass dein enkel ist ich habe sofort aber löse geld nur genommen der ist schon wieder auf freiem fuße hat ist hier los erst mein rats post jetzt noch mein enkel das kommt das nächste meine frau ich ist die besser als bei ich meine ich jetzt meine söhne die brauche ich nicht mehr gerne ich sehe schon hier muss man schlange stehen um tut um die grafschaft das tschuldigung das harz und toulouse anzug das ist ja los das ganze viel los oder ich bin es ist in ordnung ich versuche richtung sieben zu gehen nicht über den könig spanien darüber angehen ich habe schon 75 prozent ich habe einen anspruch auf die grafschaft von tourennen aus irgendeinem grund bekommen das ist ja ich mache gerade ich greife gerade ihren links ja geil dass sobald ich hier mit der britannien durch bin ist das mein nächster schritt man jetzt es wäre jetzt gut das geht dass ich gerade nicht weil ich noch mal bin wir können herzog imperator denzel den krieg erklären okay aber das da mich ja das dauert hier nicht mehr lang mit der britannien also ich ja ich halte ja auch nicht mehr lang durch ach so verstehe alles gut wer will denn hier ein rat hier gebe ich keinen rat posten guckte deine erbärmliche sag mal was machst du denn da eigentlich in toulouse willst du da auch was von haben oder was ich bin da oben tatsächlich ja ich habe vor mir da oben dieses dieses wie heißt du denn diese nicht die baronie dingens zu holen also ganz oben rechts dieser zipfel okay das ist aber auch ein anderer eine andere graf ein anderes herzogtum also es ist nichts damit toulouse kannst du sehen das ist schon die auvergne okay also nicht umschiffe dich wir haben den ich meine aussage treu dass ich davon mit also von diesem von der toulouse der dem herzogtum toulouse nichts will wir haben den krieg leider verloren gegen das heilige römische reich ja unser könig wurde gefangen genommen ja oder irgendein herzog wurde gefangen genommen ist jetzt ist jetzt frankreich zerfallen ja 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 es ist noch wenn du ganz weit raus und siehst du noch das ganze ok wenig philipp ok ja unser könig hat sich da bisschen verrannt dass er diesen krieg halt von england also den krieg gegen england übernommen hat sozusagen ja gut dagegen kannst er relativ wenig machen aber krass also das ist jetzt will er mich wieder im rat haben der könig er schmeißt er mich raus doch super dann dann ist doch alles zum besten verlaufen sie haben angenommen wurde sich herausgeworfen ich kann nicht gefeuert werden ich habe ja durch mit mit habe ja meinen posten ja durch erpressung ergaunert deswegen ist er sicher erarbeitet wird gefragt ob man eine zusammenfassung machen kann übrigens das können wir gleich mal machen wisst ihr übrigens wer mir dieses die affäre des königs offenbart hat der gleiche typ der vorher die großmutter des englischen königs verführt hat ich weiß nicht was mit dem los ist und wie er es immer schafft es nur so ein bürgermeister bei mir bürgermeister raul irgendwas wer es immer schafft in diese königlichen kreise zu kommen und ihre geheimnisse zu lernen ja wenn du einmal das englischen königs herumgebracht hast ja ich glaube auch wenn ich sie ganz ja der hat sich geopfert für dein reich um so an die inflation zu kommen gott ist das ein genialer general und er ist auf der feindlichen seite 41 vorteil nicht schlecht er verliert trotzdem wir haben viermal so viele männer da fängt schon an der schlechte bildungswert eures bischofs hat dieses problem verursacht wird gesagt wir könnten sehr wohl was machen um unseren könig zu unterstützen wir haben ja zusammen ungefähr 7000 mann ja aber ich meine ist es wirklich in unserem interesse also wenn frankreich zerfallen würde ist ja nur für asker wie uns leichter sich dann immer wenn ich wenn ich bin ich anfangen krieg zu führen gegen die bretagne kommt mir wieder seine bauern fraktion daher die bauern mögen es halt nicht aufgebote stellen zu müssen ich würde kurz ansprüche stellen also offiziell hier nur dass sie bescheid ist toulouse würde ich gerne meinen und wenn es nicht zu hoch gegriffen ist auch akitänien akital ich weiß es gar nicht ganz akitänien will der feiner ok ok das geld gleich mir bitte du willst also tatsächlich das königreich akitänien demnach oder das ganze kümmer reich aber ich bin noch teil des königreichs also dass sich natürlich ein problem aber das muss dafür erst mal den könig besiegen gehen wir jetzt hat gesehen mich ja perfekt du hast dich gerade unabhängig gemacht ist gerade wo ich da auch jetzt hier eingreifen wollte und torern angreifen wollte vielleicht mache ich das trotzdem noch mein enkel wird schon wieder gefangen genommen was ist denn da los das ist jetzt echt schwierig weil ich eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen will denn das ist jetzt nur eine wahl 2400 einheiten 2400 auf dem weg in den kampf schon so eine hymne an stimmt habe ich doch angst jetzt können wir übrigens interessant achtet mal drauf wir haben jetzt gerade hohe lehns autorität das heißt wir können jetzt nicht mehr so leicht gegen andere was allen des französischen königs überhaupt krieg erklären ich wollte es nämlich gerade hier in türänen einfallen witzigerweise jetzt könnte ich genau das druckmittel gebrauchen gegen den könig dass ich gerade hatte aber dann muss halt weiter die britannien herhalten das ist ja auch okay das ist momentan noch nicht klar wer diese schlacht gewinnen das würde das bedeuten wenn den zeichnen mein könig ist sondern so hat ja ich mache dir an die ansagen das ist in ordnung kann ich gewinne sie ich gewinne die schlacht wie gewinnst du denn es gibt sogar die moment natürlich so eine meldung oder weil können wir tatsächlich mal kurz wieder pausieren um mal eine ein resümee zu ziehen weil anscheinend sicher doch einiges getan hat so also bei mir wie ihr seht ich komme langsam voran weil ich hatte glaube ich von uns allen den langsamsten start weil ich wirklich mir nicht die optimalste ehefrau ausgesucht habe und dann irgendwie der herrgott mir sieben plagen auf den hals geschickt hat die ich jetzt aber wieder los bin und jetzt stück für stück ackere ich mich hier in richtung bretannien vor ich habe dabei ist immer nur ich muss mal gucken ob ich irgendwie halt einen größeren anspruch auf das ganze reich kriege weil ich immer nur schritt für schritt hier und dann ist waffenstillstand mehr geht gerade nicht ich bin doch etwas irritiert von diesem kleinen fetzen england hier direkt über mir leider hat der englische könig jetzt schon wieder 3000 mannen aber der ist ja irgendwie so ein kriegstreiberischer denzel ist raus raus was ja aber du kannst und gräulich auch dann bin ich wohl raus was natürlich die frage ist weil ich war ja der host habt ihr jetzt noch ein spiel wo ihr alle drin seid also ein spiel ist noch da aber es kommt einzelspieler oder zum menü also bist du ganz raus oder kannst du noch speichern ich kann noch speichern das mache ich schnell einfach mal so wie läuft aber ganz normal weiter alles ja ja das sollte das ist normal also du kannst ja auch in jedes singleplayer spiegel öffnen für den multiplayer dann werde ich mal spiel beenden und ein neues halt wieder aufmachen genau da gehen wir mal ins menü wie das heißt wir müssen wieder raus jetzt aus jetzt müssen wir draußen wir brauchen eine neue id ah ok dann machen wir mal hier spiel verlassen mehr spieler nicht verfügbar ich bin irgendwie aus dem paradox ding rausgeflogen da muss ich wieder neues passwort anfordern ernsthaft nein ist ganz lustig ich hole mir kurz was zu trinken jo ich esse derweil mal was nicht dass ich jetzt schuld bin fragt der der mensch der glaube ich im chat eine zusammenfassung gewünscht hat offensichtlich schon kaum dass wir pausiert haben um zusammenzufassen hat das spiel gesagt was die action hört auf nee dann zack und weg ja gerade wo gedänseln und ich im krieg führen plötzlich pause sagt das spiel ja so ist der laris wäre das nicht passiert klar es kommt auch noch mal dran in diesem format es wurde oft genug gewünscht bekriegen ich muss es halt noch irgendwie müssen das irgendwie anders machen bestellaris da müssen wir erst mal irgendwie eine du und steinwallen bringt mir das spiel bei hunde einlegen oder sowas und dann machen wir eine steinwallen ich versklabe dich gemeinsam und ja das klingt cool oder so ich kann es dir auch beibringen als das zeit spielst du mit einfach da verklappen was klaren wir ihn zu dritt ok sehe ich denn jetzt hier im spiel noch mal die die den code den ich euch geben muss ich bin es wieder im spiel und braucht es diese prüfsumme für euch wo sehe ich die denn noch mal charakter wechseln aus irgendeinem grund genau da so aber wie lässt du uns jetzt diesen code zu kommen wieder über discord aber dann sind die kameras kurz alle im eimer ihr müsstet in dem könnt ihr den textkanal schauen und bleibt derweil im in der kamera müsste eigentlich gehen also in dem sprachkanal hier so etwas neues gepostet passwort ist das gleiche wie vorher steht noch das gleiche da ist klar schon da ist auch schon gräulich ihr müsst ihr noch mal euren euren charakter halt wieder auswählen ich nehme jetzt das heilige römische reich das ist ja das ist das hande ein kurs der king so dass dich wirklich nichts davon abhält einfach komplett zu schieten und jederzeit einen charakter zu nehmen der halt der halt gerade der mächtigste ist alles was dich abhält ist so dein eigenes ehrgefühl bitte also mir ja aber er eben genau mein je nachdem wenn ihr wollt können wir das jetzt auch mal kurz als natürliche pause nutzen dass jeder mal kurz was ist oder sowas für eine stunde oder so weil wir sind glaube ich habe gerade halbzeit dann sind wir so in einfach in einer viertelstunde würde ich sagen im dreiviertel wieder hier derweil könnt ihr euch alle schon wieder ins spiel einloggen euren charakter auswählen und dann sehen wir uns gleich wieder dann machen wir auch dann da perfekt die zusammenfassung was bislang war das trifft sich ja gut für alle leute dann liebe zuschauer verlasst uns nicht macht vielleicht auch kurz eine essenspause ich habe gehört acht stunden streams und anstrengend und dann seid ihr gleich wieder dabei hoffe ich wenn wir hier gucken was das heilige römische reich uns als nächstes reinwirkt und ob denzel alle versklavt oder nicht ist dann aus davor ja ist gleich da sind wir wieder beim renke spiel teil zwei es wird allmählich heiß sage ich mal die die anfangsphase ist ja immer noch so vergleichsweise entspannt aber jetzt treffen spieler aufeinander und wie ihr hier auch seht das königreich frankreich ist nicht mehr ganz was es mal war wir haben hier jetzt gerade nicht aber jetzt seht ihr es wir haben hier einen englischen bissen und ein heilig römisches reich bissen obendrin hier mal schauen wie das noch so wird dafür breite ich mich in die britannien aus und mache dafür wieder frankreich größer ich mach quasi hol das wieder rein was andere rausreißen aus dem land und dann gehen wir doch mal die leute durch ich fange mal bei mir an denn da ist wirklich nicht viel interessantes eigentlich neues passiert ich mache halt weiter hier auf meinem feldzug die britannien ganz zu erobern habe einen weiteren einen weiteren haben mir daraus gerissen und warte jetzt einfach bis ich 500 frömmigkeit habe mir den ganzen titel kaufen kannst hätte ich vorher schon machen sollen das war nicht ganz so effizient und hol mir dann einfach den kompletten titel hier das des herzogs und hol mir dann die ganze britannien bin immer noch so ein bisschen also dieses englische fitzelchen hier die englische hauptstadt direkt gegenüber meiner eigenen die sehe ich als persönliche beleidigung an blöderweise ist england gerade wieder erstarkt hier mit 3000 mann das ist mehr als ich selbst mit verbündeten habe aber ich warte einfach darauf bis england sich das nächste mal mit irgendwem in die haare kriegt glaube ich und dann werde ich das sofort gnadenlos nutzen um hier einzufallen derweil auf der anderen seite micha du hast dich unabhängig gemacht gerade und bist ja auch relativ stark am start aber ich habe mich unabhängig gemacht mich ein bisschen ausgebreitet und werde jetzt hoffentlich so es klappt den herzog titel der champagne für mich beanspruchen demnächst hoffentlich genau das ist der weiter denke ich noch nicht du musst halt mal schauen wie das jetzt geht weil tatsächlich da dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr andere was allen bekriegen des französischen königs der hat nämlich gerade die höhere lehns autorität erlassen nein dass ich habe es mir nämlich auch gerade ich wollte eigentlich jetzt endlich mal hier die terrain erobern auf die ich auch einen anspruch habe aber wie man hier sieht wenn ich hier krieg erklären machen will geht das nicht aufgrund der gesetze des reichs kann ich diesen krieg nicht ohne ein druckmittel gegen meinen lehnsherren erklären und ich hatte vor fünf minuten noch ein druckmittel gegen ich habe es ausgegeben für meinen rat weil ich nicht wusste dass er dann direkt danach dieses gesetz erlassen würde interessant dann und übrigens wir sollten auch klarstellen wenn wir unabhängig sagen meinen wir du bist erstmal seinem direkten lehnsherren entkommen es ist aber immer noch ein lehnsherren von könig philippe von frankreich wie wir alle und auch edope hat sich zum herzog aufgeschwungen ja ist aber immer noch eben auch dem könig unterstellt und du hast auch schon dein nächstes ziel wäre eigentlich auch eins glaube ich oder aus unserem reich hier was jetzt auch schwierig werden könnte mit diesen neuen gesetzen das wird schwierig deswegen ich bin ein bisschen überlegen ja ich vielleicht gehen wir einfach richtung spanien das war ein problem ist oder uns sind ganz schon viele große königreiche die auch alle ganz schön viele einheiten haben aber ich bin jetzt fleißig am einheiten sammeln und ich habe ein bisschen angst vor denzel muss ich sagen weil der möchte irgendwie der könig aller werden habe ich das gefühl so kennen wir ihn ich stehe gerade unter dir ist zum beispiel könig anzo von navarra weniger mann als du hat ist aber verbündet mit könig alfonso dem tapferen der auch noch mal 3000 hat ja der hat so knapp 6000 ich habe auch 6000 aber der hat ein bisschen mehr kohle als ich das heißt schneller wieder ein bisschen einheiten flüssig machen stimmt die können hier sollten anheuern genau da habe ich ein bisschen angst dann kommen wir doch mal zu denzel dem könig aller wie er hier gerade genannt wurde du hast hier auch ein recht recht großes stück stück land denzel was aber bis zu bisschen von diesem gebirge ein wenig eingeengt was ist denn hier dein plan ja das gebirge war von vornherein in meinem rücken deswegen hatte ich nicht viel wahr außer als mich in diese richtung auszubreiten und das ist auch noch nicht vorbei jetzt geht es weiter nach akitanien und mal gucken was das so läuft und du bist im krieg mit mit mir ab wie kam das denn zustande also er greift ich hier an wenn ich das richtig sehe eigentlich genau wie beim letzten mal dass wir unsere truppen sich verwechselt einfach nur wir sind sehr sehr kampfeslustig und da prügelt man sich mal eben zwischendurch wie die orks und warhammer lang nichts los ist dann prügeln wir uns halt untereinander es hält frisch es gibt einem von uns beiden ordentlich ruhm und ich glaube diesen krieg den wir gerade haben der eigentlich nur dadurch zustande gekommen ist weil wir beide gleichzeitig zufälligerweise ansprüche auf ähnliche gebiete hatten bei dem wenn wir gleich abbrechen ich werde kapitulieren und mir ich mich zu einem anderen ding zu wenden wie gesagt akitanien ist mein nächstes ziel auch bei dir wird das aber noch interessant weil auch du jetzt erstmal eigentlich nicht mehr diesen krieg erklären kannst weil der könig der das verbietet wie was ich darf kein krieg erklären nicht gegen andere basallen des französischen königs da brauchst du ein druckmittel gegen ihn der hat gerade vor fünf minuten quasi die höhere lehns autorität erlassen das was glaube ich gerade alle pläne so ein bisschen zerschießt was ne hau ab doch das war es denn so das war es hat eine pläne sind geschichte das war den anspruch auf akitanien zu kriegen das geht nicht denn dann muss der könig sterben ich glaube der könig stirbt geht das tatsächlich zurück oder ich weiß gar nicht mehr du kannst alle weiß ich nicht aber wir eine fraktion erschaffen die es durchsetzt ihr könntet zusammen versuchen eine fraktion zu gründen die das wieder senkt wollen wir das machen wäre doch mal lustig ja finde ich cool und ansonsten haben wir noch mörb erzähl mal ein bisschen von deinen plänen du hast denzel angegriffen aus purer schurkerei nein tatsächlich nicht also es ist wie densel gesagt hat also wir haben eigentlich bei greifen gegen denzel wenn ich das hier richtig ja das spiel sagt ganz klar ich habe den krieg einfach dann quasi übernommen weil ich eigentlich schon am gewinnen war also es geht um ein gebiet das denzel gar nicht interessiert weil es nicht zur zum herzogtum gehört was er eingenommen hat aber halt dem ehemaligen herzog den er besiegt hat gehört hat und dadurch hat er das halt übernommen aber ich war halt in diesem krieg schon drin und deswegen haben wir uns darauf geeinigt der geringste schaden ist wenn er das jetzt einfach aufgibt weil er bringt ihm eh nix und ja dann ja ansonsten habe ich vor mich jetzt mal richtung korsika breit zu machen weil noch zwischendurch einwerfen will weil weil ich einfach auch nur mal sehen will hier ihr seid alle nett zu mir ich kann das spiel gar nicht so gut hat gerade die größte armee der herr edo p 3000 mann das ist micha hat fast so viel aber bisschen weniger densel hat sogar fast 1000 weniger keine verbündeten bei bei mir bei allen anderen sind verbündete mit reingerechnet aber das liegt daran dass densel und ich uns gerade im gegenseitig fürchterliche auf die mütze gegeben haben und die bei jedem von uns halt tausend haben fehlen ja dann ich wollte es noch einmal angemerkt habe ich habe nur angst ich habe nur angst vor densel ich rüste auf es ist eine gute verteidigung ja das sagen sie immer ein nobler verteidigungskrieg immer rein ist ja das kenne ich was mit leuten passiert die sich verteidigen wollen aber gut ich glaube dann machen wir weiter und mir kannst du mal erklären weil gerade im chat gefragt wird wie kann ein mensch in crusader kings 145 werden ja das habe ich mich auch gefragt aber das ist ja du hast ja da irgendeinen fast schon exploit entdeckt wenn man das so sagen kann es ist ja es ist de facto eigentlich könnte man es ein exploit nennen ich weiß nicht es ist halt möglich den charakter von anfang an 120 werden zu lassen und wenn wir wollten das ach das geht gar nicht aber man kann maximalen weißen frieden machen oder wie komisch also auf jeden fall man kann hat das spiel mit 120 starten und dann halt einfach noch so ungefähr 30 jahre leben das ist alles finde ich gut so ich bin jetzt hat sorgt der champagne ja geil ach du hast bereits mein angebot denn deswegen kann ich nicht noch mal als nicht wie es geht ehrlich gesagt wie man das sehe ich bei der derzeitigen lage oder so ich weiß es nicht ich kann mich zu dir einfach okay okay ja da hat das geklappt ja schüchtern sein ist echt nicht so geil ich kann nicht mal leute an meinen hof rekrutieren ohne anspannung zu kriegen weil weil selbst das halt da muss ich ja jemanden ansprechen und ihm sagen kommen an meinen hof jetzt habe ich keine ritter aber nicht ritter anheuern würde wird mein typ ein nervenzusammenbruch kriegen so mein sohn ist jetzt bischof wir haben wieder auto und zwar gleich drei und bei gräulich und bei denzel ich mach mal auf pause einfach also tut es automatisch und dann müsst ihr wieder reinkommen das ist leider irgendwie bisschen sehr natürlich also ich bin auch ausgeflogen so wie es aussieht ja dann kommt alle noch mal rein das waren die engländer eindeutig der englischen königs ich glaube so war es ja immer dass dann irgendwann auch der computer dann geistig afk geht und dann nicht mehr mitbekommen dass man weiter spielt und dann verliert er halt einfach spieler da ist denn ziel wieder ich bin auch wieder drin glaubst du wieder alle drin oder ja gut ja okay dann machen wir weiter so was gehört denn hier alles rechtmäßig zu meinem reich die schlacht mit densel weicht schmerzhaft nein diese reichsautorität ist ja nervig kann man nichts mehr machen ich könnte jetzt eine freiheitsfraktion wenn du in der fraktion gegen könig macht bescheid dann steige ich damit ein gibt es gibt es ja ich rede auch bei ist nein und opa hat mich prompt ersetzt als anführer der freiheitsfraktion ist gemein ich bin wahrscheinlich mächtiger aber wahrscheinlich wenn denzel reinkommt wird er es werden weil ich glaube er ist noch mächtiger als ich er ist ja immerhin sogar noch hier der er gibt die kultur vor bei uns im süden in sieben monaten können wir eine ultimatung stellen noch mehr mitmachen im club gegen den könig ach da bin ich auch dabei so noch europä mitmachen dann sind wir alle dabei klar bei allem dabei ich bin da jetzt rein fraktionen gegen euren lehnsherren hier beitreten wo finde ich das in dem fraktionen bildschirm rechts ist dass das die geld und da fraktionen gegen deinen lehnsherren das heißt wir wollen dagegen könig philippe dann vorgehen genau wir wollen dass die autorität wieder gesenkt wird damit wir unsere nachbarn erobern ich würde ja auch gerne hier zum beispiel holen es ist nicht okay was hier passiert okay ich bin drin ich bin dabei ach der bischof hat sich schon wieder geändert das ist ja nicht was also du gerade wie kann ich irgendwie filtern ich will charaktere heit zum heiraten finden die noch nicht bei einem von euch am hof sind weil ich halt einfach nur ein paar starke ritter an meine bei mir ist es halt jedes mal so eine geradwanderung jedes mal wenn ich einen ritter anheuere bekommt mein herrscher stress weil er paranoid ist er traut niemandem er meiner ist zu schüchtern das ist das gleiche aber damit kann man super charakter zugrunde richten wenn du ihn am besten paranoid und schüchtern macht jedes mal wenn jemand kommt aha dann springt aus dem fenster das ist doch einer kann der wissen was ja gut das ist interessant wenn man zwei geheimnisse vom selben charakter kennt das wusste ich auch noch nicht kannst du nur eines erpressen das andere ist dann einfach irgendwie weg blöd auch wieder nein jetzt dürfen wir noch ein paar einigermaßen taugliche ritter hier haben so mein eigener sohn ist jetzt übrigens mein rats wie nennt sich das noch mal verwalter aus ihm ist echt was geworden hätte ich nicht gedacht niemand hat an ihn geglaubt als er klein war nicht mal ich hat es allen gezeigt so kann man schon sehen ob wir jetzt sein einfluss gesenkt haben von dem könig das muss glaube ich machen oder ich denke ja ich kann machen forderungen durchsetzen seid ihr bereit von krieg das gefühl unsere große allianz ist ein ziemlicher papier wir trauen uns nicht das ist aber ein jahr warten oder zwei verleiht mir immer mehr was an ich mag ihn jetzt eigentlich plötzlich ja stimmt du bist jetzt herzog dann gibt er dir dann die ländereien stimmt er hat aber auch schon wieder fast 6000 oder wird am ende 7000 mann haben so viele ja ich bin glaube ich auch erst mal das ist keine so gute idee ist es jetzt auseinandergebrochen er geht ja wobei ich möchte mal dazu sagen wir haben zusammen zu viel ohne unsere verbündete also wir haben doppelt so viele alle zusammen grob überschlagen ja aber was passiert dann wenn der könig tot ist das weiß ich nicht er wird ja nicht getötet also wir würden dann wirklich nur kriegen führen dass die autorität gesenkt wird schließt mich der mehrheit an also wie gesagt ich hab's nicht gegründet ich führe sie nur an warum auch immer ich habe sie gegründet und mit einem rausgegangen damit ihr euch mit dem könig schlagt ihr seid dann rausgegangen okay tschüss ich verlasse auch diese fraktion ihr geht ernsthaft alle raus vielen dank dass wir es war schön mit euch gemeinsam gekämpft zu haben aber jeder eine kämpft wieder für seine waren die bauernpöbel fraktion ganz ehrlich leute der könnt ihr beitreten das ist ein wahrer heldenmut wir begehren auf gegen die unterdrückung des königs auf moment da hat mehr truppen als wir nicht es ist halt absolut die koalition der angst gewesen eine koalition der angst ja der moment jetzt bin ich wieder genervt dass ich keine kriege erklären kann jetzt war es jetzt weiß ich wieder also doch ich bin auch drin wann kann ich hier denn wieder wann ist dieser waffenstillstand weg den ich hier am hals habe ich will doch nur die britannia haben eigentlich drei jahre noch oder muss ich mich nicht mal zu frankreich eben die kann ich halt erobern wie ich will ach gehst du jetzt gerade eben nach girona densel genau in frankreich kann man jetzt nicht mehr kämpfen also kämpfe ich jetzt in spain gut dann gehe ich nach italien wieso hat jetzt auf einmal dieser komische könig von navarra 12.000 einheiten eben gerade waren es noch 6 ging aber schnell ach der hat neun verbündeten von euch ach könig philippe von frankreich ist der neuer verbündeter ok aber doch wieder alle auf den könig drauf also ich glaube es wäre das beste wenn wir einfach diesen könig zusammen weg stampfen ich glaube wir sollten eigentlich den könig angreifen der ist irgendwie gerade ein problem ich wäre bereit dazu aber dann dürfte nicht gleich wieder weglaufen aber der hat truppen verstehe doch der guckt so böse ich bin jetzt in einem anderen krieg aber ich komme ja ja wenn wir höhlen dann natürlich schon frankreich aus und machen es verwundbar für das heilige römische reich und und england naja wir wir wollen es ja unter unserer führung einfach noch stärker machen also das stimmt da drin ich bin auch wieder fraktionsführer aus irgendeinem grund weil ich sofort fraktionsführer keine ahnung warum vielleicht ist das alter vor schönheit ich stelle ich stelle mir vor man würde wirklich mit diesem typ man so einem tisch sitzen sowie der aussieht was für eine ruhm stufe habt ihr hervorgetan auf gleich bin ich die luste dauert ja ich war schon mal lust da und dann musste ich einen verbündeten rufen der weit unter meiner bürde lag jetzt hervorgetan hervorgetan dann hier landet gerade kroatien diese sind die rot sind sie es nicht also hast du anscheinend mit denen irgendwas stress mit kroatien die haben mehr männer als so an die tausend mehr vielleicht ist es doch besser wenn philipp der könig bleibt machen wir das so mir gehört ein stück spanien das was alles genommen ist das möglich wolltest du nicht nach wolltest du nicht nach norden ja aber die franzosen dass in frankreich dann aus dass das man nichts mehr angreifen kann hier das lasse ich mir nicht mehr bieten aber bei der waga das wollte ich mir holen hast du da auch interesse dran oder ist der plan eine ware ja dass das ding daneben ja klar ich mache willst du sonst hin über den süden ja das meine ich ja du kannst ja ich kann nur eine ware nehmen genau er probiere das zu holen sonst also ich ich greife sie nicht an keine angst meine frau will meinen ritter ermorden warum weib und ich kann sie nicht mal dafür einkalkern die scheidung ist auch nicht und eigentlich überhaupt kein ratskanzler haben sagt man kann da was du hast keine ratskanzler danke ja mein sohn übernimmt wieso sind denn alle hier mit kroatien verbündet denn die bescheuert die sind richtig stark also mein sohn ist ein guter verwalter geworden aber ich mache mir ein bisschen sorgen dass er arrogant ungeduldig und hinterlistig ist so gar nicht wie ein sohn von dir ich konnte mich nicht um die erziehung kümmern ich musste mit der schwindsucht doch kämpfen da hat es noch gar kein kind ja gut das stimmt der alte opa vergisst nie was inzwischen geht es mir schlecht ich glaube ich habe nur noch wenige jahre wie ist denn deine erbssituation so ist gut ich habe einen sohn das reicht perfekt also nicht wie edo p mit seinen was waren es sechs söhnen ich habe mal ja ich habe irgendwie auch ein kinderäubungseffizienz wenn dein typ das zeitliche segne dann hast du echt ein problem ja ich weiß dann explodiert ein reich ja das verpufft einfach so richtig aber er ist auch gesund ich hoffe der wird auch einfach 150 jahre also wollen haben schon leute geschrieben dass es auch schon geschafft haben irgendwie ein charakter von alleine auf 138 jahre zu bringen aber das ist glaube ich mega glück also aber respekt glaube ich muss meine kinder loswerden am meisten genervt hat mich mal dieser wikinger der als ich mal das heilige römische reich gespielt habe so ein wikinger der war 90 und hat permanent mich arrest also der kann man ständig rein und hat er halt der war so uralt und hatte so viele truppen und so hohe wert weil immer nach soll den vorteil dadurch dass du halt viele bündnisse schließen kannst du ich habe immer das problem dass ich dass ich halt echt schwierigkeiten habe irgendwie bündnisse zu finden weil ich halt den einen sohn nur hatte meine alten tage werde ich jetzt noch tagebuch schreiber ich frage mich halt immer noch was jetzt aus aus meinen bemühungen ist gold herzustellen das ist jetzt schon also es ist einfach beendet worden oder wie er hat gesagt okay ich habe fortschritt erzielt aber seitdem sich nicht wieder gemeldet mal weiterzumachen okay sich ungünstig ja was geht denn im heiligen römischen reich vor sich wenige truppen nur noch also im süden italien breite sich glaube ich aus ja das heilige römische reich hat das 7700 man es waren bis vor kurzem noch 10.000 aber nicht eigenes von seinen verbundenen das war aber haben sie die war mit ungarn verbündet glaube ich die sind auch immer noch mit ungarn verbündet oder nee sind sie nicht mehr tatsache genau aha gott wie viele töchter wollen denn meine söhne und söhnes söhne noch bekommen für bündnisse brauche ich überhaupt nicht oder ich würde schon gerne die grafschaft von tyrann erobern muss ich sagen wie denn ja es ist ganz ganz schlimm wie lange dauert mein scheiß waffenstillstand hier doch 21 monate da marschiert die armee von paris mit zehn mann neun soldaten und ein ritter sehr heldenhaft der unser könig ist einfach inkompetent muss es so sagen wie es ist das kann man so sehen ja deswegen sollten wir alle gleichzeitig eine unabhängigkeitskrieg erklären das ist ja die fraktion also wie gesagt wenn alle drehen wir können auch wir können auch alle gleichzeitig tatsächlich einfach unabhängigkeitskrieg erklären dann warum bin ich denn auch fast so stark wie der könig ich habe 4500 mann man kann eine unabhängigkeitsfraktion schaffen ne ja aber natürlich nicht aus auf die kann man sich verlassen der könig mag wir sind voll beste freunde jetzt mit 100 oder so beziehung aber wenn wir das problem ist halt wenn wir alle unabhängig voneinander eine unabhängigkeitskrieg führen dann kann es passieren dass der letzte bei den beißen die hunde bekanntlich wer gerade ist interessant ich bin fast schon so stark wie er mit meinem verbündeten das wieder der typ der der vorher mit dass das die affäre des königs gebeichtet hat und der die großmutter verführt hat gibt mir immer wieder irgendwie gold also irgendwie ist das eine sehr komische figuren im leben meines herrschers also was ist denn jetzt hier an eine unabhängigkeitsfraktion wollen dann können wir alle gleichzeitig unabhängig werden das stimmt das ist noch eine option ja das wäre die beste option dann existiert hat engel frankreich de facto nicht mehr dann sind es noch so viel grafschaften also ich weiß ja nicht oder wir bleiben hat noch also ist die frage wollen wir komplett unabhängig werden oder noch innerhalb von frankreich bleiben und nur die lehns autorität senken ihr letzteres was sagt denn der rest ich meine ist denn selbst überhaupt noch interessiert an so einer fraktion wo er jetzt doch hier schon könig von spanien zur hälfte ist ja gut aber frankreich klingt auch gut denn sie will ich alles haben wir alles ich habe ein bisschen angst von denzel der geht nach norden nach süden und bald geht dann osten und nach westen müssen zusammentun also ich habe jetzt erstmal krieg mit italien ich habe das königreich italien mit angegriffen seit jetzt alle für mich weit weg italien ja nicht schlecht der hat der weniger männer als ich nominell ich glaube ich glaube das ist alles ich glaube ich mache einfach mal eine pilgerreise aus verzweiflung ja ich war kurz drei jahre es kostet 160 gold ich weiß nicht ob ich eine pilgerreise mache ja lass uns nicht angreifen oder irgendwas ich bin jetzt ready wenn ihr einzelne unabhängigkeitsregel macht sagt noch gerade jemand sind eure truppen verfeindet die bekämpft euch gegenseitig mir das wäre das genau dann soll es noch nicht immer hatten das sind ja stimmt genau weil wir dann das gleiche kriegsziel das genau warum das heilige römische reich mich vorher angriffen hatte wir alle uns um den gleichen feind unser leder der könig kämpft übrigens jetzt auch gerade das ist mir anders aber ich habe hier krieg meines lehens herren wer kämpft da angreifend er ist gerade im krieg gegen irgend so ein emir in spanien hocken die an der ostkristin das ist mein nachbar also ich finde der ist nicht so stark der hat 4000 mann und 2000 verbündete wo ist denn seine armee ein kreuzzug das habe ich im letzten reingespiel gelernt das mache ich nicht das wollte aber für andere bitte die die verbündeten katholiken sind leider völlig unfähig ja ja ich war auch leider selber komplett unfähig letztes mal jeder der zugeschaut hat weiß es aber das es war die kai natürlich du hast recht was wie freiheitsfraktion wurde aufgelöst sind wir im krieg jetzt ne ich glaube das ist hat das angenommen ne die fraktion einfach aufgelöst weil wir weil wir nicht am start waren glaube ich die malung gestellt ach so ja er hat's gemacht er hat gemacht was ist okay jetzt geht es zur sache das heißt wir können hier wieder jetzt wird das jetzt gleich brennen ich habe ich bin aber gar nicht irgendwie diesen krieg drin es gibt keinen krieg es gibt einfach akzeptiert weil wir zu stark waren ach so das war bloß die senkung ach ja ich dachte war geistig gerade schon die ganze zeit bei freiheit jetzt wird die hütte auf geht es fallen sie alle beieinander her ja natürlich sofort endlich endlich gehört mir die turan endlich hol ich sie mir los leute und wenn das erledigt ist dann können wir danach auch dann können wir danach auch die britannien holen das ist doch das ist das genau richtig genau die richtige zeit vertreibung gut gut dass ich so dass das trifft sich jetzt gerade genau recht ich gute gut dass ich nicht auf die auf die pilgerreise gegangen bin der sturm der helden sagt jemand im chat nachdem wir uns nach zehn jahren dazu durchringen konnten den könig zu bitten doch vielleicht die liens autorität zurückzunehmen und ewig umgeheiert haben und er einfach nur so ja mach ich genau und wir feiern danach ist aber total ab als sieg endlich mal durchgesetzt hier ein nachwort gesprochen wir haben einfach nur gesagt bitte senke die liens autorität dann sind wir so in deckung gegangen sehr gut meine verbündeten kämpfen derweil hier gegen die verbündeten vom anderen jetzt brennt alles absorbieren absorbieren alle alle verluste oder genau sehr gut ja das ist alles super genau so muss das laufen und danach hole ich mir die britannien das ist gut das leben ist gut dieser kreuzzug ich sage später ja ich glaube ich werde diese heilige sache sage ich mal gern finanziell unterstützen als als kreuzritter muss ich das ja auch irgendwo also ich meine mein typ ist ja sehr fromm deswegen ich weiß gerade gar nicht ich glaube du verlierst dann frömmigkeit kann das wird kein direkter effekt ja erst mal noch nicht aber ich glaube irgendwann ist dann schon dass der papst zumindest ungehalten ich bin ich mir sicher weiß dass jemand im jahr absten höchstens mein erbe kämpfe meiner armee ich habe eigentlich ihm verboten zu kämpfen oder habe ich das noch nicht rechtzeitig geklickt ich habe es finanziell unterstützt ja ich auch ich habe doch immer eigentlich mehr so mein erbe sollte nicht in dieser armee sein ich habe gesagt fragen später noch mal ein arzt jetzt jetzt ist das leben gut sage ich euch jetzt funktioniert hier endlich mal was ich finde dieses spiel einfach so gut ich bin ich mit ich merke jetzt wieder wie viel spaß es mir einfach macht also ich finde es echt eins der eins der schönsten spiele das in letzter zeit rausgekommen ist jeden und das hat noch bevor eigentlich noch funktionen drin sind die vielleicht noch kommen eben ich freue mich total drauf dass jetzt mal das erste paradox spiel wo ich wirklich mal intensiver dabei bin ich freue mich voll drauf dass jetzt mitzuerleben wie das ding schritt für schritt nur noch besser wird und ich war jemand vorher gefragt hat ich sollte in der tat jetzt mal belagerer kriegsvolk machen ich kann nur noch nicht mehr kriegs vor ich bin an meiner grenze ich bin ja immer noch recht niedrig vom rang her weil ich am anfang so einen schwachen start hatte aber mir ist bewusst dass sie auf jeden fall dringend mal ohne da brauche sobald sich mein limit das nächste mal erhöht werde ich auch katapulte bauen das ist mir schon bewusst ich habe visionen des göttlichen und ich dachte ich ja besessen und ich überzeuge jetzt meinen bischof auch noch davon dass ich wirklich visionen habe luxemburg ist gewachsen leon greift mich an wer ist das irgendeiner der da in spanien sitzt aber müsste dann nicht eventuell der könig eingreifen ich glaube das macht aber ich habe selber angegriffen ach so hast aber auch schön erst mal formuliert dich erst mal selber opferrolle bewegt das ist verständlich weil jemand sagt ich kann kriegsvolk ändern ja das schon aber da hätte ich ja das geld rausgeschmissen das würde ja ich kriege ja das geld für das andere nicht zurück glaube ich das ist mir jetzt nicht effizient das stimmt so wichtig ist mir die belagerung ist auch wieder gerade nicht hat er bislang immer gut funktioniert aber auf jeden fall brauche ich das bald das ist schon richtig so als nächstes will ich hier bitte warum habe ich da oben auf einmal ansprache man bekommt man so random ansprüche ich nicht ganz verstehe ich habe ein das ist echt das spiel schlägt dir ja zufällig namen froher wo auch immer einer dabei sein kann dass den du schon vorher einem kind gegeben hast das heißt er hat mir jetzt automatisch schon wieder den namen moris moris vorgeschlagen aber natürlich heißt der enkel moris 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 und ich kann sagen immer eins mehr ne moris 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 de la moris ist sein name so möge dir stark und weise werdet werden ich mache meine jagd währenddessen ich im krieg führe ich finde es so lustig der könig von italien sitzt mit seiner gesamten kriegsflotte vor korsika und traut sich nicht an land das ist erbärmlich aber wann kann ich dir den krieg erklären junge dieser unsägliche ach jetzt ist schon der waffenstillstand ist vorbei ach ja dann ja leute was spinnt die eine unabhängigkeitsfraktion gegen mich ja das geht in alle richtungen mit eiserner faust das zerschlagen oder kann ich ja morgen ach ja akt der tyrannei familie verliert meinung und jetzt gehen sie an land und das ist ein fehler jetzt haben sie nämlich den an land gemalus minus 30 prozent kampfkraft mehrere monate meine meine gemahlin hat krebs das ist nicht gut also meine familie ist echt wird gefragt warum steinwallen nicht dabei ist weil steinwallen urlaub hat ich will es würde mir natürlich nicht einfallen krebs zu spielen ohne ihn nicht gefragt zu haben aber man gönnt dem lieben man ja auch mal so eine freizeit ich will können maximal spielen eigentlich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ich habe ich glaube theoretisch also theoretisch beliebig irgendwann macht wahrscheinlich den netzcode zu oder was auch immer dafür verantwortlich ist werte korrekt ja ich mag euch zwar nicht geliebt haben aber trotzdem setzt mir euer abschiff finden zu ok jetzt ist meine gemahlin tot und ich kriege einen nervenzusammenbruch hey das ist so genial die können gar nicht weg die sind auf korsika und sardinien grad gefangen die können sich gar nicht so weit zurückziehen ich kann es die italienische armee verprügeln so viel ich will und gewinne dadurch diesen krieg aber diese ganze familie von hier nur mädchen vorgebracht jetzt kann ich halt noch eine neue ehefrau mir suchen das ist ja gar nicht so doof die maximale lobby kurs ist 64 64 ich glaube wir sehen halt schon dass wir schon jetzt so bisschen probleme mit dem netzcode haben aber ich kann ein mögliches bündnis mit dem trupp des briganten kaisers machen also irgend so ein so ein söldnertrupp ist das dann oder was doch wieder irgendeinen krieg unser lebensherr ist immer noch irgendwie mit diesem scheich da oder sowas zugange das beste an kriegen ist echt immer das lösegeld finde ich ja weil du so viel geld auf die leute auch trotzdem auch wenn das den kriegsfortschritt zurück 50 gold oder 100 gold ach da kann ich mir noch eine stadt mehr habe ich das wieder drin richtig richtig und du kannst du vielleicht sogar wenn sie noch mal gefangen nimmst sogar noch mal auslösen ja das ist super das entscheidende ist ja einfach bloß die armeen werden ja so schnell nicht so größer wenn du sie einmal geschlagen hast schlägst es den zweites und drittes mal wahrscheinlich auch oder wie jetzt gerade eben also italien hat schon so viele ritter verloren dass der zwar noch noch relativ viele männer hat aber die haben keine effizienz mehr weil die ritter sind der mensch machen er bei denzel was gehen bei dir ab du bist ja gewaltig geworden ja 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 das macht mir echt angst gerade ja jetzt ist ja warum ich nach italien in ruhe wieso habt ihr angst vor mir naja ich meine man muss sagen es gab eine menge leute so in diesem territorium die du auch in ruhe gelassen hast bis zu dem moment wo du es nicht mehr getan hast ich habe noch keinen feindlichen fuß auf territorium von jemanden der hier mit im in der runde ist gesetzt hat sich das stimmt das ist der oberer den es gibt das stimmt das stimmt ich muss tatsächlich als ein nachbar und als derjenige der zweimal gegen ihn unfreiwillig krieg geführt hat seine ehre verteidigen das stimmt alles vielleicht bin ich ein bisschen dreist was meine ausdehnung angeht ich weiß du wolltest auch spanien im süden haben aber so ist das der first camp for surf sagt das stimmt deswegen gehe ich jetzt nach italien ist auch warm dort viel erfolg läuft es läuft würde weil sie verdiene ich jetzt deutlich weniger geld weil meine neue ehefrau längst nicht so gut im warum hörst du auf die stadt zu belagern es gibt ja wohl nicht die kai schon wieder so bei 99 prozent entscheidet sie sich mir zu helfen in einer schlacht wo sie mir nicht helfen muss ach gott sei dank sie ist verheiratet ich habe schon hier gewonnen ich bin ja doof was gedacht ihr könnt kaiser heinrich den krieg erklären ja kann ich auch kommen let's go wobei ich merke ich habe 6000 man mit verbündeten er hat 8000 und wo ich habe einen anspruch auf die herr auf das herzogtum normandie über meinen graf gut das ist halt ein ja das muss ich schwierig sein da wenn ich das mache dann würde er ja unabhängig da muss ich erstmal selber ja könig sein aber kann ich nicht könig sein kann ich nicht und eigentlich mit gläsern das heißt gesundheitsgefahr erhöht und ich stelle mir vor als wir wahnsinnig und bildet mir einig sei aus glas vielleicht stimmt es auch aus glas aber es ist ein massiver gesundheitsbonus steht drin bonus nein also wenn ich mal aus auge machen steht dran gesundheit massiver bonus moment ja ist auch als plus bei dir drin ich glaube das ein bug aber jetzt passe ich besser auf mich auf stimmt das ist ja die oder das perfekt na also stimmt so kann man es auch sagen ja glas nummer läuft so bella italia ich bin da das kleine stück glaube ich meine gut also es ist tatsächlich eine sache das ist gar nicht so weit weg dass man jetzt hier mal den dem heiligen römischen reich aufs maul gibt ja also ich meine ich bin für alles zu haben wir sind nicht so weit weg was truppenstärken angeht mussten wir bei mir also ich habe halt einen anspruch der halt auch geil ist aber da muss ich jetzt erstmal noch einen titel höher kriegen damit wenn ich hier meinen meinen was allen hier zum herzog der normandie mache dass er dann nicht unabhängig von mir wird muss mir erst mal vom krieg erholen gegen navara habe leider nicht gewonnen jetzt bin ich komplett verschuldet nein deswegen müssen wir dann geld kommen aber ich meine ich könnte halt habe ich denn noch ich kann muss doch bestimmt irgendwie ein zweites herzogtum hier irgendwie schaffen können herzogtum wo sich das dann noch mal hier herzogtum von anju drei der jure grafschaften urltum von main oder sable ja ja okay das heißt ich muss diese diese englischen territorien hier muss ich mir holen und england wie stark ist denn england ebenbürtig mit meinen zwei verbündeten ja das wäre doch vielleicht was er ist halt verbündet mit norwegen und so bis die kommen dauert ja ewig okay okay ich sehe schon ich hier hier ergeben sich optionen das war teuer okay auf eine meiner feste kam es zu einem gesellschaftlichen eklat eine eine öffentliche affäre im so fest könnt ihr euch denken warst du darin verwickelt oder war es nur das war einfach höflinge von mir das macht doch opa nicht der ist nicht mit 170 so was habe ich gemacht bis 130 aber inzwischen sind meine ruhigeren tage die fraktion hat sich aufgelöst das gibt es ja nicht das ist der könig mein freund der französische könig ist es mein freund das gibt es ja wohl nicht freund ja mein freund cooler typ eigentlich auch ja warum kann ich den kriegs in den krieg erklären aber es gibt keine kriegsgründe wett 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 ist ein bug krieg erklären keine kriegsgründe ähh okay so ich hab jetzt schon mal einen anspruch auf diese englische grafschaft hier Maurice mhm hallo nachbar oh gott was hallo nachbar Schön, dich hier in der Bretagne begrüßen zu dürfen, die ich inzwischen geworden bin. Mit deinen 4000 Mann. Ich fange jetzt an, Städte zu bauen, weil ich es kann. Bau mal zwei Tempel gleichzeitig. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund innerhalb kurzer Zeit hintereinander das Glaubensoberhaupt um Geld bitten können. Kann es sein, dass wir gerade eben einen Papstwechsel hatten? Nicht, dass ich wüsste. So, Leute, riskiere ich das jetzt, dass ich England an... Oh, er hat gerade auch ein paar Verbündete verloren. Ey, das ist der perfekte Zeitpunkt. Ab geht's. Ja, geil. Was? Ich verstehe es nicht. Gut, dafür ist Prestige gut, weil wir gerade die Frage hatten, Verbündete in den Krieg rufen. Das stimmt, ein Angriffskrieg, das kann sehr teuer werden, ja. Ich bin ja direkt neben so einer Hauptstadt, deswegen dürfte das hier relativ schnell gehen. Jetzt habe ich sogar Ohnaga inzwischen übrigens, weil das viel kritisiert wurde. Inzwischen sind wir ganz gut am Start. Kann das sein, dass die Britannia sich ein bisschen zurückgekämpft hat sogar? Die Britannia bin ja jetzt ich. Ah. Ich bin ja in die Britannia. Verstehe. Ich bin der Senat. Du hast einfach die Farbe gewechselt. Das ist verwirrend für mich. Okay, verstehe. Weil das halt dadurch mein Herzogtitel geworden ist, bin ich jetzt die Britannia. Aber der französische König ist immer noch mein Lehnsherr. Also er hat dadurch tatsächlich was gewonnen. Ich bekam gerade die Meldung, dass ich jetzt sterben werde. Oh nein. Es ist Zeit zu gehen. Ich täusche meinen Tod vor. So. Und damit es bei der Geschichte bleibt. Ich würde mal sagen, 152 sind ein stolzes Alter, oder? Ja, absolut. Aber das passiert mit dieser Skillung relativ regelmäßig, wenn man nicht gerade selber in die Kriege zieht. Dafür, dass er gebrechlich ist, hat er echt lange gelebt. Ehe, unglaublich. Jetzt ist meine neue Gattin tatsächlich noch schwanger geworden. Ich hoffe mal, das wird eine Tochter. Sonst müssen wir da nochmal drüber reden. So, was geht in dem Heiligen Römischen Rheinisch? Da müssen wir echt noch gucken, ne? Also, da kann sein, dass wir da was reißen können. Also ich habe jetzt 6300, der Kaiser hat 8500 Truppen, jeweils mit Verbündeten. Das ist nicht mehr so weit auseinander. Also wenn wir einfach beide gleichzeitig den Krieg erklären, dann kann er ja nicht auf uns beide gleichzeitig reagieren. Sondern nur auf mich dann, meinst du? Ja, okay. Ja, auf einen von uns. Ich weiß nicht, der andere kann ja vielleicht helfen oder sowas. Aber ich glaube halt, wir können uns nicht verbünden, weil ich habe, wie gesagt, gut, wenn jetzt ein neues Kind bei mir kommt, vielleicht können wir uns dann verbünden. Bislang ging das ja bei mir leider nicht. Ach so, stimmt. Das ist ja das Kinderproblem. Ja, genau. Oh, es gibt eine neue... Denzel hat eine Unabhängigkeitsfraktion gegen den König geschaffen. Aha! Nieder mit dem König! Ja, aber Dennis hat inzwischen auch schon 400.000 Mann, ne? Der kann denn ja alleine besiegen. Der König, der Französische, also sein Reich wird so ein bisschen ausgehöhlt, Schritt für Schritt. Das muss man schon sagen. Er hat aber starke Verbünde, der das nervt. Deswegen. Er hat... Oh, er hat... Oh, denn... Vor allem dieser... Routenien, wo ist das überhaupt? Hat 4000 Mann. Das ist so da hinten irgendwo. Hinter Polen. Ja, mutig von dir, diese Fraktion zu schaffen, Denzel. Wenn keiner mitmacht. Wie immer. Du bist ja echt überall, Denzel. Holy moly. Oh, der König von Ungarn hat sich meinem Krieg gegen England angeschlossen. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ich hoffe mal, das dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Dass eure Reaktion auf mein Bestreben der Eure Fähigkeit gegen den französischen König. Nachdem ich, wie der größte Freiheitskämpfer Europas, vorher euch vereint hatte, um die Lehnsautorität zu reduzieren. Was ja so was von Erfolg, eine Mega-Erfolgsgeschichte war. Und jetzt will ich die nächste Coup starten, Frankreich zu befreien. Und ihr diskutiert das kurz weg und habt andere Probleme oder was? Ja, überleg doch mal, der hat Soldaten. Oh nein, es ist ein Sohn. Oh nein. Dann haben wir ein Problem. Ich, ich... merke mir das. Okay? Wo kommen denn jetzt die Ungarn? Noch sehe ich sie nicht. Da bin ich ein bisschen Angst vor. Welcher Ungarn? Hast du Krieg mit Ungarn? Ja, Ungarn hilft England jetzt gegen meinen Krieg und diese Grafschaft hier zu erobern. Aber das wird schon alles. Da war ja was. Weißer Friede will er. Mein Enkel ist im Alter von acht Jahren ertrunken. Ui. Das sehe ich gerade zufällig. Das ist... halt schon zwölf Jahre her, ne? Das ist jetzt aufgefallen. Das Spiel hat mir das nicht wirklich gemeldet. Hast du das jetzt gefunden, oder was? Wahrscheinlich treibt wahrscheinlich so der Körper gerade so irgendwie wobei nicht so... Moment, ich kann nicht so... Wem gehört eigentlich dieser Körper da, der seit zwölf Jahren treibt? Ja, genau. Oh Mann. Wie düster und bitter. Gut, aber noch läuft das hier gut. Meine Verbündeten sind am Start. Ich habe auch notfalls genug Geld für einen Söldner-Trupp. Oh, hier kommt eine fette Armee. Ah, okay. Da müssen wir jetzt gleich... Und sie holen sich... Wollen sich meine Hauptstadt holen. Ach, wie doof. Gut, dann... Auf, Männer! Was machst du denn da, Maurice, für Schabernack? Ich hole mir eine Grafschaft von England. Eine Grafschaft von England? Ja, diese unsägliche englische Hauptstadt, die direkt neben meiner Hauptstadt steht, die ist halt schon seit... Seit Jahren ist meine... Ist das eine persönliche Beleidigung gegen meine Dynastie? Jetzt bietet sich der... Jetzt macht der Sack halt ständig... Gut, mit dem Typen mit 500 Mann kannst du gerade noch eine Allianz bilden, wenn du willst. Du bist Herrscher der Bretagne und beschäftigst dich mit so lächerlichen kleinen Grafschaften, wenn es um Königreiche gehen kann. Ja, die Sache ist, es kann doch nicht um Königreiche geben, weil ich brauchte zwei Herzogtitel, um König der Bretagne zu werden. Und rate mal, welche eine Grafschaft mir dazu fehlt. Die englische Hauptstadt. Ich bin tot. Oh nein! Mein Gott! Es ist vorbei. Verdammt. Was? Wie? Ja, nee, also ich... Es ist nicht ganz vorbei. Also ich bin halt gerade gestorben. Ach so, dein alter Sack. Jetzt bin ich mein Sohn, genau. Ach, verstehe. Oh Gott, das ist ja mal ein Horror. Nein, ich hab's falsch gemacht. Ah, ich bin so dumm. Ich hab mich jetzt auch dem Alkohol hingegeben. Da kommt noch was von Ihnen. Oh Scheiße. Jetzt kommen die Ungarn. Was macht denn ihr da oben? Kommt doch mit rein. Kommt doch mit rein da oben, ihr... Ah, ich bin so doof. Oh Gott. Was passiert gerade? Eieieieiei. Oh nein. 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 Und alle Söldner sind zu teuer. Holy shit. Warum denn das? Warum sind die alle so teuer? Ah, oh Gott. Das tut weh. Jetzt lassen sich meine Verbündeten auch noch abservieren. Ah, wie blöd. Ja, der Engländer hatte diesen, äh... Wart mal. Kann ich auch noch ein Bündnis schnell schließen mit meinem... Kann ich mal kurz Pause machen? Ja, von kurz. Das ist gerade etwas, äh, etwas kritisch hier. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch, ob ich selber noch irgendein Bündnis heranschaffen kann jetzt. Mit Maurice, Maurice, Maurice. Oh ja, die Grafschaft... Das Ganze hat Ihnen schon angestellt, immer an deiner Seite, ne? Das weißt du. Äh, außer jetzt. Dann, äh, werde ich einfach mal schnell mich mit dem, mit der Grafschaft von Göttingen verbünden. Göttingen? Der hat 3000 Mann. Das wird jetzt nochmal lustig. Ich merke, dass diese ganzen Kalifate da unten und Scheichtümer, die sind einfach viel zu mächtig. England ist gerade in drei Kriegen. Ach, da ist auch noch das Königreich Ungarn, kommt jetzt auch noch. Das sind nochmal andere. Okay, der hat zu viele Verbündete. Da lassen wir doch hier mal... Ah, verdammt. Da sind drei Kriegen gleichzeitig jetzt, ne? Gegen dich und noch zwei andere. Sind die, aber sind die anderen auch stark, ist die Frage. Sieht nicht so aus. Nee, der andere hat 3000. Obwohl, hier, ach nee. Herzog. Ja, guck, der hat halt noch eine 4000-Armee aus Ungarn. Den Krieg hat er erst, den hat er erst geschlossen, nachdem er, ähm, nachdem ich ihm schon den Krieg erklärt hatte, hat er sich noch ein neues Bündnis geholt. Und gegen wen ist er... Er verliert halt auch all diese Kriege, aber... Okay, er ist halt, äh, nee, er gewinnt die meisten tatsächlich. Weil er hat halt einfach mega starke Verbündete jetzt. Das ist natürlich hart. Gut, ich glaub, da kapitulier' ich eigentlich besser, bevor da noch mehr passiert. Ah, das ist frustrierend. Lass mal schauen, was macht er denn jetzt? Wenn er sich jetzt ein bisschen aufteilt... Wo sind meine, meine Männer aus Göttingen? Kommen die noch? Da hinten wären... Ah, da kommen sie oben angesegelt. Ah, die hat halt hier so eine 6000er-Armee. Ah, ist das schwierig. Ganz schön viele da oben bei dir. Ah, ja. Deine Stadt brennt ein bisschen. Wer macht ja auch immer neue Allianzen noch? Oh, scheiße, mein Prestiges Minus 110. Ja, ich brauch eine Jagd. Ein Festmahl machen wir. Kostet nicht 100, egal. Wir machen ein Festmahl eine Jagd. Ich brauch Prestige. Und ich muss Stress senken. Ihr werdet nicht mehr von der Anspannung übermanen. Nice. Oh, mein Kind. War nicht mehr meins. Wenn wir jetzt noch mit diesem Verbündeten hier zusammen... Alter, Simon, das ist ein Genie. Den will ich erst mal König haben. Wenn die hier jetzt auch noch hier dazukommen... Oh, ich bin verwundet, verdammt. Und dann alle gemeinsam könnten wir das sogar schaffen hier. Gut, hier ist irgend so eine komische Wurst-Armee von den Engländern. Was würde ich machen, warte. Wenn ich mit den anderen vielleicht freundschaftlich einschleimen. Und ganz am Ende, bevor alles endet, werde ich sie angreifen. Und alles, was ich habe. Gut, wenn jetzt der noch aufhören würde, da zu belagern, wäre das cool. Ja, ist das. Ach so. Ach, nee, das ist gar nicht von den Engländern. Das ist irgendwer anders. Wir sollten Denzel angreifen. What? Ja. Das kam jetzt plötzlich. Die sind entstellt und hässlich und deswegen haben sie Masken auf. Wie hier, meine Tochter. Ich sehe das Reich im Westen plötzlich mit ganz anderen Augen. Als Bedrohung. Meinst du mich, Denzel? Als Bedrohung? Da habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, aber wäre so, als hättest du gesagt dieses Wort angreifen und Denzel in einem Satz. Dazu habe ich niemals gesagt. Scheiße, war ich nicht gemutet? Das war nur, das war, oh Gott, ich habe da was vorgelesen, das hat der Chat geschrieben. Ich würde das natürlich niemals tun. Entschuldigung. Wir haben ja gerade einen großen Sieg gegen zwei Engländer errungen. Gegen zwei Engländer? Es waren exakt zwei. Ich bin mit 2694 Mann über sie hergefallen. Ich finde das witzigste ist immer noch, dass die englische Hauptstadt immer noch in Frankreich ist. Ja, wir haben sie jetzt auch erobert. Und jetzt, wenn wir vielleicht diese, nee, doch, wir haben sie erobert. Wenn wir jetzt diese Armee hier kriegen, mit unseren, komm, auf sie. Ihr kommt mir nicht davon. Ich hole euch. Hier ist der Action oben, ey. Bei mir ist mega viel Action, aber das ist gut. Gerade gut, den kriege ich, komm, ja. Und meine Verbündeten kommen noch dazu. Da hat sich der Engländer jetzt leider ein wenig, also der Ungar und der Engländer haben sich so ein bisschen getrennt voneinander. Und jetzt habe ich sie abgepasst. Oh, guckt euch, wie schön das hier ist. Ja, so muss das sein. König Salomon von Ungarn. Du hast dir die falsche Seite ausgesucht. Du hast echt viele Einheiten. Sind das Verbündete von dir oder sind das alles deine? Ich habe auch einige, aber das sind weitgehend Verbündete. Okay. Ja, jetzt müssen wir diese englische Armee, die gerade hier anlandet, komm, oh, das wird großartig. Das wird glorreich. Der landet hier wie so ein Narr. Und wir vernichten ihn. Du britischer Halunke. Weißt du, du hast dir dasselbe ausgesucht. Ich wollte einfach nur Frankreich den Franzosen, ja? Und du kommst hier an mit irgendwelchen Ungarn und nimmst mir die Ländereien, die meiner Sippe gehören, weg. Komm schon, erwische ich ihn noch? Ah, ich erwische ihn nicht. Komm schon, ich will den haben. Diese Armee. Ich habe Inzest am Hof. Inzest. Der empfehle ich Inzest-Ex. Ich muss den halt hier ein bisschen verfolgen, das ist ein bisschen blöd. Ah, blöd. Macht jetzt mein Verbündeter, greift der jetzt England direkt an, oder was? Auf geht's, Mois! Ja gut, der haucht ab. Also der eine hier flieht, dann soll er das tun. Ich habe das Gefühl, dass mein neuer Herzog und seine Frau, die sind beide Alkoholiker. Ich glaube, die sind nur noch zusammen am Saufen und machen keine Kinder mehr. Ja, meiner ist auch ausgeflippt, der ist ja ein Trunkenbold geworden. Da war zu viel Stress, dass er pleite war. Ja, ich habe ihn ja so übernommen, das hat die KI angerichtet. Uff. Und ich glaube, die Engländer haben echt ein bisschen Stress jetzt gerade hier. Ich weiß nicht, was der hier irgendwie vorhat. Aber du hast noch einen Sohn, hast du aber noch, oder? Ja, ja, aber der ist halt jung. Der andere wäre jetzt halt schon de facto erwachsen, ne? Mhm. Das ist halt echt bitter. Naja. Das ist halt mal wieder eine ruhige Phase bei mir. Oh, mein Sohn, der Bischof lädt mich ein zu einem Festmahl. Ist ja nett. Hast du den weggeschickt, um Gelübde abzulegen, oder wie kam das? Ne, ich habe ihm einen Bischofssitz als Lehen überlassen, dann ist er Fürstbischof. Nice. Sehr gut. Ist mein Verbündeter jetzt irgendwie, warum haut der den wieder ab? Ach, weil er, weil er einen Bauernaufstand bei sich daheim hat, oder was? Ja, okay, mein Verbündeter muss ich mit dem Bauernaufstand rumschlagen, das ist suboptimal. Ich bin mit dem Pferd vom Festmahl meines Sohnes geflohen. Oh, wie kommen wir mal Verbündete? Es war einfach, da war mir zu viel los. Bisher so der introvertierte Mensch, ja? Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Aber ich habe natürlich die Einladung trotzdem angenommen, weil ich bin auch ziemlich blöd. So wie Maurice mit seinem 80.000 Intellekt. Lebt eigentlich noch? Wie hat ist denn da schon? 52, okay. So, jetzt gehen wir den Ungarn nochmal auf die Nase, holen uns da oben Englisch. Ey, das wird, Leute. Das kriegt man noch hin, wenn jetzt mein anderer Kumpel auch noch seinen Bauernaufstand in den Griff bekommt. Was ganz gut aussieht, glaube ich. Was ist denn hier los? Achso, das sind die Truppen von dir. Okay. Nachbar. Derweil holen wir uns hier diese Städte. Ja, ey, das läuft doch. Bitte schön. Jetzt müssen wir hier nur noch wirklich aufpassen. Oh, wir haben einen neuen König. Oh, wie ist das denn passiert? Der 17, der ist noch jung. Ich glaube, Denzel hat was damit zu tun. Denzel, was hast du getan? Er hat jetzt keine Verbündeten mehr. Der König von Frankreich. Oh, 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 das tut weh. So, da landen die Engländer wieder an, aber denen treten wir entgegen. Warum packen die mich eigentlich immer in die Ratsspitzel-Position? Oder sind wir beide im Rat des Königs, oder? Ich bin auch im Rat, ja. Wieso hatten der jetzt immer noch Verbündete, seine Schweinerei? Super viele, der hat mit 12.000 Leute oder so. Ja, jetzt mehr als vorher. Ich hab 15.000 Einheiten, ne? Viel Spaß. Du hättest tausend mehr als davor. Entschuldigung, das ging ja nach hinten los, ne? Der erste Teil. Vier Jahre habe ich, dass ich viel Geld nicht investiert habe und diesen Komplott gegen den französischen König, das hat mich 500 Gold gekostet oder so. Das müssen wir so noch umbringen. Hammer. Und jetzt hat er mehr als vorher. Noch einmal mit Gefühl. Los, Leute. Ich will diese Armee besiegt haben. Eine neue Fraktion geschaffen. Gegen dich? Jetzt muss man gucken. Jetzt kann halt sein, dass er jetzt trotzdem Probleme kriegt, weil er jetzt halt sein Reich ja erst mal sichern muss. Das ist ja immer schwierig als neuer König. Lauf doch mal, Truppen. Schade, dass es jetzt diesen Gewaltmarsch gibt in Europa Universalis. Das kommt bestimmt noch als DLC. Ja. Der ist original jetzt mit dem byzantinischen Kaiserreich verbündet. Den was? Den... Ah, Tatsache. Das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Die hat ein 15.000 Mann. Ja. Ich meine, wir erinnern uns ja, damit habe ich ja schon mal ein Renke-Spiel gewonnen hier, indem ich einfach nur die als Bündnis hatte. Mein Enkel wurde an der Schlacht erschlagen. Wer war das? Ich habe nicht gekämpft. Warum kommen hier schon wieder so viele kaiserliche Truppen reinmarschiert aus dem Heiligen Römischen Reich? Es ist einfach Kriegstreiberei, dieses Reich. Ich glaube, wir müssen uns da wirklich mal Gedanken machen. Ah, das ist halt das. Es wird langsam ne Bürde. Okay, dann muss ich jetzt die Frau auch noch töten. Okay. Oh Gott. Ich kann dir Geld leiden, wenn du möchtest. Das ist ein Munster. Ja, sie ist halt die Tante aus Byzanz. Wenn die weg ist. Ah, das ist ja, ja. Aber die schon, warte mal. Die ist doch schon... Nee, sind nicht schon super alt? Die ist... 18 ist sie. Das würde ich jetzt nicht... Die Mittelalter ist auch schon alt, aber ja. Na, stimmt. Ist jetzt 18. Also, das solltest du gucken, ne? So. Dann vielleicht rüberkommen. Ey, Leute, ich sag's euch. Der Engländer hier, das, äh... Läuft das jetzt oder nicht? Das wird, der kriegt jetzt die Quittung. Gehst du dann rüber, Maurice? Nein, nein, nee. Also, ich meine, gut, vielleicht. Also, erst mal will ich natürlich hier, äh... meine heimischen Angelegenheiten in Ordnung bringen. Aber ich meine, mal schauen, ne? Also, offensichtlich bin ich ja in der Lage, den englischen Löwen zu bezwingen. Warum sollte ich, wenn ich diese Fähigkeit schon mal bewiesen habe, das dann nicht auch ausnutzen, um noch mehr davon zu profitieren? Klingt kreise. Klingt kreise. Ich seh schon, Mörb, der ist da schon in Italien angekommen. Ja, aber ich lege mich da durch, hat alleine die Kühne gerechnet. Wir können mal kurz eine Pause machen, glaube ich, und mal wieder Revue passieren lassen, was so passiert ist. Weil ich glaube, es passiert gerade einiges. Ich kann mal hier bei mir anfangen. Also, wie ihr seht, hier, ich habe jetzt die Bretagne. Also, ich bin jetzt die Bretagne, weil ich habe sie halt erobert. Und dann war das mein mächtigster Titel, weil ich halt davor noch kein Herzog war, weil ich da etwas langsamer war als die anderen. Und jetzt ist gerade so, ich kann König der Bretagne werden, wenn ich zwei Herzogtitel habe. Und für den zweiten Herzogtitel fehlt mir genau diese Provinz, die halt zufällig die englische Hauptstadt ist. Deswegen kämpfe ich jetzt gerade mit dem ganzen englischen Königreich, um diese eine Popelprovinz, nur um Herzog zu werden, um dann König der Bretagne zu werden. Es ist alles sehr verworren. Und ich habe dafür die Armeen von der Grafschaft Göttingen in die Schlacht gerufen, die aus irgendeinem Grund 3000 Mann hat und richtig stark ist. Die ganze Stadt. Ja, also wirklich, die mir jetzt hier helfen. Göttingen, also die so stark sind wie ganz England irgendwie, Göttingen. Und entsprechend kämpfe ich mich jetzt hier rum und läuft aber ganz gut. Ich habe plus 82 Prozent Kriegsscore. Und ja, und jetzt habe ich das ganz gut am Start. Dann gehen wir nochmal weiter. Gräulich ist hier auf der anderen, hat die andere Hälfte von Frankreich quasi. Es ist mir gespiegelt sozusagen. Da bist du auch sehr stark. Du bist im Krieg mit Flandern, weil du das dir da oben holen willst. Ja, stupid, sexy Flanders. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt. Genau, aber das ist so meine Richtung, in die ich gerade gucke. So ein bisschen hier Flandern, ein bisschen Ärger machen und dann schauen wir mal weiter. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Dann lass doch mal weiterschauen, denn ich höre immer so von unten, dass da auch viel passiert. Edope, was ist bei dir der Stand der Dinge? Unten passiert nur viel bei Denzel. Das kann ich dir so sagen. Du bist aber auch mit dem byzantinischen Kaiser verbündet. Ja, ich habe mir ein paar Freunde geholt. Das stimmt schon. Ich will jetzt nochmal wieder Richtung Süd nochmal angreifen. Da habe ich es einmal probiert. Bin kläglich gescheitert, weil irgendwie ein paar Schiffe gekommen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ja, Denzel macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Der hat mich umschlungen und fängt jetzt auch nochmal im Westen Spaniens da nochmal da an. Ihr seht das byzantinische Kaiserreich mit 15.000 Mann und auch verbündet mit Frankreich. Wie Denzel ja gerade leidlich festgestellt hat. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Typ Maurice heißt. Also Basileus Maurikius. Das würde Maurice übersetzt werden. Und es gibt ja auch ein Handbuch, das Strategikon des Maurice. Ist ein bekanntes Militärfeldherrenbuch von einem byzantinischen Kaiser, was ich fantastisch finde. Sollte ich mal lesen. Absolut. Derweil ist Denzel der größte und mächtigste von uns. Dein Reich ist so ein bisschen unförmig irgendwie. Aber man merkt ja schon, dass Frankreich wohl dein Ziel ist. Kannst du das Reichsschäming bitte sein lassen. Es tut mir leid. Aber ja, du hast vollkommen recht. Und vielleicht schaffe ich es euch ja, zu vasalisieren, wenn man das so nennt. Das würde ich ganz witzig finden. Und vielleicht könnt ihr da nichts gegen machen. Das Problem ist, der französische König, beziehungsweise seine Frau, die das Bündnis mit Byzanz irgendwie... Ja. Also nochmal zum Mitschreiben für alle. Du hast den alten König umgebracht, um das Reich zu schwächen. Und dann gemerkt, sein Sohn hat eine Frau aus Byzanz. Oder... Und die ist halt original dann 18 geworden oder so. Oder was das nicht. Und jetzt zieht auf einmal das Bündnis. Ich weiß auch nicht, wieso, weil normalerweise... Geil. Ja, ich weiß nicht. Auf einmal ist er mit Byzanz verbündet und das sind halt 15.000. Das ist das größte Reich gerade auf der ganzen Karte. Geil. Ja, Manpower auf jeden Fall mit Abstand und entsprechend beiße ich mir gerade an den Restriktionen die Zähne aus, die mir das irgendwie... Ja, die Tatsache, dass ich französischer Vassal bin, das muss weg. Jetzt sehe ich erst, dass du hier auch noch da hinten links in Spanien ein Land hast. Ja, das habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Also ich lasse ja das Reichshaming jetzt sein. Das ist mir nur gerade völlig neutral ist mir aufgefallen, dass das hier auch noch Denzel ist. Mich würde es mal interessieren, Mörb. Erstens, du bist ja komplett eingeengt von Denzel jetzt. Du kannst noch so ein bisschen oben links in die Auvergne gehen und du hast jetzt hier einen neuen Erben, der aber auch gar nicht schlecht am Start ist mit 20 Verwaltung. Den habe ich ausgewählt, ja. Was ist so deine Einschätzung der Lage gerade? Ja, also du hast es schon richtig zusammengefasst. Also ich bin eingesperrt. Für mich sieht es so aus, wenn man ein bisschen raus scrollt, als ob Denzel so dieses riesige Maul ist, das mich schon quasi... Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen versuche ich jetzt zu entfleuchen, weil Corsica gehört ja eigentlich Dejour zu Frankreich, das wissen wir alle und deswegen muss ich da jetzt dringend hin. Und ich habe auch vor mir noch restliche andere Teile aus Italien rauszupicken. Also ich denke, Italien ist das Ziel. Ich meine, du könntest natürlich auch mit Edo P. zusammen versuchen, den Maul irgendwie zu trotzen. Also... Ja... Zusammen seid ihr gleich stark. Also ich denke sogar, dass ich... Ich habe mit meinen Verbündeten sogar mehr Truppen als Denzel, aber die Frage ist... Ich warte mal ab, was mit ihm passiert, wenn er stirbt. Er ist schon 56 und dann zerfällt sein Reich und dann sehen wir mal, wie es dann aussieht. Sag das nicht. Ich bin 53. Nein, ich bin jung. Er ist noch in Ordnung. Das sieht man, das kann noch dauern, aber das kann halt auch schnell gehen und... Ja, also ich hoffe halt einfach... Ich hoffe halt einfach auf diesen Moment, dass es dann mit Denzel halt irgendwie erbtechnisch halt eine Spaltung gibt. Bin hier noch anwesend, ne, Leute? Der freundlichste Expansionist der Welt, der nie einem Nachbarn ein Haar gekrümmt hat. Ja, ich tue ja auch nichts gegen dich. Ich hoffe einfach bloß, dass du dich halt noch mal... Ich hoffe nur, dass du stirbst. Ja, ich spüre sehr viel Angst bei meinen Nachbarn. Und Angst ist ein schlechter Nachbar. Weißt du ja? Ja, also bei mir heißt Angst weglaufen. Du siehst, ich bin schon halb in Italien. Okay. Denzel hat zwei Söhne. Das heißt tatsächlich kann die aber... Einen überzähligen Sohn kann man ja schon loswerden. Das ist jetzt nicht so wie bei Edope, wo es, glaube ich, wirklich schwierig wird. Ah, hier streichst du da auch noch ein. Nein, ich meinte, dass du ja problemlos einen Sohn loswerden kannst, dass du keine Reichsteilung hast. So, ich dachte, du solltest einen Sohn umbringen jetzt aus Heide im Himmel. Nein, nein, nein. Ich meine, dass du ihn umbringen könntest, zum Beispiel, wenn du die Erbteilung verhindern willst. Während halt Edope mit seinen irgendwie sechs Sprösslingen... Ja. Glaube ich, das wird schwierig, das noch irgendwie so hinzukriegen, dass da keine Reichsteilung passiert am Ende. Ich habe halt auch nur zwei Söhne, das geht auch noch. Aber ja, gut, dann machen wir weiter, oder? Es wird also noch spannend, was hier noch so passiert. Gerne. Du es. Feuer frei. Ich will jetzt hier wirklich auf jeden Fall, äh, ich will jetzt endlich diese Stadt hier haben. Nein, meine Tochter hat Krebs. Bei mir war es nur die Ehefrau. Und die hat mir ja eh nicht viel Glück mit dem Scherl. Ja, also die war ja wirklich, also hat mich ständig hier, äh, eine Tochter. eine Tochter. Sehr gut. Diese Feigen. Flander, Flanderstypen hier. Eben hier noch ab. England, England prügelt sich noch mit irgendwem, mit North Umbria. Aus irgendeinem Grund kämpfen die hier in meinem Gebiet. Deswegen habe ich glaube ich auch gerade so, weil England halt, du hattest es ja auch gesehen, gegen, gegen verschiedenste Sachen kämpfen muss. Aber ich glaube, ich habe es jetzt dann gleich. Wir machen jetzt hier noch diese Belagerung zu Ende. Dann müsste ich eigentlich genug von England haben, um diesen Krieg für gewonnen zu erklären. Was ist denn hier jetzt los? Hat er jetzt noch Rebellen in seinem Land, der Flanderstyp? Ich will mit North Umbria jetzt hier die Hauptstadt wegnehmen von England und dann habe ich nicht mehr genug Punkte. Dann werde ich aber echt sauer. Ist das ein Chaos hier? Hier ist nochmal so eine Vierer England Armee aus irgendeinem Grund, die jetzt hier von meinen 500 Verbündeten überfallen wird. Ja! Schnell den... Sehr gut! Was für ein Salzmalkrieg hier. So! So! Endlich haben wir hier... Oh Gott! Wie schrecklich ist denn der? Ich habe einen Diplomat mit 3 Grad gehabt. Ich weiß nicht, wie der da gelandet ist. Haufenweise Lösegelder noch. Oh, die ist natürlich super. Was ist denn mit der hier kaputt? Ah, ne doch. Ne, ne. Kann sie denn? Ach, sie kann nur Bildung. Hm. So! Jetzt ist das hier doch wirklich mal ganz gut. Nur noch etwas Gold fehlt mir jetzt. So, ich mache was mögliches. Ich habe es gerade in einem der ersten muslimischen Länder den Krieg erklärt. Yeah! Okay. Oh, okay. Das Einzige, was ich angreifen konnte, ungefähr so stark wie ich. Ich bin selber gespannt. Im schlimmsten Falle muss ich meine Religion wechseln. Meine Töchter bringen sich gegenseitig um. Warum? Bin ich verrückt? Was macht ihr denn? Beyond Stutenbissigkeit. Meine eine Tochter, meine andere Tochter. Warte mal, warte mal. Diese Familie, ey. Kommt, ist typisch Weihnachten. Dann klang ich noch. Offen Sie! Dann, du reizigen sie. Dann, du reizigen sie. Was ist das? Dann, du reizigen sie. Dann, du reizigen sie. das ist der moment wo ich dann doch mal aufs söldner zurückgreife oh ja die königin auch sehr gut so jetzt auch umgebracht ja richtig ich hätte jetzt auch bock auf unabhängigkeit wenn wir gemeinsam eine fraktion gründen wollen ganz gleich für seine unabhängigkeit kämpfen gegen mich irgendwie okay jetzt bin ich aber gespannt okay frankreich lehns herr wurde krieg erklärt ja gespannt ich bin auch gespannt denn sie greift den könig an der hat sich gerade für bündel geholt hau abdeckt der könig ja ja der hat gerade eben noch einen verbündeten gekriegt in diesem hau ab kann es nicht drehen jetzt hat er 5200 mann also immer noch weniger als du aber er hat jetzt auch nicht recht ich bin gespannt okay denn jetzt kommen er hat mich gerade zum rats marschall gemacht der könig weißt du was sie von dir will soll stenzel aufhalten du bist der einzige das noch kann jetzt ja großer kampf auf dem hügel steht bevor bist du angreifende verteidiger ich greife an dann hat ihren vorteil na ja ja aber auch kaum noch nicht weg tun er flieht tatsächlich der könig flieht er flieht aber die eigenschaft weiser mann erhalten weil ich irgendwie mystisches wissen ausprobiert habe mein gott kann ich jetzt mal sterben auf bestellung jetzt ja jetzt wird es jetzt was zeit man denkt gewinnst du denn sie keine ahnung mal gucken das wird ein langer krieg okay okay und danach hast du uns alle unterworfen so gesehen okay mal gucken ich weiß es auch nicht genau okay also ich betrete als erster von uns glaube ich afrikanischen boden weil ich muss weil ich muss warum musst du das weil die hauptstadt von dem typen der auf sardinien sitzt ist ja also südlich von tunis ich kann es nicht genau aussprechen kairo oder wie auch immer so freunde ich habe euch dann nicht unterworfen weil ich kämpfe nur um die unabhängigkeit okay ich bin unabhängigkeits krieg ich habe ich schon sehr darauf gefreut dann war saale zu werden hast du kannst du trotzdem noch okay gut wir können immer noch die unabhängigkeitsfraktion gegen denselmann und schon wieder dem heiligen römischen reich den krieg erklären das kann ich auch in die ganze zeit ich glaube dass ex kommuniziert kann das sein ich habe einen anspruch tatsächlich glaube ich auch ist es bei dir auch press neben mir ist was anderes okay ich frage mich haben immer wo das herkommt so aus heiterem himmel das ist deine armee da das ist meine armee willst du willst du aufs maul oder nein ich bin doch schon am fliehen das ist ja abartig nicht nur wüsste wie lange ich noch lebe ich glaube ich bin auch bei der unabhängigkeitsfraktion dabei das ist aber die kämpft ja nicht ach so die kämpfte ich densel macht seinen eigenen ach so er hat der fraktion gegründet weil keiner mitmachen möchte macht jetzt seinen eigenen hier laufen ganz schön viele einheiten überall herum das machen wir ja ganz schön hektisch hier auf der karte wollt ihr denn hier ihr wollt das herzutun von der bretagne haben oder was na also die fetzen sich halt echt gegenseitig hier ich bin drei fronten krieg ja auch in afrika gerade eben drin es prügeln sich zwei armeen beide für mich rot und er schlägt sich auch nicht sehr gut der französische könig muss man sagen er hat sich nicht mit seinen verbündeten koordiniert vielleicht waren die abgelenkt bei mir wird gefragt wer ist densel das große lilane ding hier alles alles was du siehst ist denn genau wir sind densel eigentlich muss jetzt gleich wenn du dann frankreich erobert hast den titel umbenennen in densel oder das land umbenennen kannst du das land umbenennen eigentlich man kann die länder und die titel umbenennen ja das kann man ja stimmt ja stimmt im diensten von der gehörte gott ich kenne nur ein gehörten gott kennst du auch moris ja natürlich aber ein total war im crusader kings style fände ich also ein warhammer spiel mit crusader kings fände ich auch mal cool muss ich sagen sag mal wie viele morde hast du begangen densel ach ich habe irgendwann aufgehört wenn man sport treibt hat man ein jahr lang schweißigen gestank das nämlich mal effizient sport gemacht ich wusste es immer aber das ist einfach daran die kennen halt auch einfach keine dusche stimmt stimmt ach komm egal jetzt ich bin ja immer noch der königliche radspitzel ne und ich bekomme gerade eben alles raus was densel so getrieben hat also ich habe echt ein kleines land ich frage mich nur warum die kämpfer auf meinem land stattfinden da gibt es so viele andere fläche da ein bisschen angst also ich meine du könntest dich ja genau wie mörb übrigens ne du kannst dich dem krieg gegen densel anschließen das ist eine option ja nur nicht verrückt er hat ja 6000 das ist ja so viel ist das ja gar nicht ja weiß ja nicht sag's nur wollen wir alle von densel beherrscht werden ich weiß nicht ich kämpfe immer meine fucking unabhängigkeit als unterjock der franzose hab nie in der fliege den jahre gekrümmt will einfach nur in frieden hier auf meinem weingut leben dafür französisches könig muss ich einfach nur ausscheiden und ihr intrigiert hinter meinem rücken bei jeder gelegenheit oder auch noch so dreist als wenn ich das nicht hören würde ihr seid ganz fiese also genau genommen ist es dann nicht hinter deinem rücken sondern wir sagen sie ins gesicht ja es stimmt nein nein densel ich hab dir schon früh die treue geschworen ne habe ich tatsächlich nicht oh mein gott mir schon wieder eine frau von mir gestorben überlebt ihr irgendwie alle schon zwei frauen von mir gestorben warum geht das jetzt wieder hart nein 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 das ich mag diesen könig irgendwie der schenkt mir die ganze zeit bei seinen das hier für eine armee die erste armee von krieg hier ist denn das der herzog der scham 8 es ist gräulich der herzog der champagner holen greift hier auch gerade irgendwie den französischen könig an oder das neben paris hier ach so nun nur seinen seinen sohn das nieder mir wahrscheinlich auch freiwillig überlassen hätte wie seinen anderen sohn aber ich habe entschieden ihn mit gewalt zu nehmen was lustiger ist kaiser hartwig hat schulden und wenig truppen das ist auch für mich sehr interessant ja nur noch 4800 also hartwig oder oder ja ich kann halt nur um die herzog in das herzogtum normandie kämpfen und ich bin noch selber nur herzog das ist ein bisschen blöd weil das heißt halt dass also ich helfe jetzt unserem könig ich bin in den krieg eingetreten ah mein nachbarkönig moris quatsch hat auch moris hat gewonnen ach hast du jetzt hier okay es ist natürlich schon alles oder nichts aktion aber ich riskiere es ich habe mein land erweitert tatsächlich das war nicht einfach ich sehe schon wir ab da bist du aber auch gut am start was ist denn das für eine armee also nach all dem all dem gerede ist tatsächlich jetzt der durchstoß von hinten von morgen ja ich muss mich ja irgendwie quasi also wie gesagt ich weiß der könig war der freund meines vaters also muss ich ihm beistehen und bis jetzt sehe ich keinen grund darin nicht mehr franzose sein zu folgen also in diesem könig oh ein jihad was jetzt andersrum ok oh gott hier minus 722 prestige aber ist nicht so gut das stimmt das stimmt wird wieder gefeiert und gesoffen und hilft und denzel prügeln sich dieses mal zum ersten mal absichtlich kommt die armee von denzel noch recht als ich könnte noch reichen ja das wird noch reichen glaube ich ja ja aber knapp ja wir hatten sogar zwei wichtige charaktere gerade eben getötet oh oh bin ich selber schuld aber ich wollte treu zum könig stehen jetzt kannst du treu mit dem könig sterben habe ich aber gar nicht vor naja du kannst jetzt nicht verfolgen oder du kannst dich um den könig kümmern ich bin tatsächlich glaube ich eher zweitrangig du hast die apps töten du bist da ziemlich gut raus gekommen ist fast keine verluste gehabt du bist du hast die purse Operation es war Oh, unser Lehnsherr ist sogar nett derweil, er macht das jetzt zu autonomen Vasallen. Das ist ja nett. Was heißt das? Das Problem ist, dass es keinen Sinn macht, weil ich kann den Krieg gar nicht verlassen. Also, du musst den König besiegen. Das hat von Anfang an keinen Sinn gemacht. Okay. Das fällt dir nun leider zu später auf. Ich warte einfach derweil ab. In meinem Kerker. Ich lasse gerade meinen Sohn sterben. Einer von den vielen. Ich laufe dann mal weg, ne? Ja. 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 ist gerade so andächtig still alle hände voll zu tun von allen seiten kommen die ratten aus ihren löchern ich halte mich nur das verraten den verrat genau eigentlich verrate ich ja niemanden gegenteil du bist treu ich bin träume jahren zu deinem könig ich bin sogar in seinem rat es sagt jemand dass ich in der lage sein sollte einen anspruch auf frankreich kaufen zu können aber ich kann es nicht hat jemand idee woran das liegt wenn ich es gehört ja einfach dazu zu diesem format habe ich gehört ja sehr geil dass die beiden söhne des königs meine basallen sind an diesem gar nicht seine söhne keine kinder ob man wird übrigens dadurch dass geschlacht und durch anschließen können ich weiß alle mache ich schon hin sehr gut da bin ich nämlich auch dabei denn auch ich bin königstreu sehr gut sind wir jetzt alle königstreu ich bin königstreu ich finde man muss man denn so ist also ich habe ich noch nicht für wen ich so richtig bin ich finde densel ist halt ich habe 6.000 ich kann jeder also ich finde beide seiten haben ihre argumente keine seite schickt mir gold ja das stimmt das stimmt also ich wäre ja voll und ganz für eine unabhängigkeit fraktion zu haben aber ich möchte mich den einen könig gegen den anderen austauschen ist da bin ich altmodisch der meinung bin ich halt auch dass ich war ich weiß nicht ob ob unter denzels knute zu leben ob das wirklich ist was was die bürger meines landes wollen wir wissen alle woraufs hinausläuft denn meine unabhängigkeit kannst uns überhaupt nichts vormachen entweder wir werden alle gleichzeitig unabhängig oder keiner oder so ist die sache ich will ich will hier noch mal diesen dialog der mich zu dieser entscheidung brachte rekapitulieren ich habe gesagt denzel unabhängigkeitsfraktion bin ich am start und deine antwort war du kannst ja die unabhängigkeit dann von mir erkämpfen richtig ich weiß nicht ob es jetzt in meinem interesse ist wenn du hier gegen den französischen könig ob siegst also das wollte ich hier noch das war so bis hin das ding also genau das war auch meine intention als ich zurückkehrte da kommst du aus afrika wieder und hörst sowas erst einmal glauben wollen und dann vieles mit der schuld von den augen da muss man halt schon mal einfach sagen dass das denzel aufs maul braucht meine frau ist tot ihr schweine wir sind nicht alle deine probleme verantwortlich automatismus ich bin jetzt mit bizanz verbündet das wird lustig auch ja wir sind alle mit den verbündeten nicht mich mögen sie nicht also nur abkommen runter es geht kommt wieder zur schlacht hier gleich bin ich bin schon da ich hatte ich da auch seine inseln verzogen ich stehe ich stehe mit meinen 4000 mann direkt neben den insel sehr gut ach du bist das ja 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 super okay und du hältst dich aus mich ja wie siehst du meine erste ausgezeichneter basal sein ich glaube ich mache einfach ich mache einfach ich weiß es nicht so ein early adopter ding weißt du die leute die bei bitcoin am anfang dabei waren die sind jetzt auch mega happy wie wärst du mit fest follower oder sowas er kann die zweite sein was ist denn das ich kann eine mystische kommunion abhalten ich werde mich in erstarrter ekstase in die gegenwart von gott gegeben kommt das mache ich ja ja da habe ich bock drauf und was bringt das zwiesprache mit gott gehalten 300 bildungserfahrung und göttliche führung ich krieg mehr und bildung ja geil okay ich habe gedacht das wäre jetzt ein bisschen absurder irgendwie was jetzt passieren würde aber aber der herr ist ist mein hirte anscheinend ich vermisse meinen alten herrscher den mochte der papst wenigstens schnief an ein zölibats gelübde ablegen das war glaube ich gar nicht so doof weil dann kriege ich halt keine nervigen erben mehr das ist richtig da habe ich ja auch gemacht also ich habe bei einem sohn dann aufgehört aber erst mal eine jagd kommen das hatte natürlich auch nachteile keine frage ja aber nicht nur gott was solche kriege kosten na toll geheimhaltungs chance 95 prozent sagt aufgedeckt deswegen mag ich den renkespiel lebenswandel nicht tatsächlich weil der so random ist das haben wir am anfang ja vom stream diskutiert das ist das große problem ja wie gesagt auch schaltung der hinzu kommt wieder vorsicht ich sehe es dann müsst ihr halt im zweiten teil reagieren ihr habt ihr eure armeen in der nähe hoffentlich er kommt jetzt zu mir das ist eine harte schlacht das erwartet ich habe ja noch verstärkungen los männer wie ist die ein bisschen komisch die anzeige dass die schlacht da oben links angezeigt wird und mein aber sieht so aus ob du vorbeiläufst ja ja aber es ist schon richtig okay das wird okay 50 50 oha das wird jetzt spannend wir gewinnen das es geht noch es geht zu unseren kunst 28 befehlshalber wie beim letzten mal geht hin und her wir verlieren das glaube ich es wird richtig knapp also da werden nicht viele leute überleben egal wer gewinnt ja jetzt geht's bergab ja natürlich der französische könig ist natürlich wieder ganz mit sich selbst beschäftigt statt der entscheidung schlafen was für ein versuch guck ihn dir da oben links an diesen versager unser ritt bürgermeister maurice wurde verwundet ja gut der französische könig das hat er sich jetzt auch ein bisschen so selber ausgesucht wenn er nicht gewinnen will ach vorbei ist der krieg noch nicht dafür ist das reich zu groß außerdem habe ich immer noch 4600 mann das hat mich nicht leider mehrere ratsmitglieder gekostet ratsmitglieder gleich die schließe ich normalerweise immer gleich aus von irgendwelchen kriegsdiensten ich bin schon beeindruckt denn so hält sich wirklich verdammt gut ja ich ja auch sehr stark aber der französische könig wird das jetzt schon für uns reißen sage ich euch der der macht das schaffe ich jetzt zehn kinder zu enterben nein schwierig mein könig hat einen schlechten gesundheitszustand und gleich kommen die zehn belger und alle wollen anteil haben ich habe übrigens gerade eben aufgedeckt dass densel unseren könig ermordet hatte unseren vorherigen nein er hat die erpressung abgelehnt oh gott das ist schlimm der bänden deck alles auf nicht nur den kleinen kram also ich den könig empfinde ich jetzt nicht als kleinen kram nein mein freund rorgon ist tot wer war das meine güte wo sind denn das männer ich sehe sie nicht mehr die bestien fahre ich glaube auch dass derweil meine verbündeten mal mir noch was von england erobern kann ich einmal ganz kurz auf pause machen ja wohl nicht in 20 frontenkrieg gerade ich muss man einmal ganz kurz einmal das ist tatsächlich allmählich für mc denzel gar nicht mehr so gut aus muss man sagen mal ganz schön pipi ja bin sofort wieder da ja wohl 97 prozent minus ich glaube das war der große krieg des abends ich glaube wir haben noch zwei stunden da kann noch viel passieren ok stimmt könnte dass man könnte das heilige römische reich angreifen das überraschend schwach ist ja ja die die großreiche sind alle gerade relativ schwach england hat 2000 mann das römische reich hat 4000 ok hat halt aber die dieses auch 13.000 verbündete ich glaube das ist bizanz auch wieder irgendwo dabei ja da ist bezahlen sie sind mit bizanz verbündet wie aber wie wir alle ja irgendwie ich weiß gar nicht das ist dann glaube ich wer als am schnellsten klickt für wen die dann kämpfen das ist ganz nach wenn ein verteidiger wird vorgezogen also die sind glaube ich können dann glaube ich nicht mit angreifen wenn sie ein verteidigungsbündnis haben zumindest hatte ich immer den eindruck dass es bei wenn man gegen ki spielt so ist ich bin auch mal ganz kurz weg dann hole ich mir auch mal was neues zu trinken bin auch gleich wieder da ob ich ansprüche auf spanien setzen kann die spanien habe ich abgehakt das darf denn so behalten ich will mir nichts wegnehmen ich will nicht ich will nur nicht die krone gönnen ich war bereit mit densel gemeinsam unabhängig zu werden aber er hat dann gesagt er will mich auch unterwerfen und dann muss ich halt sagen ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ob unser neuer fürst ein so gütiger wäre und wir wissen ja alle sobald er unabhängig wäre wäre ja der nächste schritt gewesen dass er französischer könig wird also vielleicht manchmal muss man auch so ein bisschen wirst du so das ist halt realpolitik ne man muss das genau wie du genau wie du weißt ich sehe das einfach so ein bisschen vier mäßig so er hat einfach so viel aggressive expansion in frankreich aufgebaut durch seine größe richtig richtig da und dadurch hat es einfach eine koalition und die besteht aus uns beiden ganz genau aber ich gebe zu ich habe den krieg ganz schön was kosten lassen also ich laufe hier mit so ich glaube fast 2000 man sollte man durch die gegner aber england ist immer noch da oben oder wo ist ganz losgeworden bisschen immer noch nicht aber ich habe jetzt gerade ich mache weiter also ich mache jetzt die nächste grafschaft hole ich mir gerade also dass das ist schon noch mein ziel für heute dass das also die die englischen schurken nachdem sie da meine hauptstadt erobert haben aus dem französischen land verbannt werden und flam das ist auch noch am leben das richtig da oben nämlich ja stimmt mich ja was was ist los mit den flandern hast du dir nicht besiegt ich habe nur gesagt in richtung flandern das herzogtum valois gründen ja gucken ich hoffe nur ich lebe noch ein paar jahre aus dem 6 und das ganze zerfällt ganz ordentlich ja ich sehe allein drei männer der eine ist sehr bischof der wird nicht okay aber das sind trotzdem drei du hast ja noch einen kleinen sohn der ist null oh nein wie sagt dieses dumme stimmt dieser spät dieses dumme übrigens weil weil im chat dass jemand gerade schreibt ich weiß dass ich den bildungstreep her cup um ansprüche zu kaufen aber wie ihr seht ist das beim französischen könig nicht verfügbar weil sie ja alle wollen dass ich schon selbst mich zum könig aufschwinge das geht tatsächlich gerade nicht vielleicht auch daran weil ich gerade mit ihm in einem krieg bin das wird sein wollen wir weitermachen ja ja gerne pack densel bestimmt die atombombe aus oder so irgendwas hinterhältiges fieses das sind alle vernichtet leider nicht das war jetzt zu viele auf einmal tatsächlich die fiesen typen ihr von mir brauchst du keine angst haben wir sind immer noch dabei wenn wir gemeinsam frankreich ich weiß ehrlich sagt nicht ob ob nach diesem ob densel doch je wieder mit uns zusammenarbeiten wird könnte es auch nicht verübeln also jetzt jetzt noch zu kommen und zu sagen wir sind schon dabei wenn wir ein team machen ich glaube ich moralisch schwierig ach das ist doch alles mit gentleman angelegenheit dachte nichts persönlich ist okay ich bin eingeklärt nein wenzel man musste sich halt freikaufen jetzt kommen die engländer hier wieder an oder was ich glaube ich spinne so also unabhängigkeit fraktion ja also ich bin da immer noch viel zu haben ja es muss man aufpassen weil in dem moment wo wir unabhängig werden könnte sich densel grausam uns rechnen in jedem einzelnen von uns ja das wäre doch hier meine blöden verbündeten wo kommen die jetzt hier mal an ja da oben bin ich könnte sie nicht mehr verdenken ne also ich mich ja kommen unabhängigkeits fraktion du und ich mehr braucht es ja auch nicht wir sind zusammen schon stärker als der könig stimmt hast du schon einige gegründet noch nicht ich muss gerade hier noch diesen einen ich bin ich bin verbündet mit dem könig ups ja dann mein fehler doch gott ich habe noch einen sohn gekriegt nein ja die kinder ist das größte problem dieses spieler ja er wird mich ja dann dann kümmere dich mal um die deine komische bündnis situation hier und dann sagt bescheid ja ich bin mit zu vielen leuten verbündet bis ans könig ja da brauchst du den könig er nicht mehr alles verwirrend aber das war doch glaube ich auch eine sehr realistische situation im mittelalter dass die adeligen hat ihre ganzen kinder unterkriegen mussten ja kann doch da bestimmt ich wissen mal hier was machen für diese verschiedenen dümmlichen kinder das ist mir noch nie passiert das ist mir noch nie passiert großartig ich muss ja wieder erst mal ein paar engländer klopfen hier bevor ich mich um andere sachen kümmern kann wow ok krass geil komm schon verbündeter du musst jetzt auch wirklich immer am start sein jawohl da kommt er jetzt hat göttingen inzwischen schon 4000 mann ich habe keine ahnung warum göttingen so stark ist aber glaubt glaubt das tue ich auch keine sorge ich muss nur warten dass meine verbündeten da sind in einem grund funktioniert mein ordnung schaffen ding nicht mehr also mein weiß da jemand dieses mehr kontrolle in gemeinde vielleicht auch im chat weiß jemand warum ich hier keinen fortschritt erziele ich habe auch einen bug dass die buttons irgendwie komisch sind ich habe eine sache aktiviert beim spitzel aber den effekt der anderen sache gekriegt aber nicht sonderbar weil meine basalen mögen mich eigentlich auch alle ich verstehe nicht ganz warum das hier nicht funktioniert noch mal woanders auch echt mal wieder mehr ritter okay der ist halt super gut aber und wieder eine schlacht wo sind die verbündeten das ist immer die frage in der kings kriegen ist für dich immer das allerschlimmste ist halt dass du das so viel von ki verbündeten abhängen die sich halt echt nicht so gut verhalten oft das ging schnell herzog jackpot in meinem gefängnis hat mich halt direkt geknastet dann nehme ich gerne die frömmigkeits waren wir da gefoltert das ist interessant gefoltert zu werden die ich glaube ich nicht habe der süße kurs der peitsche sie kann das fleiß ebenso leicht vom knochen trennen wie ein messer ich mach mir sorgen apropos möchte jemand mein baby umbringen wenn es danach geht bei mir sind auch noch sechs oder sieben zu holen also jederzeit ist es eigentlich erbt jemand auch dann wenn er eingekackert ist eine gute frage glaube schon bleibt meinem baby der kaka erspart vorerst nein mein sohn ist gesund geworden ich habe so gehofft ich habe alles verboten wir haben gesagt hier wir können den heilen mit medizin ich habe gesagt überlasst den lauf der natur und er ist wieder gesund geworden scheiße voll dass du mich jetzt zu tode oder was wird das jetzt hier was soll ich keine ahnung der macht das ja automatisch du eine meldung nach der anderen echt was denn ja also ich habe schon dritte stuf an anspannungsstufe dreien also ist natürlich er war das ein kind ist auch im knast oder der der alle weg gesperrt von dir okay hast du denn noch jemanden weiter zu spielen also bis jetzt habe ich noch einen aber es geht ja letzten endes quasi um das herzogtum das problem ich verliere halt de facto alles also ich fliege halt raus wenn er gewinnt legt euch nicht mit denzel an ich habe euch gewarnt ich bin halt gerade noch beschäftigt ich kann gerade nicht in kerker gucken was da farse ist tja das bringt ja so nix mehr das bringt ja so nix mehr oder okay ich habe nur das herzogtum verloren so bist du jetzt mein jetzt bist du mein jetzt bin ich dann was all right next place wer war noch dem ruiz glaube ich ja jetzt du bist jetzt komplett weg ja nein ich bin nicht komplett weg als lebe tatsächlich noch aber es ist kein gutes leben ok kras ok also er hat auch mein charakter komplett erschossen durch diese folter also der hat ja was was sagst du jetzt eigentlich zu einem bündnis es erscheint mir jetzt nicht der richtige moment aber ich habe ich habe dir einfach mal einen vorschlag geschickt du bist doch wir wir sind doch beide treue franzosen schau mal das ist das kind das ich gerade versuche umzubringen moris dass du heiraten möchtest also er hat halt aus meinem ehrgeizigen charakter und feigen charakter gemacht und erst wahnsinnig geworden dass viele super aber dafür habe ich sind dünastie vermächtnis immerhin etwas ich muss leider ablehnen das kind was passiert denn wenn ich wenn ich es matrilinear heirate verliert es dann seine ansprüche weil es in meine familie schade das werde ich noch lustig gewesen das wäre auch ein weg dieser papst war ich kann es hinrichten lassen also na also boom und in dem moment bin ich gestorben ja als ich bei bei baby habe hinrichten lassen bin ich direkt gestorben mit der eigenschaft familienmörder aber gerade noch rechtzeitig weil das reich ist erhalten das ist ja genial weil das ist ja genial in der letzte allerletzte sekunde meines lebens habe ich noch man muss es sich auf der zunge zergehen lassen mein baby köpfen lassen um dass die integrität meines reiches zu bewahren und siehe da gott war mit mir monster das ist doch alles gut die geschichte wird darüber urteilen siehst du du wolltest den heiraten also es gibt einen krieg gegen henry ja densel greift schon wieder an wie es aussieht aber ungünstig jetzt ja mich ja dann wird jetzt glaube ich mal vielleicht ist die stunde gekommen dass das du auch aktiv wirst das ist kein herzog das ist ein juggernaut ich sag's euch du mich bist du mit dem leben zufrieden bis jetzt so war doch schön oder es geht immer mehr aber wenn man so eine diagonale linie durch frankreich zeichnen würde und sagen die eine seite gehört densel die andere seite gehört mir dann kann man drüber reden ja ich sehe die seine so als linie wo ist denn das jetzt geht es los ich habe keine ahnung ist einzige fluss den ich kenne also hier guck mal alles alles du kannst hier berry und bourbon und alles drüber gehört mir jetzt werden hier tatsächlich schon strich auf land karten gezeichnet wobei sind wir jetzt ja da kann mein charakter sich nur noch dem alkohol ergeben ich check das mit der zermürbung einfach nicht ich habe weniger leute als die versorgungsschwelle und trotzdem zermürben die ich dachte darum geht's ja du hast auf feindes land immer eine mindest zermürbung glaube ich immer also beziehungsweise gelände abhängig und da gerade greift er mein land an so so bist du jetzt der pierre oder der andere dennsel 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 er ist gar nicht mehr mein erst gar nicht mehr mein lehnsherr das ist der andere gewonnen so zerronnen würde ich mal sagen was wie was moment muss ich dir nochmal wie lange im waffenschild stand noch hält das nimmt er eine wendung nach der anderen und dein sohn findet mich ganz knorke ich bin in seinem rad mein bruder jetzt oder jetzt dein bruder okay so aber bist jetzt immer noch im kriege im könig oder wo sind jetzt meine sein ja hin ich habe doch hier gerade offenweise söldner ausgehoben und die werden irgendwie nicht die kommen nicht soll das denn ist das geld auch tatsächlich weg ja das ist seltsam sollten die es nicht hier irgendwie erscheinen na gut dennsel na gut du hast es also gewollt nein ich hab's nicht gewollt ich wollte nur meine unabhängigkeit tatsächlich das war das was ich wollte also das hat jetzt mit der unabhängigkeit nichts mehr zu tun gehabt ne das stimmt die geschichte hat man aufgenommen sind hier das diese blöden söldner ich kapiere das gerade überhaupt nicht moment ich muss doch hier irgendwie armeen ne es wird mir auch nie die eine armee angezeigt und was lernen wir daraus am ende rache führt nur zum eigenen untergang bereits angeworben von euch ach ich muss noch ausheben ah das normalerweise ist das ja immer für sich okay okay gut gut aber gerade brauche ich jetzt brauche ich sie gar nicht mehr das ist ja eh schon hier alles Gott ey was ich alles bin einsiedlerisch ehebrecher exkommuniziert wahnsinnig fuck my life was man halt so ansammelt ne in seinem leben ich bin nicht mehr exkommuniziert ah ich brauch prestig prestig geld spielt keine rolle genau bei mir wird gerade eben gesagt jackpot sieht mit 40 schon so aus wie opa mit 150 voll verlebt und völlig am ende tatsächlich viel kaputter kannst du nicht werden glaube ich jetzt kann ich mein krieg leisten dankeschön fest mal was ist das hier für typ ach scheiß drauf ich kann nur noch mal wiederholen ich hatte eine gemeinsame unabhängige fraktion angeboten ich habe biete sie hier jedem an ja und niemand niemand nimmt mich beim wort ich bin quasi der unschuldigste von allen hier das bin doch ich der ungefährlichste und unschuldigste das stimmt das stimmt ich wurde gefoltert dafür dass ich unserem könig treue gebe war jetzt werde ich dich neuen köpfen aber das darfst du nicht wow okay okay jetzt wird es interessant jetzt mache ich das ist zu geil ja geil bei mir wurde auch schon danach geschrien dass ich dendles charakter ermorden soll aber das darf man leider nicht überläuft das haben wir als als regel eingeführt weil ich das tatsächlich mal gemacht habe im ersten renkespiel und damit versehentlich weil ich nicht gecheckt habe dass er keine erben mehr hatte steinweilen aus dem spiel gekegelt habe und das wollen wir eigentlich vermeiden komm ich mach das jetzt noch fuck it hä was machen die denn jetzt ja die britannien ist ganz schön gewachsen ja die britannien ist ganz schön gewachsen krieg ist ganz schön teuer das stimmt wohl jetzt bin ich am ende noch ein ehrloser sack geworden also wirklich entehrt mit minus 580 oh das tut weh ja ich musste mir irgendwie die exkommunizierung wegkaufen das war der einzige weg ah verstehe minus 580 prestige oder was meinst du ja gut das kenn ich ich bin grad bei minus 616 wie geht das denn ja ich habe irgendwie es war ganz schön teuer meine verbündeten zu rufen achso die haben ganz schön viel prestige gefressen ich meine ich habe baby köpfen lassen und hatte minus 50 ja ich habe nur freunde gefragt ob sie mir helfen wollen ich habe jetzt einen meiner söhne entehrt und den anderen zum gelübde auf gefördert oh zu gelübde auffordern ist auch gut stimmt da hatte ich gar nicht dran gedacht aber ich habe ja schon bischofsdruck und er ist voll am start sehr gut jetzt ist wieder dürfte die die erblage gesichert sein densel warum belagst du schon wieder meine ländereien obwohl du deinen bruder angreifst bist ja nicht mehr mein vasal das muss ich wieder drückt herrn ich glaube nicht dass du das noch schaffst ich glaube nicht dass du das noch schaffst du hast da was nicht im blick ich besiege nämlich gerade deinen bruder ich bin gleich ich bin gleich raus aus ihm hast du die gesamte zeit bei mir umsonst belagert oh nein ich bin gleich raus aus deinem bruder ja ich setze die man ja genau das römische reich ist auch ein bisschen kleiner geworden oh ja aber ist immer noch sehr groß da ist irgendwie was ist das savoyen in der mitte die haben ganz um die haben ganz links dazu gekriegt also aber im süden haben sie super viel verloren also italien ist jetzt wirklich ja komplett da unten na wobei aber du weißt schon dass ich in der burg gar nicht bin da ich führe meine truppen an und wo sind deine kinder die führen aber nicht dazu dass der krieg für dich gewonnen wird ne ich will ja nur leid verursachen jetzt mittlerweile ja also im grunde ist mir das egal weil damit hilfst du mir sogar weil nämlich mein erbe der ist ein eigenständiger graf und der kämpft an meiner seite also wenn du mir meine söhne weg machen willst jo ich nehme das gerne dankend an moment mal was ist das hier denn bretonischer anspruch auf das königreich england was hast du moris ja pfff england england ist halt scheiße was geht denn da ab okay hm nicht schlecht ich hab halt gedacht wenn ich irgendwie in frankreich kann ich mir den nicht holen den anspruch also halt guck ich mal woanders der nächste erklärt jetzt deinem bruder den krieg ne der hat echt kein gutes leben du die haben ja alle meine ritter getötet die haben ja alle meine ritter getötet ja ach man kann exkommunikation erbitten ja aha das ist gutes timing immer das ist nicht schlecht timing ist alles und dieses mal sind meine truppen stärker als deine jetzt bin ich mal gespannt ob du mir in die hände kommst und wie du siehst führe ich selbst ich lasse mich nicht noch mal erwischen jetzt habe ich irgendwie mit einem britischen alle das ist irgendein der hier heldenhaft sein land verteidigen ich dachte ich krieg es gerade mit englischen bauern zu tun so 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 das ist ja mal total bescheuert das gibt es ja nicht okay was passiert äh ich habe gerade eben pisa noch nebenbei eingenommen habe da meinen sohn reingesetzt aber der ist automatisch jetzt wasall von also der ist automatisch jetzt mein feind automatisch weil er halt noch der wasall von denzels bruder ist das finde ich aber so von der codierung her ein bisschen ungünstig die ja manchmal ist das mittelalterliche titel recht kompliziert in diesem spiel ne so kann man das auch sehen das ist richtig was ist denn das hier für ein krieg jetzt eigentlich überhaupt was für einer ich habe irgendwie den krieg geerbt als ich hier dieses herzogtum übernommen habe und ich weiß nicht was es was was es ist jetzt hier ah weil die wollten eine grafschaft bei mir erobern und jetzt wäre ich sie gerade ab aber wieso überhaupt wir könnten es noch einfach bleiben lassen hier was sind denn meine forderungen mhm friede irgendwie bin ich jetzt nur noch im krieg es hört nicht auf was passiert da da unten ist ganz schön verwirrend irgendwie die kranzsituation mhm außer wollen ist unabhängig mit 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 Oh, ho, 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 ho-ho, ho. Mm-hm, awesome. irgendwie ist dieser krieg nur noch eine komplette selbstzerstörung die hier stattfindet kann man das nicht über viele kriege sagen ja also ich habe auch kein ritter limit mehr also mein ritter limit ist jetzt auf vier gesunden durch am ende jetzt übernimmst du hier echt england es zieht sich etwas wie ich zugeben muss älter schwede hätte diese verluste hier ist auch kein kein witz wir sind alles wirklich aktiv im krieg fragen wir morgen nicht seid ihr alle so aktiv am kämpfen gerade ich habe kein zurück ach die wunderheit hin gespawnt ok ja es wird doch etwas schwierig mit england vielleicht ein bisschen geld vom papst oder sowas gott gott der sieben jahre alt meine erbe das ist nicht so gut gott los leute verbündete helft mir diesen diesen diese armee muss ich noch zermürben ich habe das gefühl densel hat nur noch einen einzigen ein einziges ziel er will mich vernichten es ist eine armee gezüchtet für einen einzigen zweck was kann der mensch gegen solch tollkühnen hass das ausrichten aber ich habe einfach viel mehr verbündete warum will der typ hier kommen ich mir doch junge noch zwei prozenten dann ist es durch also ich muss sagen es ist der härteste krieg den ich glaube ich jemals geführt habe bin ich mir mal ja 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 und wieder herzog all das nur um wieder herzog zu werden kann man so sehen ja kann man so sehen nein nein jetzt erstmal füße stillhalten und wieder im rat und wieder bin ich mit meinem diplomatiewert von zwei der ratskanzler unseres königs nein warum wird er sich mal heiraten soll das denn jetzt da kommen noch mal random verbündete daher oder was voll gut warum willst du hier nicht mitmachen nämlich nicht mag persönlich ihr könnt doch nicht solche sachen also prinz geoffrey jetzt erstmal zeit für so wie habt ihr es denn hingekriegt dass ihr alle so wenig kinder habt gibt es irgendwie auslese meine frau hast nicht bei mir war es relativ simpel ich habe halt zölibatsgelübde machen können und dann habe ich halt nach einem kind aufgehört okay das hast du wirklich gesteuert ja ja genau also es war ein bisschen glück dass ich gleich einen sohn bekommen aber der gut ist das war sogar richtig viel glück um es mal so zu sagen aber es hat geklappt okay verstehe also aktiv gesteuert ja ja mein baby köpfen lassen aktiv aktiv so ganz ziemlich aktiv ich hätte es ja gerne vermieden aber irgendwie können wir das manchmal als herrscher muss man manchmal dinge tun die vielleicht nicht immer ich hätte ja auch einfach weißt du man könnte ja jederzeit sagen wir ändern das erbrecht aber nein spiel geht ja nicht ich glaube das ganze forschen oder dass du das ändern kannst das dauert aber ja da muss die kultur fortschreiten noch eine ganze weile ja viel zu viel geld mehr truppen halt echt hier wenn ich den hier noch bisschen dazu kriege dass er mich mehr mag dann kommt er mit in die schlacht dann wird das hier wieder einfacher das ist nicht so leicht das muss ich halt echt mit diesem lebenden wrack hier weitermachen verdammt das völlig am ende der typ das hat das ist denzels vermächtnis an dich wenigstens etwas ich habe gelernt dass königstreue hier nichts wert ist ich war immer treu zu unserem könig weiß gar nicht was ihr wollt aber ist er denn so schlecht ein charakter jetzt es waren sie die kind ihr halt mal an also der haben sie nicht ihr brecher einsiedlerisch er hatte halt mal ehrgeizig das bringt hat jede menge plus jetzt hat er feige das gibt jede menge minus reige stur paraloid der sitzt die ganze da die ganze welt ist gegen mich nein 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 das ist nur seine art glaube ich jetzt zu leben das ist aber auch krass ich wusste nicht dass das so extrem dass du jetzt da so viele mali kriegst ich dachte einfach nur schlechte laune für ein paar tage und ist gut aber das ist ja krass also ich war selber verwundet ich habe das noch nie erlebt weil es noch nie in dem charakter von mir passiert ist aber da kamen vier fünf meldungen die mich alle um es mal sozusagen abgefuckt haben also das ist ich habe einmal auf foltern geklickt und wenn ich gemacht tatsächlich so jetzt wurde auch noch reizbar es wird immer besser jetzt habe ich diplomatie null schreit auch den ganzen tag nur noch rum scheiße wird nicht besser du hast ihn zu retten du brauchst nachkommen er ist völlig kaputt er ist völlig kaputt ich sag's euch oh derweil die engländer haben auch echt kein glück derweil will ein anderer herzog auch gerade seinen anspruch auf das königreich geltend machen das ist natürlich hart ich meine ich nutze es schamlos aus aber es ist schon hart ja die stadt habe ich ja schon eigentlich ne ach nee die hat er wieder zurück geholt oder was dachte ich nicht dachte mir gehört die doch schon ja wie war das wenn der charakter stirbt das gold behält man aber prestige und fremmigkeit nicht oder 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 verliert man noch das gold das gold behältst du auf jeden fall ok jetzt müsste er noch mal einer verbündeter noch kommen gut der ist da hinten mal schauen wann der sich meldet ich hole mir lieber irgendwie andere andere städte hier ach gott immer diese diese zermürbung krass aus ne ich es ist alles schwierig hier gerade ich möchte mein kind echt nicht ausbilden nein das möchte ich nicht oh kind ausbilden da sagst du was ah schon zu alt das ist eine ganz schreckliche idee glaube ich inzwischen weißt du dein zerstörter charakter ja ja und ich weiß nämlich wie das berechnet wird nein nein das mache ich nicht selbst junge stehe nie treu zu irgendwem ja ohne witz das nächste mal sage ich heil denzel soll ich eure schuhe putzen mit meiner zunge das macht mir auch nichts aus aber wie lustig mein reich zerstört dein charakter in scherben ja mein reich ist auch zerstört also all for what all for what ja genau wir haben uns gegenseitig vernichtet nur dass Maurice jetzt England erobert ja ja das doch nur Gerechtigkeit jetzt mal ehrlich was die Engländer mir angetan haben weil übrigens jemand im Chat fragt warum belagert er London nicht ich habe ihre Hauptstadt schon das ist ihre Hauptstadt und sie gehört bereits mir äh nur weil alle so tun als würde ich das nicht kapieren äh ich weiß schon wie der Hase läuft aber hier ist halt auch noch eine andere starke Armee die diese Ansprüche hat die ist gerade stärker als meine und mit der kann ich mich gerade nicht messen blöde ist dass der sich jetzt wahrscheinlich die Hauptstadt holt und das ist ein bisschen doof ich hatte gehofft ich krieg vielleicht diese Städte hier bevor er die bekommt und dann halt auf 100% zu kommen aber es will nicht so recht ich mach er hier gut ich weiß auch nicht ganz was der tut ich habe ja auch noch ein weiterer jetzt kommen hier die Engländer nochmal und verteidigen sich vielleicht gegen die das wäre natürlich für mich ein Glücksfall schlechthin wenn die sich jetzt gegenseitig aufreiben würden kommt Leute wir machen hier jetzt alles stürmen die Festung um jeden Preis 96 ja das wird nichts mehr ach ist das doof so knapp was wie also der krieg ich meine ich werde ihn nicht verlieren aber er wird sich jetzt nochmal zurücksetzen glaube ich gleich wieso was hast du gemacht was hast du es gibt noch einen anderen der auch gerade das Königreich England haben will der Herzog von Ostanglien und der nimmt mir jetzt Sachen wieder ab die ich halt schon für meinen Krieg score erobert hatte der holt jetzt gerade die Hauptstadt aber seine Armee ist besser als meine aber vielleicht schaffe ich es vielleicht jetzt gucken wir mal jetzt gucken wir mal vielleicht kommen wir jetzt auf 100 ja ah ja oh wow jawoll 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 krass alter Schwede oh Gott ja Wahnsinn jawoll jetzt bin ich noch jetzt bin ich noch jetzt bin ich noch hier irgendein Anspruch ist hier noch der Erl Dolphin von Cumberland will hier noch irgendwas von mir Okay, okay. Erstmal hier meine tapferen Verbündeten bitte. Jetzt haben wir hier natürlich Fraktionen wie Sau. Aber jetzt habe ich doch auch bestimmt bessere Ratsmitglieder als den Crap, den ich gerade eben hatte. Ja, du bist schon mal besser als mein eigener Sohn. Also kann man dich hier mal reinsetzen. Du bist auch besser. So, jetzt bin ich halt immer noch hier in einem recht fiesen Krieg. Ich muss mal so ein bisschen, glaube ich, meine Truppen erstmal regenerieren. Hast du Krieg geerbt? Ja. Wie zuverlässig ist eigentlich in diesem Spiel ein Selbstmordversuch? Das habe ich auch noch nie probiert, ehrlich gesagt. Rinde erst heraus. Hm, nicht sehr zuverlässig. Ich probiere es. Jetzt kommt da noch irgendein... Ah, der Versuch. Okay. Ja, nee, ich springe von keinem Gebäude. Das weiß ich vom Herrn Graf, dass man das überlebt. Ja. Gut, aber jetzt will halt der Typ hier mich ernsthaft belagern. Ich probiere es, komm. Ich springe einfach vom Haus. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh. So, die lasse ich hier noch ein bisschen. Im Gegensatz, wenn alle sich nicht wundern, die lasse ich hier noch ein bisschen aufreiben, während meine Truppen sich regenerieren. Und dann, was heißt da Zeit für Söldner? Das sind 4000 Mann. Ich habe jetzt schon mehr und plus Verbündete. Ich warte nur gerade noch ein bisschen. Ja, okay, guck. Lass uns reinmarschieren. Lass uns hier... ...diesen Halunken... ...eins auf die Nase geben. Meine Verbündeten müssten eigentlich auch schon auf dem Weg sein. Das wird schon alles. Ihr mit euren 779 Mann hier. Jetzt werdet ihr hier... Boris denkt man, du warst auch mal so klein. Das stimmt, das stimmt. Aber da war ich nicht so dumm, mich dann mit jemandem anzulegen, der dreimal... Doch, war ich sogar. Ähm, ja. Ja, das Leben ist halt nicht gerecht. Die werden jetzt das Schicksal erleiden, das ich hätte auch erleiden sollen, wenn es fair zugehen würde. Ach, die gute Nachricht ist, dass ich noch gar keine Kinder habe. Ist das eine gute Nachricht? Warum hat der so eine alte Frau? Keine gute Nachricht. 46 ist er. Ja. Ich muss jetzt hier gerade mal groß reinmachen hier. Frau, ab in den Knast. Uff. Tut mir leid, wir brauchen dich nicht mehr. Tschüss. Tot ist sie. Oh, ihr Säcke, ey. Sehr radikale Maßnahmen. Ich gebe es zu, aber manchmal muss es sein. Das ist, glaube ich, bislang das absurdeste Ränkespiel. Wir haben Selbstmordversuche und Wahnsinn. So, was? Herzogin... Oh, es gibt eine... Es gibt einen Krieg. Oh. Oha. Ost-Ost-Anglien will... Ei, ei, ei. Will die Krone. Gut, gut. Jetzt geht's los. Wir werden sehen, was euch das noch zum Vorteil gereicht hier. Du kannst jederzeit wieder in die Britannien zurückflüchten, ne? Wir sind da nicht so hier drüben. Ost-Anglien, ey. Seit wann ist Ost-Anglien hier hat irgendein Anrecht auf irgendwas? Oh, was geht da denn ab? Dieses Heilige Römische Reich. Äh, jetzt brechen sie auseinander. Na, also. Tja, dann zum Ruhme von König Henri. Schauen wir doch mal, was wir da so... ...rauslösen können. Oh, da kommt jetzt echt viel an hier. Die müssen wir irgendwie einzeln dran kriegen. Habe ich noch Verbündete? Ja. Das nenne ich mal Effektivität, Leute. Ich glaube, meine jetzige Frau kann ich nicht umbringen. Die ist ein flüchtiger Schatten. In dem Moment, wo ich anfange, Intrigen gegen sie zu spinne, wenden sie sich gegen mich. Ich bin irgendwie komplett überfordert gerade hier. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Wir müssen jetzt diese Armeen hier erstmal klein hauen. Ich habe meine ganzen Ratsverwalter hier alle weg. Dann halt nicht. Alter, guckt euch diese Meldungen hier an. Fack's nicht. Oh, da holen sie sich die Hauptstadt da unten mit einer riesigen Streitmacht. Alter Schwede. Maurice, willst du sagen, dass der Thron Englands bald nicht mehr dir gehören wird? Es ist eine distinkte Möglichkeit. Hm. Oh ja, ich sehe die Prozentzahlen hochgehen hier im Mönue. Ach was? Aber ich, also bitte, wir kämpfen bis zum letzten Mann hier. Natürlich. So wie wir auch gegen Denzel bis, äh, teilweise. Also. Also. Die Falle. Und vorgegen gegen König. Also. Manche von uns. Einige. Man kann schon eine Blutfäde nennen. Oh, ich kann jetzt hier, äh, das Königreich von Navarra mir ein Bündnis noch holen. Das ist ja praktisch. Oder das Erltum von Sasa ist viel schwächer. Nee, komm. Dann habe ich noch ein Bündnis, das ich hier rufen kann. Das, ich brauche gerade jeden, jeden Bündnispartner, den ich kriegen kann. Komm. Hier unten ist halt diese Riesenhorde. Ja, ich habe zwei Kriege gleich, die die englische Krone wollen gerade. Also, Denzel, ich habe kein Interesse mehr an einem Krieg. Das war ja auch ein Krieg zwischen unseren Vätern. Ich mochte meinen Vater. Ich meine auch. Er wurde in den Selbstmord getrieben. Er hat das einfach nicht ertragen können, was ihm angetan wurde. Von wem nochmal? Ja, von Denzel. Oh, das Heilige Römische Reich ist ja völlig zerlegt. Ach du, ja okay, es wird immer schlimmer. Es wird immer, naja, jetzt aber hier. Ja, England geht es auch nicht so gut. Hast du es runtergewirtschaftet? Es liegt. Ja, innerhalb von, innerhalb von fünf Monaten völlig runtergewirtschaftet. Weil die einfach meine Herrschaft nicht akzeptieren. Weißt du, die könnten auch einfach sagen, ja Maurice, du bist offensichtlich der rechtmäßige Herrscher Englands. Dein Wille geschehe. Aber nein. Komm, den muss ich irgendwie abpassen hier. Das schaffe ich aber nicht wahrscheinlich. Oder doch? Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Diese Armee, das ist halt viel zu viel hier. Diese ganzen dummen Herzöge da. Meine Söldner schiffen noch sinnlos in der Nordsee? Nee, ich glaube, die sind schon bei meiner Armee. Nee, aber hier ist noch meine, meine Kumpels. Alter, warum habe ich denn hier so? Komm, nee, weil meine Truppen sind ja gleich dabei. Jawohl. Das ist ein Zeltner anwerben, das geht ja auch. Ja. Wie bei dir wieder ganz gut aus, Denzel, oder? Ja. Alles wieder zurückerobert, so. Ich bin noch nicht am Boden. Und ich glaube, ich muss das schrittweise machen vielleicht. Was der heißt, Kahn. Ich muss erst mal diesen einen Krieg zu gewinnen. Denzel, erklärt mich über den Krieg. Okay. Wir sind noch nicht fertig. Und wir machen nicht um null Schluss, bevor ich dich da in den Ländereien verleibt habe. Ich sehe das anders, aber okay. 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 Ich weiß nicht, ob du das willst. Ich habe halt 5400 Mann. Das ist dir vielleicht nicht vorher aufgefallen. Ich hatte 1000 Gold auf der hohen Bank. Bilden die auch noch neue Bündnisse, diese Halunken, ey. Ich muss jetzt hier einen Krieg nach dem anderen gewinnen. Ich will so erstmal diesen kleineren dazu gewinnen, um die so ein bisschen aus der Gleichung zu nehmen, während der Rest sich halt unten hier so irgendwie schadlos hält. Weil diese Armee, das wird nochmal schwieriger. Gut, meine Verbündeten sind hier aber auch ganz gut am Start. Sehr gut. Ich sehe das jetzt von der Seite. Ich habe meinen Fehler eingesehen und mehrfach um Verzeihung gebeten. Ich wurde gefoltert. Genau genommen mein Vater. Nun bin ich an dem Punkt, dass ich sage, Wechselgeld wird fällig. Wechselgeld ist nicht so viel. Was brauchst du? Ach, das kommt drauf an. Weißt du, genügend Wechselgeld kann einen auch erschlagen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, deine Truppen entkommen mir nicht. Wäre jetzt auch gern mit Byzanz verbündet, muss ich sagen. Ja, die sind aber gerade ziemlich eingebunden an anderer Stelle. Wir haben auch noch einen Bauernaufstand. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich bin zu nah an der Sonne geflogen. Überall Bauern. Guckt euch das an. So ein riesiger Bauern. Aber warum in Frankreich? Da war doch alles gut gesichert. Ich kapiere euch. Ich kapiere euch nicht, ihr Bauern. Wisst ihr, ich verstehe euch nicht. Die sind halt sauer, dass du sie im Stich gelassen hast. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, die lieben dich hier in Frankreich und du haust einfach ab nach England. Das kann sein, ja. Noch mehr Söldner einfach. Hier, der Flamentrupp hat mir schon mal gute Dienste geleistet. Holt euch dieses Bauernpack. Ja. Ach, schade. Oder man ist als Kanzlerin 31 Diplomatie. Hast du eigentlich gute Erben, Maurice? Weil du bist auch nicht mehr der Jüngste, oder? Ich habe einen Erben und der ist ganz okay. Also das habe ich tatsächlich, ich habe einen zum Gelübde aufgefördert. Oh, deine Gesundheit ist auch schlecht, die hat sich gerade. Ja, ja, ich bin halt schon, ich bin halt ein alter Mann, weißt du. Ja, ja. Eigentlich würde ich nur noch hier diese... Ah, da ist noch jemand. Okay, der ist relativ allein, den kann ich mir gleich noch schnappen, wenn ich diese Städte hier habe. Läuft's mit meinen Söldnern gegen das Bauernpack? Soweit ganz gut eigentlich. Jetzt mal noch die da. Tägliches Bauernfolge, ey. Gibt's doch nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich auch gerade falsch mache strategisch in diesem Spiel. Ich bin gerade komplett überfordert. Also dafür bist du aber auch König von England. Ja, eben, eben, also bitte, es ist ja wohl, es ist alles, it was, it was worth it am Ende. Ja, das haben sich die echten Könige von England auch gesagt. Ja, ja, bestimmt. Worth it. Komm, kriege ich hier noch einen ab? Ja, da hauen sie alle ab, diese feigen Halunken. Hat jemand von euch schon mal so ein Spieltreffen einberufen? Mal so ein Spieltreffen? Was für ein Ding? Die Kinder sich treffen. Verliert mal Entspannung. Ich, 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 ich wurde manchmal zu einem gerufen. Ja, da gehst du auf Entscheidungen und da gibt es die hier unten, die ist Spieltreffen. Ihr werdet Kinder zu einem Spieltreffen einladen. Und damit kannst du Anspannung abbauen, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, das, das, das kommt manchmal als Event so, aber ich habe selber noch nie hinbekommen, es selber einzuberufen, sondern war immer nur... Kostet 20 Gold nur, ich kann es verschicken und dann kannst du 75 Anspannung abbauen. So, jetzt bei mir steht das da, ist schon gut. Ich mach das mal. Also, komm zum Spielen vorbei. Oh Gott. Da kommt eine große Schlacht. Aber könnten wir sogar noch gewinnen, weil die Verbündeten checken, glaube ich, was Sache ist. Jetzt hat Denzel wieder tausend Mann mehr. Lass ab von der Gewalt, das bringt doch nichts. Ich check auch gerade gar nicht mehr, wer in welchem Krieg ist hier, weil ich diese zwei dummen Kriege habe. Was ist denn jetzt? Greif doch die hier an, komm. Was ist denn das? Hä? Oh, ich kann Krieg erklären gegen König Maurice von England. Was? Warum? Ich habe Ansprüche auf irgendwie ein paar Ecken von deinem Land. Dreist. Das mache ich aber natürlich nicht. Es sei denn... Nein, das mache ich nicht. Wir müssen doch jetzt diese Säcke hier mal drankriegen. Deine Typen sind schneller, ne? Ja, sind sie. Du kriegst mich nicht. Und meine Verbündeten sind auf dem Weg. Haut die hier halt mal weg. Ja. Raltum von Cumberland, ey. Was muss ich denn hier noch machen? Ich habe doch jetzt schon seine Hauptstadt. Ich habe ihn mehrfach in der Schlacht besiegt. Nächstens die Bauern habe ich gleich weg. So gut, ich habe so viele Neffen und Nichten, dass ich meine ganzen Grafschaften einfach unter das Volk werfen kann. Ich kapiere nicht, was ich hier noch machen soll. Sieg! Der Bauernaufstand ist bezwungen. Okay. Was muss ich hier noch machen? Den Typen noch was hier erobern, oder was? Ah, ist das alles frustrierend? Ja, das geht mir gerade genauso. Ja, das habe ich doch schon erobert, oder? Ja, Kumberland, das gehört alles mir. Was hole ich mir gerade? Ja, ja, den Hammer jetzt doch gleich. Ja, ich weiß, dass die anderen mich gerade ganz gut glatt machen. Ich sehe nur nicht ganz... Deren Armee ist halt schlichtweg größer als meine. Habe halt gedacht, ich gewinne hier schnell diesen Krieg zumindest. Habe auch etwas unterschätzt, wie lange ich dafür brauchen würde. Ich muss jetzt tatsächlich allmählich mal runter und mich in die Schlacht werfen, auch wenn ich die halt verlieren werde. Okay, das ist tatsächlich... Haben die hier schon wieder was besetzt? Okay, ich gleich, ich werde England nicht halten können. Ach! Dieses Mal ist es wirklich ein Krieg, dass er mich aus dem Spiel kegeln will, denn er will alles erobern, der Denzel. Ich will dich einfach nur als Vasall unter mir haben. Gebrochen! Nee, das ist mehr. Du erhältst alles dann de facto. Also alles hier in Italien. Äh, alles in Frankreich. Ach so, weil du den... Du bist jetzt Herzog von... Ja, okay, klar. Okay. Wollt ihr für den Endspurt nochmal eine kleine Zusammenfassung machen? Das können wir durchaus machen. Dann fange ich mal an. Ich bin hier... Ich habe England erobert, ich werde es aber nicht halten können tatsächlich, weil sich alle Barone und Grafen hier verschworen haben gegen mich und ihre Armee einfach... Also laut Gesamtzahl habe ich sogar mehr Truppen als sie, aber ich glaube, das... Ich weiß nicht, wo diese Truppen sind, ehrlich gesagt. Das zählt, glaube ich, Verbündete mit, die nicht mit allem am Start sind. Ähm, ihr seht ja hier... Ich meine, ich werde es da reinbrennen mit meinen Söldnern hier. Äh, sorry. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ähm. Weil was soll man auch sonst tun? Ich wollte eigentlich... Ich habe halt zwei Kriege. Ich habe hier noch so einen kumberländischen Anspruch da oben. Ich dachte halt, ich hole mir erst mal den und schaffe das schnell aus dem Weg. Leider laufen meine Söldner auch gleich ab. Also das wird alles hier nicht gut ausgehen. Aber, ich meine, ich habe halt nach den Sternen gegriffen. Manchmal scheitert man. Das ist der Weltenlauf. Äh, gucken wir mal weiter. Was ist denn gekommen? Denzel und Mörp. Was ist die Situation bei euch zweien? Ich sehe hier, Mörp hat 3000 Mann, Denzel hat 4000 Mann. Wir haben ungefähr gleich viel. Ungefähr gleich viel. Denzel hat bloß Glück, dass mein Verbündeter nicht kommt. Also der steht in Norwegen und tut nichts mit 2000 Mann. Also der kommt, der bewegt sich einfach nicht. Ich nehme mal an, der ist noch in einem zweiten Krieg oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, muss ich gerade eben mal schauen. Ja, der führt zwei Kriege und seiner Nachbarschaft ist wichtiger. Ja, also wie gesagt, Denzel greift mich an und ist gerade eben drauf und dran, mich de facto aus Frankreich zu schmeißen zu wollen. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Aber das muss er mir sagen. Da über die Schwelle hinaus lohnt sich das nicht mehr. Das ist wie bei der Concorde. Da irgendwann hätte man mal Stopp sagen müssen. Aber nee, jetzt haben wir zu viel investiert. Moment, Moment. Ich möchte betonen, dass du meinen Vatercharakter nahezu zu Tode gefoltert hast. Und dass er wahnsinnig geworden ist. Und das gesamte Programm, dass er sich in den Selbstmord gestürzt hat. Und seine Dynastie hört einfach nicht auf. Das ist einfach so eine Bulli-Dynastie. Ich sag's euch. Ich war nur treu zu unserem König. Und das ist der Dank dafür. Ich hab da so ein Buch, da ist alles geschrieben, was mal passiert ist. So eine Art Buch des Grolls. Und das wird einfach nicht rausgelöscht. Weil ich weiß ganz genau, was damals passiert ist. Ich wäre nämlich schon lange König von Frankreich. Wärst du mir nicht damals in den Rücken gefallen? Und das werde ich dir nie vergessen. Also genau genommen war es der jetzige König von England aber auch. Aber das traut sich nicht. Aber der ist jetzt zu viel stark. Außerdem, man muss der Fairness halber sagen, es ist vielleicht nicht, Denzel ist nicht das ausführende Organ. Aber meine Strafe erhalte ich gerade schon ganz gut. Also ich werde hier nicht mehr, ich meine, ist das okay? Dann bin ich halt nicht mehr enger, habe ich immer noch die Britannie. Ich bin jetzt nicht unzufrieden damit, alles in allem. Aber. Darf ich noch eine Sache anmerken? Natürlich. Erinnert ihr euch an das byzantinische Kaiserreich? Ja. Ich habe meinen Sohn mit dem Enkel verheiratet. Das heißt, beim Generationswechsel ist das byzantinische Reich mein Verbündeter. Mein erstes. Oh. Und wenn das dazu kommt, wird meine Rache beben. Das ist absolut. Dann gucken wir mal noch weiter. Edope, du bist irgendwie so am Rande dieser brutalen Vernichtungskampagne. Wie ist deine Position dazu? Ich habe halt mein Reich irgendwie auf meine 30 Kinder aufgesplittet, nachdem ich gestorben bin und versucht, das wieder zusammenzuhalten. Aktuell ist mein Erbe leider 13 Jahre alt. Er war irgendwie zu dem Zeitpunkt sieben. Und daher kann ich jetzt nicht so viel machen und warte, dass er endlich erwachsen wird. Und dann ziehe ich wieder in den Krieg. Ja, verständlich. Dann, Micha, du bist, glaube ich, derjenige von uns, der am stabilsten mächtig geworden ist. Also du bist zwar noch nicht König, aber du bist sehr groß und stark und ohne irgendeinen großen Aufstand. Ja, ich halte mich halt aus eurem Blödsinn da raus. Ja. Ich mache hier mein Ding, sammle einfach weiter Herzogtümer zusammen. Jetzt sind es drei. Mal gucken, wie viel noch geht. Und mal, also, ne? Leben und leben lassen. Also vielleicht kriege ich ja noch irgendwas aus diesem Heiligen Römischen Reich rausgetrennt. Ich meine, hast du dir jetzt schon mal überlegt, König von Frankreich zu werden? Ich meine, es ist ja jetzt nicht mehr so... Ich könnte König von Frankreich werden. Aber möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ich hatte es nur eine Frage. Vielleicht auch, ja. Ich meine, als jemand, der gerade sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat, sich einen Königstitel zu greifen, kann ich es nur empfehlen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Weil ich meine, Teile von Frankreich, ich nenne keine Namen, sind ja eher mit sich selbst beschäftigt momentan. Ich bin ja nicht mehr Teil von Frankreich jetzt. Ich bin ja komplett raus. Ich bin ja jetzt... Achso, ja, genau. Ah, verstehe ich. Ich weiß, wie du meinst. Ja, aber das kommt ja noch dazu, dass ich jetzt, weil ich ja jetzt König von England bin, selbst wenn wir diese oben abnehmen, werde ich ja weiter, glaube ich, unabhängig bleiben. Das heißt, mir ist jetzt auch... Ich werde dich nicht daran hindern, König von Frankreich zu werden. Ich kann immer noch, weißt du, wenn alles scheitert, wenn ich jetzt England komplett wieder verliere, dann bin ich ja wieder König von der Britannie da unten. Denn es ist ja auch noch nicht das Schlechteste auf der Welt. Ach, was mir noch einfällt... Warte mal. Ich glaube sogar... Ich muss ganz kurz gucken. Ach ja, ich habe sogar meinen Sohn verheiratet. Das heißt, in dem Fall würde meine Dynastie Byzanz übernehmen. Haha. Geil. Das wäre auch noch ein Puh. Nice. Sehr gut. Dann, äh... Würde ich sagen, machen wir noch einen letzten Endspurt, oder? Mhm. Let's go. So, lol. Ich werde jetzt versuchen, diese Typen da unten noch zu kriegen. Also, absolut. Äh... Das werde ich nicht schaffen. Aber besser ein glorreiches Ende, als jetzt irgendwie wie so ein Loser hier. Ja, ich habe einen weißen Frieden gemacht und jetzt, ähm... Nee, 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 das... Ich bin entschlossen, König von England zu bleiben. Und wie es schon Lord Farquaad in, in, äh, Shrek sagte, ähm... Some of you may die, but that's a sacrifice I'm willing to make. Oho. Meine Ratsmittel da sterben auch, wie die fliegen. Ey, erinnert ihr euch an das, was ich euch erzählt hatte, mit dem Bündnis, mit Byzanz, bei Generativen Wechsel? Mhm. Rate, was gerade passiert ist. Oh! Ernsthaft? Geil. Also, ich habe jetzt das Bündnis, nicht Byzanz. Los Männer, los Männer. Wir werden jetzt hier diesen Schurken Einhalt gebieten. Ist mir auch egal, was sonst noch passiert. Aber es muss jetzt hier englisches Blut noch fließen, dadurch, dass sie es wagen. Oh, ich habe hier einen Sieg bei... Ja, geil! Der andere Krieg ist in einem Sieg geendet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Perfekt. Jetzt gibt es ihr euch... Jetzt ist die Frage, ob die KI das alles checkt. Sowohl auf meiner Seite, als auch auf ihrer. Greift jetzt hier einfach mal einen an. Die bewegen sich alle nicht. Meine Verbündeten sind dabei. Das wäre jetzt natürlich sehr amüsant, wenn ich jetzt... Oh doch, sie checken es. Schade. Okay, das wird jetzt... Guckt euch das, alter Schwede! Das wird ein Schlachtfest! Alter Schwede! Sieht das jemand? In England? Ich sieh's gerade. Alter! Die ganzen Armeen werfen sich in den Meat Grinder. Los, Männer! Ruhm und Ehre! Das schaffen sie nicht. Oh Gott, die Verbündeten kommen noch rein, aber sie schaffen's nicht. Ah, nein! Ah, schade. Da waren sie zu spät dran. Aber wir werden die Engländer bluten lassen, meine Freunde, meine britannischen Freunde. Ich bin ein witziger König! So spricht ein wahrer König von England. Wir werden die Engländer bluten lassen, Männer! Oh, was ist das? Ganz England lehnt sich hier gegen mich auf. Da, also, ich mein... Englisches Blut auf englischem Rasen. Gut, gut, das hat jetzt tatsächlich aber natürlich uns, äh... Ich mein, es ist gar nicht so knapp. Wir haben 8.000 gegen ihre 9.000. Kann ich denn noch mal Söldner anheuern? Ne, die sind alle zu teuer. Kann ich noch mal Geld vom Papst? Söldner-Trupp jetzt auch entlassen. Ja, ja, damit ist die Sache erledigt. Ach, schade. Gut, ich glaube, ich werde kapitulieren müssen. Oh. Oh, dann werde ich sogar ein Vasal von der. Das ist ja dreist. Gut, aber... Ja, müssen wir jetzt nicht in die Länge ziehen. Oder? Ich mein, kann ich noch irgendwas machen, um das hier zu gewinnen? Ne, ich glaube nicht. Gut, gut. Es ist wieder eine Schlacht zwischen Denzel und mir. Und auch die gewinne ich, Denzel. Jetzt sagt sie mir, seid gegrüßt, mein bescheidener Vasal. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen. Und für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Ich biete euch hier mit den Posten als Ratsverwalter von England an. Siehst du, das ist eine gute Königin. Ja. Vergessen die Zeiten, als du Zehntausende ihrer Männer wieder geschlachtet hast? Es ist so dumm. Jetzt bin ich halt, äh, jetzt bin ich halt, äh, wieder nicht König und kann den Titel mit der Bretagne wieder nicht schaffen, weil ich jetzt, äh, wieder... Ist das alles dumm? Gut, ich muss noch irgendwie gucken. Also diese, ich meine, die ist ja so stark gar nicht. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwie... Hm, was kann ich jetzt hier machen? Ich meine, ich habe immer noch den Anspruch auf das Königreich von England. Wenn ich mich jetzt ein bisschen regeneriere... Ich sag euch, ich hole mir den nochmal. Ich sag's euch. Fraktion gegen, eine Freiheitsfraktion gegen die Königin. Wurde geschaffen. Oh. Will Niedergutlehensautorität, das ist mir zu doof. Darum geht's mir her nicht. Ich muss mich hier ein bisschen regenerieren. Vielleicht nochmal gucken, ob ich noch irgendwie hier meine Verbündete sich auch ein bisschen regenerieren. Mal gucken. Ich meine, die hat ja jetzt auch hier ein neues Königreich. Die ist mit ihrem eigenen Ehemann verbündet. Das ist natürlich, äh... Denzel, wie sieht's aus? Weißer Friede ist mit dir nicht zu machen, oder? Ich frag nur so, für einen Freund. Ich seh keinen Sinn in dieser Aktion. Ich auch nicht, aber... Ich bin übrigens enttäuscht, dass mein Typ jetzt nie weiterverfolgt hat, ähm... Das Gold. Das Gold. Ja, das Gold. Das Gold war spannend. Ja. So, Leute. Das, äh... Ich hol mir das noch zurück. England wird nochmal mir gehören. Ey, aber es ist halt mega lächerlich. Jetzt ruft mich Byzanz als Verbündeter in den Krieg und ich konnte es nicht, aufgrund... Weil... Die konnten nicht in Lehnsherren oder Untergebene irgendwie in Kriege mitmachen. Aber Byzanz hat überhaupt nichts damit zu tun. Du... Es war mega komisch. Also, mein bescheuerter Byzanz-Verbündeter bringt gar nichts. Okay, das ist ja... Das ist doof. Also, ich bin jetzt auch nicht böse drum. Muss mal so zu sagen. Guck mal, wir beide haben Krieg und wenn ich ihn rufe, dann sagt er... Oh, ich hab ja noch, äh... Neue Familienmitglieder, die heiraten können. Oh, geil. 3000 Mann. Komm, da. 3000 Mann heiraten können. Ja. Das ist mal eine Massenhochzeit, ne? Alter, ey, England, ganz ehrlich. Es wird mir gehören, ich sag's euch. Ich hab ja so viel Prestige gebrügt. Ach so, deswegen geht das nicht, Denzel. Ähm, es ist ein Verbünd... Ein Vasall von, äh, Byzanz auf meiner Seite. Der kann seinem eigenen Vasall nicht den Krieg erklären. Touché. Wir posten. Okay. Das wusste ich aber nicht. Das war Zufall. Das wurde mir gerade im Chat gesagt. Das ist der Grund, weswegen du mir nicht... Äh, weswegen du die nicht rufen kannst. So ein Dreck. Aber wer denn? Wer ist denn bei dir Vasall von? Du hast nur zwei Verbündete und... Ey, guckt euch das an. Ja, der eine Verbündete ist ein Vasall des byzantinischen, äh, Kaisers. Und zwar der Graf Eudoxios. Ja, aber der wohnt doch... Ja, der ist aber trotzdem Vasall des byzantinischen Kaisers. Komisch. Und deswegen geht das nicht. Also ich hab den nicht mal gezielt ausgesucht, sondern das war der, der Zweitoberste mit der... Ach, von der, was war doof. ...mit der meisten Armee. Deswegen hab ich den genommen. Ja. Also in den Chat versehentlich schlau. Versehentlich. Ja. 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 Oh, wir prüfen uns jetzt nochmal mit England. Was? Oh ja. Sieht ganz gut aus, oder? So, vorbei. Gut, sie kommen auch zu uns rüber. Jetzt ist aber hoffentlich mal Ruhe. Jetzt muss ich mal warten, bis meine Verbündeten am Start sind und dann... Also ich reiche dir jetzt hier mit den Olivenzweig, Denzel. Ach so, Olivenzweig. Ach so, Olivenzweig. Habt ihr ihn vertragen. Na super. Da sind die Verbündeten. Sehr gut. Gut, Kameraden. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Vielleicht noch ein bisschen auf mehr Verbündete warten. Die kommen ja bestimmt auch noch. Wo sind denn die anderen Verbündeten so? Du hier. Na gut, das ist die hier, ne? Der andere kommt in der Regel von dort angewurstelt. Ja gut, das müsste ja eigentlich reichen hier. Die sich auch noch aufteilen, diese Narren. Oh, der Söldnertrupp läuft genau dann ab. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Aber der Papst gibt mir das Geld zur Verlängerung. Sehr gut. Guck mal, ein anderer Verbündeter ist blöderweise gerade. Der hat irgendwie einen eigenen Krieg. Aber er scheint ihn zu gewinnen. Stimmt, ich hatte nach Relevanz, ob es hier doch nicht nach Bündnissen macht. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber es war ein Schnellschuss, Leute. Es war ein Schnellschuss, in Panik. Mir sitzt nämlich da so ein Land im Nacken, das viermal so groß ist wie ich. Ich habe einen Bauernaufstand. Ich auch. Scheiße. Endlich trifft es den Richtigen. Scheiße. Wo sind wir denn? Anderen Verbündeten? Da müsste doch noch jemand kommen. So, jetzt aber erst mal hier. Die schurkischen Engländer mal wieder, ne? Die sich hier wieder mal unklug aufteilen gerade. Jetzt kommen sie zusammen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ja. Sehr gut. Die haben wir gut erwischt. Und mein Kamerad kommt hier ja oben auch noch. Unser Ritter, König Maurice, 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 konnte den Vogt Ulf verwunden. Jawohl. Ey, Leute, ich sag's euch. Die Engländer. Ich setze gerade wieder alles auf eine Karte hier. Oh, je, je, je. Ja, warum hasst mich meine Frau, lieber Chad? Weil ich ihr untreu war. Das war nicht so gut. Ich habe tatsächlich der Königin ein Kind gemacht. Aber das war gar nicht ich. Das hat der Charakter vorher schon gemacht, so richtig. Ich bin so eine richtig umtriebige Familie hier. Oh, flieht ihr Engländer. Flieht. Flieht. Nein, die müssten jetzt auch aufs Meer gehen, oder? Ach, die bleiben hier und kämpfen noch. Okay, ne, dann machen wir das natürlich auch. Komm. Wenn ihr jetzt hier nochmal Stress wollt, dann zerlegen wir euch hier nochmal. Und ich hoffe doch, dass dann mein Verbündeter hier irgendwie diesen Krieg auch mal gewinnt. Ah, bist du inzwischen eine Frau, Maurice? Was? Ach, ne, du bist nicht mehr König, ne? Ne, ne, das ist jetzt, das ist die Schurkin, die sich erdreistet hat, meinen Anspruch auf England für sich zu nehmen. Also so wirklich so, das ist das Niederste vom Niederen einfach. So, jetzt heißt es Daumen drücken. An den Chat. Alle Daumen drücken, bitte. Drücken die Daumen. Bis der Verschiffsbonus weg ist und den Verbündeten auch nach sind. Ja, nicht über den Seeweg, sagen sie im Chat. Ich hatte schon auf den Seeweg geklickt, weil ich ja rüber nach England wollte. Und dann war ich schon da. Aber ich habe jetzt abgewartet, bis der Schiffsbonus weg ist, also der Malus. Und jetzt greifen wir an. Und haben hier zwei Verbündete im Rücken. Das sollte eigentlich gut klappen. Are you winning, son? Fragen sie im Chat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes. Aber guck, das sieht doch gut aus. Ja. Oh, unser Ritter, König Maurice, Maurice, Maurice wurde erschlagen. Habe ich denn jetzt noch eine Erben? Ja. Yes. Ach, mein Enkel war das. Ja, gut. Gräfen, was ist die weibliche Form von Maurice? Ist natürlich auch ein schöner Erben. Ja. So, kommt Leute, jetzt zur Hauptstadt. Okay, die kosten uns natürlich wieder. Oh Gott, was ist das denn? Wie viel Zermürbung kriegen wir denn da? Nee, dann lasst uns lieber über den Seeweg gehen. Ja, meine Verbündeten sind smart. Die jagen diese Armee noch. Ich sag's euch. Ich, also, ich hab jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, um wieder König von England zu werden. Ich bin, bin fest entschlossen. Das, das ist einfach, also allein schon die Schmach, dass mein Territorium jetzt hier als England betitelt ist und ich nicht der Herrscher von England bin. König Maurice, der sein eigenes verräterisches Volk niederringt. Ja, man muss die Leute manchmal auch zu ihrem Glück zwingen. Also, äh, Denzel, du hast kein Bündnis mehr mit Byzanz. Ich hab den Kaiser getötet. Eure Rivalität ist so schlimm, das ist ja noch viel destruktiver, als mein England fällt zu mir. Das hat dazu geführt, dass ein völlig unschuldiger byzantinischer Kaiser von mir ermordet werden musste. Ja, musste. Ja, jetzt haben wir es hier aber wieder. Ja, das hinterher heißt 9800 mal weniger für Denzel. Das finde ich einen guten Tausch. Oh ja, meine Verbündeten zu 2000 greifen sie eine Truppe von zwei Engländern an. So mag ich das. Ja, zwei. Ja, ey, kommt, aber das checkt ihr doch jetzt wohl hier, dass ihr hier ein bisschen kämpft. Geht da zurück. Kämpft da. Nein. Scheiß KI. Ach Gott. Manchmal ist es echt schlimm, sich auf diese KI-Typen verlassen zu müssen. Egal, ich hole mir jetzt hier die Hauptstadt. Ja, das, was ich machen muss, ist, den Einjährigen zu töten, weil dann ist wieder die Schwester von ihm auf dem Thron. Und das bedeutet wieder wie vorher. Gut, aber die Armee wird dadurch auch geschwächt. Das ist gut. Ich will jetzt meinen Besitz zurück. Ich bin erwachsen. Endlich. Und ich habe 10.000 Mann, die sagen, das alles gehört mir, Denzel. Das ist ein Massaker hier, ey. Aber ich glaube, diesmal kriege ich es ein bisschen strategischer hin. Ich glaube, dass ich auch der Grund, warum sie so rebelliert haben gegen mich, war, dass ich halt über einen gebrochenen Waffenstillstand attackiert habe und ich deswegen sehr unbeliebt war. Was man irgendwo sogar nachvollziehen kann, was ich natürlich trotzdem eine ziemliche Überreaktion finde, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Meint ihr nicht auch? Ach so, du wartest, bis man irgendwo reinläuft und dann lässt du deine Truppen spawnen. Okay. Könnt ihr das mal im feudalen Japan machen, fragt jemand im Chat. Ich glaube, es gibt kein Spiel dieser Art im feudalen Japan. Vielleicht gibt es eine Mod für Crusader Kings, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Nee, wenn ich wie was zu ist, glaube ich auch nicht, nee. Also Shogun ist natürlich auch ein Globalstrategiespiel im feudalen Japan, aber ist ja sehr anders. Das ist ganz anders. Es gibt eine Mod, sagt jemand, es gibt eine Mod für alles. Ich habe mir auch mal überlegt, die Herr der Ringe Mod im Renk gespielt zu spielen, da hätte ich mal Bock drauf. Ich habe die noch nie gespielt, aber es gibt natürlich eine, weil es ja immer eine gibt. Aber wie logisch ist die? Hast du dann mit Sauron lauter deine deine Untervasallen, die dann deine Art berufst und so? Wahrscheinlich, dass dann irgendwie Saruman ist, ich weiß nicht, dein Ratsverwalter und so. Und die ist pleite. Ich habe auch nicht so viel Kohle. Ah, Leute, greif ich dir an oder greif ich sie nicht an? Ich glaube, ich mache nur einmal einen Großkrieg. Ich werde mich an diesen Abend zurückerinnern, an den ich permanent gegen Denzelkrieg geführt habe. Diese englische Armee hier müssen wir doch jetzt mal kriegen. Ah, komm schon. Schnappt sie euch. Schaffen wir es? Ja, doch, perfekt. Gut, das läuft jetzt gerade hier ziemlich gut. Glaube, ich glaube heute, jetzt wird England wieder mir gehören. Ich verliere jetzt hier überraschend. Nee, das sieht gut aus. Ich habe jetzt auch den Bildungs- Lebenswandel durchgespielt. Also ich habe alle Vorzüge. Du lebst halt ewig mit dem Bildungswandel. Das ist schon praktisch. Weil du so gesund bist. Entgegen gewisser Vorzeichnungen am Anfang. Ich weiß gar nicht, wer sich hier sonst noch alles bekriegt. muss man hier nur noch ein paar Städte erobern und dann was ist denn hier? Gibt es jetzt hier noch einen Aufstand oder gegen wen kämpft der denn jetzt hier? Ach, jetzt nutzt hier so ein anderer, ein Verbündeter von mir auch noch, nutzt derweil die Gunst der Stunde, während England in Flammen steht, um seinen Anspruch auf ein anderes Herzogtum durchzusetzen. Das ist schon ein bisschen schäbig. Ich meine, ich war auch sehr opportunistisch dieses Spiel, das gebe ich zu, aber Waren wir das nicht alle? Ja, eigentlich schon. Ich bin nicht schlimmer als ihr. Wo ist denn jetzt hier diese englische Armee hin? Da ist sie. Komm, die kriegen wir. In der Weile holen wir jetzt noch ein paar Städte. Ich meine, alles, was jetzt noch danach folgt, ist ja jetzt eh, in einer halben Stunde ist hier vorbei. Ich will nur noch jetzt hier wieder England unter meinem, meiner Knute vereinen. Eigentlich alles, was ich will. Und wenn sich derweil der Herzog von Mörschen irgendwie selbst aufreiben will, ist das nur gut oder danach schwächer ist, um meiner Herrschaft wieder, äh, wieder, Widerstand zu leisten. Das Thema mit selbst aufreiben, das ist mir irgendwie geläufig. Aber die KI ist echt klug manchmal. Im Krieg. Manchmal kann sie was, manchmal ist sie auch sehr dumm. Hm. Oh, hier ist so eine schöne Zweierarmee England wieder, die mag es irgendwie, die reibe ich jetzt nochmal auf. Der will jetzt hier mit zwei Mannen will er die Hauptstadt zurückerobern. Kriege ich den? Komm. Das wäre doch großartig jetzt. Ah, haut ab! Schäbig! Dann holen wir uns halt London. Hier, nein, ich will, komm, 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 dich kriege ich, dich kriege ich. Bevor du aufs Meer gehst, das wäre gut. Komm schon, komm schon! Komm schon, ja! Ja gut, jetzt müsste ich's gleich haben hier. Das wäre doch allmählich, dass wir Reichen an Punkten, oder? Ja. 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 Gut, jetzt was bringt das, glaube ich, tatsächlich die die Armee besiegen nichts mehr. Hast du mir irgendwas geschickt, Denzel, gerade eben, weil bei mir hat's wieder so geplinkt? Äh, nee, 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 nicht, dass ich wüsste. Okay. Das ist immer wieder komisch, da kommt immer so ein Dö-Dö, als ob da irgendwie so der Krieg entschieden wäre. Das war ich auch gerade. Ich glaube, das ist, wenn ähm, der Verbündete von einem Krieg, bei dem du teilnimmst, aber nicht so aktiv bist, oder das kriegt man manchmal nicht mit, wenn da was passiert. Mhm. Wie läuft's denn bei euch beiden? Ja, also ich belagere gerade eben Denzels Heimat. Denzel, was sagst du dazu? Ja, ich schmeiße meine Leute rein. Problem ist, dass er immer so viele Verbündete hat. Leute, die gekauft werden. Ich bin jetzt gar nicht sicher, für wen ich bei euch beiden sein soll, weil ich meine, selbst ich, der ich dagegen Denzel agiert habe, muss er irgendwie einräumen, dass vielleicht ja auch moralisch schon nicht die schlechte Seite ist. Wieso? Weil er ja wirklich nur frei sein wollte und wir ihm das verwehrt haben. Moment, Moment, jetzt wechselst du die Seite, der vorhin noch gesagt hat, ja, wenn er nicht gesagt hätte. Ich weiß es ja nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich, äh, ich tu mich sehr schwer mit dem moralischen Urteil. mein Theologe-König, der hockt halt in seinem, in seinem Schloss in, in der Bretagne und er geht sich so in philosophischen Überlegungen. Ha, vielleicht wäre doch, äh, die Natur des Bösen auf der Welt, aber ich muss tausend Engländer umbringen. So, aber komm Leute, das habe ich doch jetzt hier bald mal, oder? Tatsächlich muss ich... Tatsächlich, äh, wie gesagt, also, ich denke, das Beste wäre gewesen, hätten wir uns einfach zusammengeschlossen gegen den König von Frankreich. Das hätte viel Leid erspart. Das stimmt, ja. Das stimmt. Oh, ich bin 99% bei England. Oh, ich bin 99%. Oh, ich habe übrigens deine Tochter als Gefangene. Das ist meine Frau, aber Dankeschön. Und deine Frau habe ich auch. Also, ich habe sowohl deine Tochter als auch deine Frau. Ja, das Personalunion. Ich finde das gerade ein bisschen bizarr, wenn ich mir Frankreich angucke, wie irgendwie der Königstitel von Frankreich, ja gut, ist der unten noch, aber das ist halt alles Micha eigentlich. Also hier, das ist der König, das ist Micha, das ist der König von Frankreich. Ja, ich bilde einen schützenden Kokon, um meinen, ich glaube, es ist auch viel, es ist ja auch viel besser, was du machst. Also muss man jetzt mal sagen, dass wenn man jetzt das Spiel, ich spiele jetzt, das muss man ja natürlich der Fairness halber einräumen, mit dem Wissen, dass dieses Match in 20 Minuten vorbei sein wird und ich nicht mehr mit den langfristigen Konsequenzen dessen leben muss, was ich hier aus England mache. ähm, du spielst es ja viel schlauer, weil was du machst, ist so nachhaltig, dass es auch halt bleiben wird. Das Reich, das ich mir erobere, das wird, wie man ja gerade gesehen hat, sehr schnell wieder zerfallen, aber ich will einfach nur sagen, dass ich König von England bin. Aber ich glaube, ich glaube auch, aus durchaus ähnlichen Motiven wurden auch echte Kriege im Mittelalter manchmal geführt. Dass jemand einfach nur sagen wollte, er ist der König. Oder dass einfach jemand sagt, ich möchte ihn in der Schlacht erschlagen. Ja, oder so, genau. Und deswegen beende ich diesen Krieg noch nicht. Und ich möchte dazu sagen, ich war nicht der Erste, der das gemacht hat. Mhm. Jetzt holen die Säcke hier diese Hauptstadt nochmal wieder, das gibt's doch nicht. Hasse euch alle. Aber gut, ich bin, ich bin, ich hab gleich gesiegt. Gleich hab ich gesiegt. So. Ich habe meinen Besitz zurück. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vor Ewigkeiten stand. Oh, Mann. So viel Leid für nichts. So. Jetzt ist hier noch so sehr scheiß jetzt. Was los? Ich hab mich hier irgendwie in so einen Krieg reinziehen lassen in Spanien. Und jetzt greift mich der französische König da an. Weil er in einem anderen Krieg in Spanien ist. Um dasselbe Land. Hä? Frechheit. Und sowas hat sich Lehnsherr. Das kommt mir auf jeden Fall Salz am V. Jetzt helfe ich auch noch meinen Verbündeten ein bisschen hier. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja ein großmütiger König. Und ich halte schnell auch mal. Ja, was mache ich jetzt mit, 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 mit Dandles Frau und Tochter? Das ist so ein Problem. Ich glaube, ich bin einfach großmütig am Ende. Na, warum kommen jetzt hier nicht mehr Leute? Ach, da ist noch was. Das ist interessant. Man kann, man kann tatsächlich nicht hergehen und jetzt einfach so sagen, ich hätte gerne Geld von dem anderen Spieler für so ein Lösegeld, habe ich gerade festgestellt. Das ist interessant. Das wusste ich noch nicht. Wieso geht das nicht? Nee, ich kann gerade eben kein Geld von Dandles verlangen. Warum auch immer. Also es geht nicht mal als Option. Es geht nur für einen Gefallen. Ich kein Geld habe. Deswegen nur. Ah, okay. Sonst geht das. Stimmt. Das macht Sinn. Ach, ja. Was sind das denn für Städte hier in Spanien? Sie haben wieder für Mauern drum gebaut. Wie gesagt, ich will am Ende einfach nochmal den Olivenzweig reichen. Da ist jetzt deine Frau wieder. Und deine Tochter kann auch gleich nachgereicht werden. Du musst nur annehmen. Das sehe ich noch nicht kommen. Ich sehe die Meldung ehrlich gesagt nicht. Du siehst sie nicht? Okay. Aber sie ist abgeschickt. Ah, doch da. Ich finde es. Ein schwaches Druckmittel möchtest du? Ja, anders kann ich sie kaum rauslassen. Nein? Es geht nicht. Hm. Für Lau geht gar nichts. Was ist das? Meine Frau, oder gut? Keine Ahnung, was du über den Druck mehr anstellen kannst. Druck machen. So, jetzt werden wir hier noch meinem Freund, dem Earl von Mörschen, hier bei seinen Ansprüchen helfen. Dann macht er vielleicht auch keine Rebellion. Ah, jetzt ist da schon wieder eine Fraktion. Earl Lionel von Essex wollen sie auf den englischen Thron bringen. Komm, aber jetzt kann ich nochmal gucken. Hier, wenn man hier Fraktionen hat. Äh, diese Fraktion hier, da kann ich doch jetzt vielleicht... Also ich könnte was machen, wenn du ein Vasal wärst oder so, oder wenn du mein Lehnsherr wärst, aber dann, so geht, so bringt es de facto gar nichts. Wenn ich dir hier einen Ratsposten gebe. Hm, was ist da los? Machst du dann immer noch die Fraktion gegen mich? Da kommen... Ah, immer noch. Weil sie noch so klein ist. Das sind quasi zwei Dukaten pro Lebensjahr. Wenn ich ja bei diesen, diesen... Stimmt, das hätte ich machen können, aber ich will ja meinen guten Willen beweisen, lieber Chad. Die haben gerade eben gesagt, ich hätte sie rekrutieren und einfach zwangsheiraten können. Dann hätte ich de facto jemanden, der einen Anspruch auf der gesamte Herzogtümer glaube ich von Denzel hat, aber... Nein, ich beweise meinen guten Willen. Hm, ans Heiraten gibt's doch gar nicht. Wenn ich sie rekrutiere, geht's glaube ich schon. Nee. Auch nicht. Du kannst nur konkubinenmäßig jemanden zwingen, sich die hinzugeben, sonst geht das im Spiel nicht. Glaub mir, ich hab's probiert. Also nicht mal, wenn du sie vorher rekrutiert. Nee, rekrutieren, also weiß ich nicht. Das wäre gerade gegangen, also ich hätte deine Tochter rekrutieren können, dann wäre sie Teil meines Hofstaats geworden. Ja, genau, aber da, du kannst niemanden aus seinem Hof, probier doch mal da jemanden zwangszuheiraten, so. Also wenn er nicht will, dann will er nicht. Vielleicht hätte sie's gewollt, wenn sie am Hof ist, aber ich glaub nicht, dass ich dich dann gemocht hätte. Das wär ihr wahrscheinlich zuwider gewesen. Das ist sehr wahrscheinlich, ja, das macht Sinn. Also interessanter Versuch, aber ich glaube, es geht nicht, aber das meinte ich, das gibt bestimmt auch so ein paar Optionen, die später noch reinkommen, so wie das Kastrieren oder so, so Kleinigkeiten, die früher bestimmt wichtig gewesen wären. Du hast es noch gar nicht angenommen, dann probiere ich das jetzt einfach mal am Ende. Was hältst du davon? Jetzt habe ich, ich kann sie jetzt rekrutieren für ein Druckmittel. Meins meine Tochter jetzt? Ja, genau. Stimmt. Ja, wie gesagt, wir sind ja eine Viertelstunde vor Ende, das ist das, betrachte ich jetzt als Playtest, was ich, was wir jetzt hier machen. Ja, mach's, dass meine Tochter ist auch nicht mein Erbe. Ja, aber das, das ist ja irrelevant. Oh. In den letzten zehn Minuten holst du dir noch ein bisschen Land, oder was? Na, auf jeden Fall. Zumindest auch ein bisschen. Damit es am Ende nicht so schwach aussieht, auf dem Bild. Zack. Ja, nicht schlecht. Oh, ich werde doch nicht gleich wieder so eine blöde Fraktion am Hals haben. Aber ich habe ja auch ein paar Verbündete. Also schauen wir mal, wie das wird. Und ich habe wieder haufenweise Gold für Söldner, also ich glaube... Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob es noch was bringt, denen hier Geld zu geben, weil die mögen mich ja alle schon eigentlich relativ gut. Wir unterstützen halt die Fraktionen trotzdem. Ja, das ging. Also deine Tochter und mein Sohn sind jetzt verlobt. Aber, ja, es stimmt, es geht nicht, weil sie hat keinerlei Ansprüche auf dein Land. Kannst du den Anspruchsteller nicht im Kerker hinrichten? Na, ich versuche ihn einfach mal einzusperren. Jetzt wissen wir das. Oder kann ich ihn exkommunizieren lassen? Exkommuniziert. Ich mache erst mal komisch. Ich lasse ihn mal exkommunizieren, diesen Halunken, der hier... Jetzt ist er exkommuniziert. Kann ich ihn jetzt irgendwie mehr einkerkern? Ja. So. Ja, er ist eingekerkert. Und jetzt... Damit ist die Fraktion aufgelöst. So was aber auch. Ja, tja. So ein Pech aber auch. Das war gerade ein Nicht-Baby hingerichtet. Ich habe ihn exkommunizieren lassen. Und dann habe ich ihn eingesperrt. Und dann habe ich ihn hinrichten lassen. Und nichts davon galt in irgendeiner Form als Verbrechen oder Missetat. Denn es war Gottes Wille. Und ich habe nur Gottes Willen erfüllt. Genau wie mein Anspruch auf England Gottes Wille ist. Jetzt haben sie eine neue Fraktion. Ey, ihr lernt das auch nicht. Wie findet ihr auch noch Leute, die hier... Herzog Seewal von Sessex. Wie findet ihr noch Leute, nachdem ihr das gerade gesehen habt? Die sich noch hergeben als Skaleonsfigur für eure schäbigen Fraktionen. Ich finde es krass, dass du noch lebst. Ja, ähm... Ich bin... Ich meine, ich bin immer noch ein Jungspund verglichen mit dem, was du warst. Äh... 76 bin ich. Ja, ist krass, das ist echt. Ah. Huh. Wie ist es denn nochmal, wenn ich... Ich habe jetzt weitere Vorzüge, wenn ich meinen einen Baum durch habe. Kann ich dann einen anderen? Naja, du kannst ja... Du kannst ja alle drei Bäume durchgehen von jeder... Äh... Der hängt an seinen Gesundheitsboni. Der hängt an jedem Tag jetzt, ne? Ja. Das, was du im Baum hast, verlierst du nicht. Du verlierst nur das auf der linken Seite, die Lebensschwerpunkte. Genau. Das winzig-kleine halt, ja. Den kleinen Bonus auf Medizin. Ach ja, dann. Aber das sind wirklich nur ein paar Monate. Also, das habe ich mal ausgerechnet. Das ist so ein kleiner Bonus, das ist echt nicht viel. Gut, dieses Spiel geht noch zehn Minuten. Ich werde, glaube ich, lieber bei diesen paar Minuten noch bleiben. Du bist aber immer noch unterernährt, machst es aber durch gute Pflege wett. Ja. Ist doch schön. Ja, ich habe jetzt das gute englische Essen, um mich besser zu ernähren. Also, ich habe am Ende jetzt auch noch meinen Haarschen zugrunde gerichtet, durch dieses Herumprobieren. Jetzt hasst mich meine gesamte Familie. Ich kann jetzt auch noch für einen Grafen von mir, der der Anspruch auf das Herzogtum Normandie hat, kann ich jetzt noch mit dem heiligen römischen Kaiser mich prügeln. Ich meine, gut, das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Das habe ich mir auch schon überlegt. Der ist gar nicht so stark. Mit den Verbündeten würde es gehen. Der ist total schwach gerade. Der hat 4.000 Mann und minus 200 Gold. Also, der hat selber sogar insgesamt... Ne, der hat 2.200 Gold minus. 2.200. Oh, wow. Ja, sehe ich auch gerade. Die haben... Die haben irgendwie... Also, wenn England schon runtergewirtschaftet wurde und Frankreicher... Also, alle Großreiche wurden ziemlich runtergewirtschaftet im Lauf dieser Partie. Der hat einen Bürgerkrieg. Der hat einen Krieg gegen die Tyrannei, also von ihm selbst. Ja, ich fühle mit ihm. Kann ich jetzt... Was kann ich jetzt eigentlich noch irgendwie machen? Kann ich jetzt noch irgendwie einen albernen Titel oder sowas hier erschaffen? Hier, äh... Ein neues Großreich gründen. Ach nee, da fehlt mir noch an allen... Ich kann Anspruch auf Irland beantragen. Einfach, weil ich... Weil ich... Bock hab. Nein, also ich bin zufrieden damit, wie das heute... Heute ausgegangen ist. Das ist doch hier alles sehr nobel. Wie sieht's bei euch? Zieht ein Abschlussresümee. Du hast gewonnen. Du bist der einzige König hier. Keiner erreicht. Ja. Du hast gewonnen. Ich hätte es auch natürlich viel einfacher haben können, wenn... Also, wenn das das gewonnen Kriterium ist, hätte ich auch einfach König der Bretagne werden können. Aber gerade mal, Maurice, vielleicht geht das noch. Weil dein Typ ist 76. Vielleicht stirbt der in zwei Minuten. Und dann ist nämlich wieder alles für die Katz. Nee, ich hab nur einen Erben. Weil ich... Also, müsste ich eigentlich, glaub ich. Weil ich einen enterbt habe. Prinz Gargamel von England. Wann ist der denn? Ach, ich hab jetzt irgendwie noch einen neuen Erben. Was passiert denn jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn mein Typ stirbt? Nachfolge... Im Nachfolgefall Prinz Gargamel von England bekommt Zeugs. Aber gut, dann... Ah, du bleibst König. Ich kann ihn... Aber ja, ich kann ihn ja auch enterben. Das heißt, du hast schon jede Menge Bekanntheitspunkte. Pech. So. Hart für dich. So, also ich werde nichts verlieren, wenn ich jetzt sterbe. Mein Spielererbe hier, Prinz Maurice Maurice, wird dann alles bekommen. Der ist sogar ganz okay von den Werten her. Er ist halt ein arroganter, ungeduldiger und hinterlistiger Mensch. Also weiß ich nicht, ob er England jetzt so... Gargamel ist nicht dein Sohn. Ja, ich weiß nicht, wo ich den herbekommen habe. Aber der hätte halt auch was geerbt jetzt. Und jetzt... Hat sie eingeschlichen. Ja. Sie hat mich ja... Stimmt mal, weil sie mich betrogen hat. Das war's. Weil meine neue Königin mich betrogen hat. Ja. Ich meine, ich kann jetzt natürlich auch noch den... Okay, okay. Jetzt will der Typ hier nochmal. Los, meine... Meine Verbündeten. König Otto K. von Böhmen. Oh. Oh. Von Herzog Payne. Herzog Payne. Ja, Herzog Payne hat auch im Krieg angefangen. Was hat Herzog Payne gemacht? Ich will letztendlich unabhängig sein. Das ist doch krass, was du da aufgebaut hast. Wenn man es mal so anguckt, da ist irgendwie 1700 Gold, über 1000 Prestige, über 1000 Frömmigkeit, 8000 Soldaten. Ja. Krass, ey. So richtig schön, so sukzessive Step by Step. Mein kleines Zuhause. Ist echt schön. So, ich hab jetzt meine ganzen Verbündeten gerufen. Die werden hier kurzen Prozess machen. Ist es ein Unabhängigkeitskrieg oder eine Unabhängigkeitsfraktion? Oh, die haben auch echt viele Leute, weil sie auch noch mal ein paar Verbündete geholt haben. Gut, gut. Das wird dann nochmal spannend hier. Denzel ist wieder mit dabei. Also auf deiner Seite. Jupp. Der König muss gehen. Ich werde mich auch an die Spitze meiner Armee persönlich setzen. und laut Freiheit schreien, wenn ich der Parismaschier. Ich, ich, ich werde diesmal nicht eingreifen. Ich mach gar nichts. Was? Das ist jetzt ja hier ein gerechter Krieg. Das ist eine Unabhängigkeitsfraktion, die gemeinsam gegen den tyrannischen König kämpft. Das hätten wir von Anfang an haben können. Richtig. So, meine Verbündeten, wo seid ihr? Ja, da kommen 6000 Mann aus Böhmen. Das wird dann schon. Auch wenn ich jetzt gerade ordentlich aufs Maul gekriegt habe, ich kann mir auch noch hoffenweise Söldner leisten. Das wird schon. Das lohnt nicht mehr. Ich könnte jetzt auch einen Thronanspruch vom Stapel laufen lassen, aber das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Das hat Denzel wunderbar verhindert, durch unsere Keilerei gegeneinander, dass ich halt nichts mehr machen konnte, um irgendwie selber noch ein Königreich zu bekommen. Wenigstens etwas erreicht. Definitiv. Aber ich bin trotzdem happy, dass ich noch habe, was ich mir aufgebaut habe, auch wenn ich es zurückerobern musste. Wieso hast du eigentlich minus 323 Frömmigkeit? Weil mein Charakter leider ein Hinterlistiger ist. Also der hat wirklich den Perk hinterlistig. Er ist auch noch Ehebrecher, wobei das macht, glaube ich, nichts. Also er hat wenig Möglichkeiten, um überhaupt Plus-Finder aufzubauen. Man versteht, ja. Sündhaft. Aber das hat der schon aufgebaut, bevor ich ihn übernommen habe. Also der hat halt einfach keine guten Perks. Käpt'n Payne, Hilfe! Komm, ich komme, ich komme! Hilfe, na! Oh Gott, was geht denn da noch ab? Überlebe eher! Ja! Sehr gut! Mehr! Freiheit! Käpt'n Payne, noch mal wieder 10.000 Mann. Das hier war halt ein dummes Bündnis. Ah, wir haben die Chronik-Führung entdeckt jetzt auch schon. Dann kann das ja gleich in die Chronik geschrieben werden, in dieser glorreiche Sieg. Ey, du bist gerade rechtzeitig. Das war krass. Ah, echt. Letzte Sekunde. Und wieder zurück nach Paris. Und wieder zurück nach Paris. Darf denn das? Es ist eigentlich hier nicht mit dabei. Herzog Eve. So, jetzt haben wir noch mehr Verbündete. Was stehe ich denn hier nützlos rum? Jetzt geht auch hier nach Paris, Leute. So, wir haben jetzt hier, haben wir 9.000 Mann. Die anderen haben mehr als das. Okay, dann muss noch ein Söldner-Trupp her. Hey, in sechs Monaten hast du Paris. Ja. Vielleicht kriegen wir noch die Freiheit. Das wäre ja der Hammer. Wir sind schon bei 30 Prozent. Dann wäre das, dann wäre das tatsächlich für mich auch ein... Sieg mal ein Freiheit, ja. Ja, es ist irgendwie... Weil ich war dreimal kurz davor, die Freiheit sich hatte. Das war der vierte Unabhängigkeitskrieg. Du hast alles gegeben. Das ist wirklich, das ist der Hammer, dass das dann dran steht. Kannst du doch dann da unten dein Königreich gründen, oder? Ja, deswegen. Denn endlich kann ich meinen fucking Königreich gründen. Moment, ich dachte, ich wäre der einzige König. Was soll denn das? Du hast noch sechs Monate lang, um dich drüber zu freuen. Ah, aber ich sehe gerade, das Spiel ist vorbei. In einer Minute ist es vorbei. Ich auch. Das ist jetzt auch klar. Das ist nicht ganz korrekt. Ich bin eine Zeitzone weiter westlich. Ach so, ach so. Ich meine, ich kann ja Doppelkönig werden. Komm, ich mache jetzt hier einfach noch... Doppelkönig. Du hast das so oder so gewonnen, selbst wenn hier... Können wir einfach mal uns vorstellen, dass ich noch 500 Gold übrig hätte, die ich gerade nicht alle in Söldner geballert habe. Dann könnte ich jetzt nämlich noch das Königreich Britannien gründen. Ah, da kommt noch mehr. Kommt, Leute, jetzt holen wir uns. Jetzt werden wir diesen Engländern... Ey, Großbritannien wäre ja ein Kaiserreich, oder nicht? Nur die Bretagne, meine ich. Großbritannien, da bin ich noch weit davon entfernt. Da müsste ich ja noch Schottland und so da oben holen. Ja, aber dann wäre es lustig, wenn du in dem Moment stirbst und es dann doch noch aus irgendeinem Grund aufgeteilt für... Ah, das wäre hart. Eiheit rückt näher. Eiheit rückt näher. Schenke sie uns. Fast. Fast. Du kennst überhaupt nicht mit, du stehst auf der Seite des... Ich höre mir auch Leon. Ist egal. Ist los, ich darf nicht sagen. Ist dran, Alter. Immer mal die Stärke. Ne, das bringt nichts, wenn ich da auch noch stehe vor der... ... und belagern. Weißt du, wie wir alle hier stehen und warten sechs Monate? Oh, shit. Der ist ja bei mir. Ja. Hey, noch mal eine Innovation entdeckt. Wie läuft euer Krieg? Lasst mal hier... Oh ja, ihr macht den ziemlich platt, denn... Nachdem ihr jetzt so lange treu wart dem König Henri, was hat er euch denn getan, dass ihr euch jetzt umentschieden habt? Irgendwann, weißt du, also... Ich meine, war ja ein netter Kerl und so, aber dann wird es auch langweilig. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch, bis ihr eure Unabhängigkeit habt und dann beschließen wir es hier, weil mein England-Ding hier wird eine Sisyphos-Arbeit. Ich glaube zwar, ich würde das langfristig schaffen. Wir sehen hier 16.000 gegen 12.000. Aber das wird ja nur der nächste Krieg. Aber eure Unabhängigkeit will ich noch sehen. Ich will sehen, was dann mit Frankreich passiert. Hm. Paris hat nicht gereicht. Ja, man braucht da echt viel halt bei diesen großen Reichen. Ich hatte es ja auch bei England, da ist ja ewig beschäftigt. Ich habe mich auch davon abgehalten, die ganze Zeit es dann doch anzuzetteln. Weil es halt ewig dauert. Ja. Ich glaube, danach ist halt Frankreich noch dieser kleine schmale Streifen zwischen euch, also das, was jetzt Paris und Orléans ist, und ich. Und vielleicht noch Edo-P, Edo-P auch noch. Ja, richtig, Edo-P, du, das Königreich Aquitanien und hier mein kleiner Blob. Schön. Ich habe sogar die Kohle, um direkt das Königreich zu gründen. Geil. Aber du hast auch tatsächlich schon genügend Grafschaften wahrscheinlich, ne? Äh, Edo-P hat das Spiel verlassen. Bei mir steht Host hat das Spiel verlassen. Ah. Dann bist du einfach rausgeflogen. Wurde rausgeschmissen. Das ist übrigens, wir haben auch ganz einfach verloren, Micha. Hm? Wir haben auch verloren Prozentzahlen. Wir sind plötzlich noch bei 50 Prozent. Was soll los? Wie kann das sein? Ach so, weil die hier bei mir worum wüten. Hm. Oh, shit. Oder unten, ja. Aber warte, ist nicht gerade jemand rausgeflogen? Edo-P. Oder Edo-P, du kannst einfach wieder reinkommen. Ich kann auch auf Pause machen. Äh, ja, ich probiere es gerade. Konnte das Spiel nicht finden. Micha, wollen wir vielleicht nach Süden, weil der räumt gerade von hinten das Feld auf bei mir. Ja, und der hat... Müsste mal kurz auch aufs Flo gehen, wenn wir jetzt eh gerade, wenn wir noch ein bisschen weitermachen, braucht ihr, also ich müsste ich da nicht kurz mich, äh, noch, aber dann bin ich gleich wieder da und, äh, Edo-P, du hast ja den Chatverlauf. Ich hab mich noch, ich probiere es nochmal, ja. Der ist auch rausgeflogen. Das ist auch raus, äh, oh, oh. Da, ich bin gleich wieder da, bis dahin könnt ihr es noch mal probieren, ansonsten, ich meine, ansonsten ist halt jetzt Schicksal, dass es jetzt hier, äh, ja. Ich bin gleich wieder da, äh, und dann ist gleich. Ich hab mal neu gestartet, ich konnte eben gerade nicht connecten, Dancer, kannst du connecten? Äh. Konnte das Spiel nicht connecten. Das will einfach nicht, dass wir jemals frei werden. Eure Unabhängigkeit wird niemals was werden. Ja. Tut mir leid für euch. Wie? Frankreich war zu stark. Oder zu klebrig, weil man nicht rauskommt. Am Ende, am Ende seines, äh, dieses Lebens, dieser Runde geht mein Herrscher nochmal, äh, büßend nach Jerusalem. Für alles, was er getan hat. Ne, eigentlich, was seine, was seine Vorfahren getan haben. Ganz echt interessant, wie lange der gelebt hat, dein Vorfahren. Ja, ja, also. Mit seinen 150 Jahren da. Also, wie gesagt, das ist eigentlich eine total probate Strategie. Ähm, auch im Singleplayer kannst du halt mega krass, ähm, dein Gebiet aufbauen, weil du halt permanent vom Papst Geld verlangen kannst. Und der gibt's auch freiwillig her. Also, das ist eigentlich so, aus meiner Sicht, so der, der ideale Einstieg in so einen Wirtschaftsweg, weil du kannst dann eigentlich die ganzen entscheidenden Gebäude, die dann später alle nachkommen, natürlich haben, schon quasi mit dem bauen. Ja. Ich hab bloß keine Ahnung, ob sich das Paradox so gedacht hat, aber ich meine, sie erlauben, dass man mit 120 startet. Hm. Nein, was? Jetzt ist hier Burgund? Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt sind die unabhängig geworden? Nein! Ach, sind alle wieder drin, oder hat's Probleme gegeben? Nee, ich hab, ich find das Spiel nicht mehr, aber mach mal ruhig weiter. Lass mal ruhig weiterlaufen, ich probier noch mal zu connecten. Hatte ich bei dir, Denzel? Die Sekunde gerade. Weil dich brauchen wir ja schon für, äh, den Unabhängigkeitskrieg. Äh, ja, da hat was geklappt. Okay, ich würd sagen, wenn jetzt Edo Pio raus ist, machen wir jetzt nicht mehr lang, aber kurz vielleicht noch, ob wir diesen Unabhängigkeitskrieg noch beendet kriegt, das wär ja schon sehr heldenhaft. Ja, Michael, wie sieht's aus, wenn du die Stadt eingenommen hast, würdest du nach Süden kommen, um ihn auszulöschen? Aber gerne. So, dann mach ich weiter, oder? Ja. Ach, ich brauch hier drin, gleich. Und ich geh immer pilgern. So, Freunde. Weil übrigens im Chat jemand fragt, warum ich nicht mehr Basal von Frankreich bin, du wirst automatisch unabhängig, sobald du halt den gleichen Rang hast wie dein Lebensherr. Also, in dem Moment, wo ich König von England geworden bin, war ich natürlich nicht mehr Basal des Königs von Frankreich, weil ich jetzt gleich mächtig war. Ähm, und das Spiel nimmt dann automatisch an, und meistens ja auch zurecht, dass du natürlich nicht Basal bleiben wollen wirst, sondern dass du, wenn du jetzt König von England bist, nicht sagst, ja, Frankreich, ich, äh, mach alles, was du willst. Äh, Edo P., du hast übrigens gerade eben nochmal Land gewonnen. Wodurch? Ich weiß es nicht, da kam gerade eben, dass du es, du hast es halt Pamplona und Alto Aragon, oder hattest du das vorher schon? Warte mal, das hatte ich eigentlich alles, ich hab das, was ich jetzt auch habe, warte mal. Okay, aber da kam gerade eine Meldung, ich hab's nicht ganz verstanden. Nee, also ich hab das, was ich eben gerade auch schon hatte. Ich hab's nicht schnell weggeklickt, okay, okay. Okay, schön wär's gewesen, jetzt genommen. Ich hab's, glaub ich dir. Wo sehe ich denn jetzt hier, welche? Oh, 100, und tschüss. Wir sind raus! Jawohl! Oh Gott, Frankreich existiert nicht mehr. Raus! Damit ist Frankreich, guckt euch, was wir mit Frankreich gemacht haben. Hier, England ist ein Teil von Frankreich, die Normandie ist jetzt unabhängig für sich. Hier, die Champagne und Armagnac sind auch unabhängig. Ist ja schlimm. Gut, dann, ich mach jetzt hier noch einen letzten Meat Grinder gegen die Engländer. Und dann beschließen wir's für heute. Los, meine Verbündeten, folgt mir. Oh, ich bin jetzt das Kulturoberhaupt von Frankreich. Denk noch dran, äh, an deinen Königskronen, ne? Ja, mir fehlen zwei, zwei Dinger. Ich kann ein eigenes Königreich gründen. Sehr gut. Oh ja. Welches? Königreich Champagne, gibt's das? Ja, ja, das heißt jetzt so. Ah ja, cool. Cool. Königreich Champagne. Kann man ja, kommt man, da ich mal einen eigenen Namen eingeben? Champagne ist ja gut. Das kannst du jetzt immer noch machen. König Pain. König Pain ist auch geil. Pain, ja. König Pain ist eh gut. Ja, kommen die Verbündeten hier doch? Ja, gut zugekommen, das schaffen wir. Jetzt kommt hier nochmal, kommt der letzte Meat Grinder für heute. Guckt euch das an. Da werfen sich die Leute in den Tod. Für die Krone. Für England. Aber, aber, äh, ich glaube ich siege hier. Ja. Ein siegreicher Meat Grinder, das ist ja neun. Ah, ein schöner Anblick. Tag. Jetzt kann ich, äh. So, das hier ging ohne. Wer will mir? Oh, ja, Denzel, natürlich. Dem rechtmäßigen Herrscher unterwerfe ich mich. Es gibt nur noch Pain und England. Wenn ich jetzt noch hier genug Geld... Guck dich mal, das heilige Grünische Reich an. Pain ist geil. Was? Oh, wow. Und sie vorhin aus dem Ugen erstreckt. Ja, deswegen ist, äh, Böhmen ist ja zum Beispiel ein Verbündeter von mir. Das, ich war ganz überrascht, dass das ein eigenes Ding ist. So, ich kann jetzt tatsächlich hier noch sogar zwei Königreiche schaffen. Äh, ich kann, ich kann Königreich Aquitanien machen. Äh. Oh ja, gib mir das. Das kann doch nicht. Ja, dann wirst du ja wieder unabhängig, Denzel. Bibi, wenn du noch drei machen kannst, dann kannst du ja danach ein Kaiserreich errichten. Ja, genau. Da, das wird jetzt noch ein bisschen mit Geld, äh. Aber wie, wie ist das denn hier mit dem Kaiserreich? Ich kann nicht, ich schenke dich jetzt. Naja, wir haben, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde langsamer sonst auch... Ja, lasst uns mal für heute, glaube ich, äh, das muss wir jetzt nicht noch hier ewig weitermachen. Ich wollte nur noch gucken, wie es hier mit dem Kaiserreich von Britannien... Ja, gut, da brauche ich noch viel mehr. Da brauche ich achten. Ich habe 38 Grafschaften, ich brauche 75. Äh. Und hier Haufenwald Zeugs... Ich, ich, ich kann eben... Ich, 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 ich will schon hier noch... Ich, ich will jetzt schon noch hier den Königstitel Britannien schaffen, einfach damit klar ist, äh, dass, dass, dass ich hier die meisten Königstitel habe. Nicht der Graf, äh, das ist schon wichtig, finde ich. So, jetzt haben wir das. Und... Äh, Micha, bei mir... Damit... Entschuldigung, bei mir wird gerade eben gesagt, äh, du hast de facto eigentlich das Reich Champagne. Champagne, noch besser, dankeschön. Also, es stimmt doch. Ja, stimmt. Aber ich glaube übrigens tatsächlich, dass das, ähm, das ist das erste Mal, dass der, der Charakter von ganz, von Anfang, dass der immer noch lebt bei einem Charakter. Ich weiß nicht, ob das immer noch vorgekommen ist. Ja, tatsächlich. Das ist 79, echt heftig. Das ist echt krass. Er ist, äh, hier... Dies seid ihr und ihr fühlt euch nicht immer, als wärt ihr ihr selbst. Also, dem geht's nicht mehr ganz so gut. Aber, ähm... Gesundheit schlecht. Aber ich meine, er hat auch viele Boni, ja. Das ist halt dieser, dieser, äh... Ich find's ganz cool in Crusader Kings 3, wie wirklich die, die meisten, äh, Boni... Ey, wer wagt es hier? Denkst du... Hey, hey, hey! Was? Ich mach mit, ach nee, ist ja gar nicht mein Dienstherr. Ah, jetzt wird er doch wieder raus. So, das Gesicht. Okay, 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 da jetzt hier... Du, äh, so. Ihr könnt Herzog Kahn rechtmäßig einkerkern, aber das geht gerade nicht. Das geht nicht. Kein freien Mann kann gar nicht einkerkern. ich hätte es dir meine was allen also meine meine verbündeten auf den hals das wirst du doch bereuen unglaublich diese unzufriedenen unzufriedenen was allen immer gerade habe ich england befriedet so hier ich werde ich in meinen undeten ertränken aber gut ich glaube das ist es dann jetzt für heute das renngespiel findet sein ende für den heutigen tag meine lieben freunde es war mir ein fest dass hier alle dabei war ich fand das war wieder eine sehr lustige runde und ich merke auch wieder wie geil ich dieses spiel einfach finde und man sieht man sieht mal wieder wie wie es ja ich weiß gar nicht abschlussfazit densel mörp habt ihr moralisch irgendwas gelernt aus ich fand das mega krass weil normalerweise denken wir auch gerne so nebeneinander her weil keiner will der böse sein der den anderen angreift aber mir ist das ist ein cooler fight war auf jeden fall immer hin und her und ich war dreimal davor irgendwie davon zu ziehen also zumindest hatte ich das gefühl ja da musste man schon aufpassen densel du musst ja auch man muss ja auch was ich sagen muss es hat ein bisschen den falschen erwischt weil ich hatte mich ja vor mir ab diesem krieg angeschlossen ich habe das jetzt ich habe das ja zuerst gemacht ich glaube ich war einfach bloß näher und leichter zu erreichen dann habe ich aber gemerkt dass die ki vom französischen könig sich so dumm anstellt dass wir dir nicht her werden können weil er nicht gecheckt hat dass er meine armee mit seiner irgendwie zusammenlegen muss und erst als mörp kam wurde es dann für ein problem zu dir vielleicht konnte man so wiederum sagen dass doch den richtigen erwischt hat weil ich habe keine probleme so ziehst du also deinen hals aus der schlicke ich habe gelernt dass ich mich mit einem densel nicht anlege das ist eine lektion die die ein paar leute hier schon gelernt haben auf dieses spiels aber aber ja es ist eben es ist immer wieder auch die 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 schicksalsschläge wie sie einen treffen in diesem spiel das kommt ja auch noch dazu fand ich sehr schön edo p du hast so ein bisschen du warst ein anständiger mensch ich bin ganz überrascht ich bin froh dass ich noch lebe ich habe versucht das alles irgendwie zusammen zu halten ich bin immer wieder überrascht von der komplexität dieses spiels das ist echt verrückt wenn man dann auf einmal irgendwie so sechs sieben kinder hat die auch alle irgendwie einen thronanspruch haben wollen dann wird es dann doch kompliziert oder ich bin froh dass ich am ende doch noch ein bisschen richtung spanien mich irgendwie ausgedehnt habe und noch lebe und mich wieder so ein bisschen gefangen habe weil zwischenzeitlich hatte ich da echt ein bisschen angst ja micha du warst glaube ich der besonnenste und weiseste herrischer von uns du hast dich nicht in irgendwelche unsinnigkeiten reinziehen lassen und ein sinnvolles reich aufgebaut ja man könnte das auch ein bisschen eine langweilige strategie nennen was würdest du zu diesen anschuldigungen sagen also ich fand es nicht langweilig euch zuzuschauen wie ihr euch gegenseitig die köpfe einschlagen und ich meine ich habe halt weit reich ist erbaut auf moralisch aufrechtem kinderköpfen und dann den anderen typen noch umbringen aber ich fand super ja wie gesagt ich habe halt ich habe versucht aus euren aus euren ganzen kriegen rauszuhalten was interessanterweise funktioniert hat hätte ich nicht gedacht und dann so ein ein stück aus frankreich raus zu nagen nach dem anderen das war es wirklich teuflisch ausgehöhlt also man muss echt sagen es ist unser einfluss hat also als wir angefangen haben gab es hier drei stabile großreiche in denen frieden und wohlstand geherrscht haben und jetzt sind wir durch frankreich und england sind komplett zerflattert bis höhle heilige römische reich können wir finde ich nichts das ist einfach irgendwie so nebenbei passiert aber wir haben jetzt auch nicht viel getan um dagegen zu wirken ja italien ist auch tot stimmt ja ich habe nicht was kann und und ich meine spanien ist glaube ich schon am anfang ist ja immer schon kaputt man ist noch kaputter als sonst es fällt fängt ja schon geteilt an nur dass ich nutzt nie ist glaube ich am ende also ich mal abgesehen davon dass mörb einen der kaiser umgebracht hat das byzantinische kaiserreich ist jetzt die neue supermacht auf der welt weil wir alles zerstört haben was ihm paroli bieten könnte stimmt ja richtig mist wir haben es ihnen zu leicht gemacht das nächste mal müssen uns verbünden und einfach mal die gesamte ki ausrotten und dann gefallen wir mal daher ansonsten noch wie immer richtig gerade an die an den neulingen aber gern auch an micha und denzel wieder die frage wie es so vom regelmäßig fandet und so aber ich meine inzwischen ist es ja relativ bewährt aber trotzdem gerne wenn ihr da noch anregungen habt für das nächste mal was man vielleicht mal noch anders spielen könnte was man anders machen könnte sagt es mir gerne und auch die zuschauer natürlich habe ich schon sehr gut es war ganz gut ja also man muss selber glaube ich aber da sind wir selber dran schuld dass wir uns im süden halt zu dritt so eingequetscht haben da hätte man einfach einer sagen müssen ich gehe da weg das ist nicht gut eure eigene schuld also das stimmt ja ich hab's doch erst viel sehr spät realisiert dass du direkt rechts neben mir bis das war mir gar nicht bewusst weil es sich da die platz gesucht hatte ist aber auch ich dachte wir müssen ja mal alle zu fünft auf irgendeiner insel anfangen wo es wirklich nur diese fünf provinzen gibt und dann mal schauen ich mein selbe oder ist ja so wie irland zum beispiel genau oder halt irgendwie ich weiß nicht sardinien oder sowas oder sizilien island hat vier provinzen sizilien hat auch vier drei island das ist ja assig island hat fünf wenn man die eine insel da noch hier dazu nimmt die halt ein bisschen abseits ist und dann können wir gucken ob wir in alle welt richtungen ausschwärmen ja es wird auch noch vorgeschlagen so komplett anders mal arabische länder oder sowas ich muss zugeben bei so bei dieser art von von ländern warte ich so ein bisschen drauf bis diese ihren dlc bekommen den sie ja bestimmt bekommen werden der sie vertieft ich habe das gefühl aktuell ist das spiel schon am besten wenn du es so im europäischen raum spielst weil ich den eindruck habe da ist die spielmechanik am ehesten darauf ausgelegt ich würde auch gerne mal bezanz machen zum beispiel die kriegen ja bestimmt auch noch ihren eigenen bezanz dlc hoffe ich auch wahrscheinlich recht oder indien all die all diese bisschen exotischeren gefilde die sind bestimmt auch alle mega cool aber ich glaube da muss man noch ein bisschen warten oder auch zum mongolen und sowas oder halt diese ganze hier der russische bereich aber da muss man glaube ich noch mal abwarten wie sie das noch auf aufbessern weil ich finde aktuell merkst du schon so die ganze mechanik ist schon sehr auf halt auf das flair der europäischen nationen ausgelegt da funktioniert am besten muss gucken an melch haben wir tatsächlich die meisten davon durch wir können mal noch spanien tatsächlich noch nicht das spannend ist natürlich auch ein sehr dynamischer startpunkt mal schauen oder eben ort das sagt auch jemand das würde ich jetzt nicht mal machen ob man irgendwie eine herr der ringe mod eine game of thrones mod mal spielt oder sowas genau aber dann sind wir glaube ich für heute durch an alle zuschauer das rengespiel ist ein monatliches format bei uns immer so gegen ende des monats aktuell ist immer der samstag aber ich überlege der letzte samstag aber ich überlege ob ich es mal unter die woche legen soll weil ich doch jetzt von einigen gästen mal das feedback gekriegt habe das wochenende halt man eigentlich mal gerne auch frei hat statt acht stunden zu streamen das wird noch diskutiert aber jedenfalls bleibt dabei wir haben unter anderem schon age of empires mit der rage of empires crew und bonnish war gespielt wir haben anu gespielt wir haben crusader kings gespielt wollen doch noch weitere strategie spiele spielen also denkt dran dass renke spielt für einmal im monat und statt und ihr solltet es anschauen was ist das beste strategie spielformat mit den besten gästen haben wir heute gesehen ich danke euch allen sehr dass ihr dabei war das war mir ein fest dass ihr euch die zeit genommen habt hat mir sehr viel spaß gemacht euch allen auch fürs zuschauen und damit verabschiede ich mich als stolzer doppelkönig von england und der britannien ich will es noch mal so ganz subtil einfließen glückwunsch zum sieg und danke für die einladung hat spaß gemacht sehr gerne danke dass ihr dabei waren hat mich auch sehr gefreut war spaßig wunderbar freiheit geh weg densel geh weg ich beende das jetzt hier tschüss